Schwarz, ein Roman von Stephen King, erschienen im Wilhelm Heine Verlag. Der Text in der Übersetzung von Joachim Körber wird gelesen von Klaus Gut. Stephen King selbst liest die Kapitelanfänge. Erster Teil, Der Revolvermann. Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Die Wüste war der Inbegriff aller Wüsten. Sie war riesig und schien sich in alle Richtungen Parsecs bis zum Himmel zu erstrecken. Weiß, grell, ohne Wasser, konturlos, abgesehen vom schwachen, dunstigen Schimmer der Berge, welche sich am Horizont abzeichneten. Und im Teufelsgras, das süße Träume, Albträume tot brachte. Gelegentlich wies ein Grabsteinzeichen den Weg, denn einstmals war der verwehte Pfad, der sich seinen Weg durch die dicken Salzkrusten bahnte, eine Straße gewesen, auf der Kutschen gefahren waren. Seither hatte die Welt sich weiter gedreht, die Welt war leer geworden. Der Revolvermann schritt gemächlich dahin, er eilte nicht, er trödelte nicht. Ein Wasserschlauch aus Tierhaut hing wie eine pralle Wurst um seine Leibesmitte. Dieser war fast voll. Er gehörte schon seit vielen Jahren dem Käfern und hatte die fünfte Stufe erreicht. In der siebten oder achten wäre er nicht durstig gewesen. Er hätte mit klinischem, unbeteiligtem Interesse verfolgen können, wie sein Körper austrocknete. Und er hätte seinen Klüften und dunklen inneren Höhlungen nur dann Wasser zuführen müssen, wenn die Logik ihm sagte, dass es getan werden musste. Aber er war nicht in der siebten oder achten, er war in der fünften. Daher war er durstig, ob schon er keinen ausgeprägten Drang zu trinken verspürte. Das freute ihn auf eine unbestimmte Weise. Es war romantisch. Unter dem Wasserschlauch befanden sich seine Pistolen, die seinen Händen makellos angepasst waren. Die beiden Revolvergurte überkreuzten sich oberhalb seiner Lenden. Die Halfter waren so gut eingeölt, dass nicht einmal diese filisterhafte Sonne sie rissig machen konnte. Die Griffe der Pistolen waren aus gelblichem, fein gemaserten Sandelholz. Die Halfter waren mit Wildlederschnüren festgebunden und schwangen schwer gegen seine Hüften. Die in den Gürtelschlaufen steckenden Messinghülsen der Patronen funkelten und blitzten und heliografierten die Sonne. Das Lieder gab leise, knirschende Geräusche von sich. Die Pistolen selbst erzeugten keinen Laut. Sie hatten Blut vergossen. Es bestand keine Veranlassung, in der Kahlheit der Wüste Geräusche zu machen. Seine Kleidung hatte die Farblosigkeit von Regen und Staub. Das Hemd war am Hals offen. Eine Wildlederkordel baumelte lose in den handgestoßenen Löchern. Seine Hosen waren aus genähtem Cartoon. Er erklomm eine sanft ansteigende Düne, wenngleich es hier keinen Sand gab. Die Wüste war verkrustet und selbst die rauen Winde, die mit Einbruch der Dunkelheit aufkamen, wirbelten lediglich einen unangenehmen, beißenden, schmirgelnden Staub auf. Und er sah die ausgetretenen Reste eines kleinen Lagerfeuers im Windschatten, auf der Seite, die die Sonne zuerst verließ. Winzige Zeichen wie dieses, welches wieder einmal bestätigte, dass der Mann in Schwarz durchaus menschlich war, erfreuten ihn stets. Die Lippen dehnten sich in den gegerbten, schuppenden Überresten seines Gesichts. Er kaute sich nieder. Er hatte natürlich Teufelsgras verbrannt. Das war hier draußen das einzige, das überhaupt brannte. Es brannte mit einem rußenden, kümmerlichen Licht und es brannte langsam. Die Grenzbewohner hatten ihm erzählt, dass selbst in den Flammen Teufel wohnten. Sie verbrannten es, sahen aber nicht ins Licht. Sie sagten, die Teufel hypnotisierten, lockten und zogen denjenigen, der hineinsah, schließlich in das Feuer. Und der nächste Mann, der närrisch genug war, an dieses Feuer zu sehen, könnte dann den vorhergehenden darin erblicken. Das verbrannte Gras war im inzwischen vertrauten ideografischen Muster gekräuselt und zerfiel unter der tastenden Hand des Revolvermannes zu grauer Sinnlosigkeit. In den Überresten befand sich nichts weiter als ein verkohlter Restspeck, den er nachdenklich aß. So war es immer gewesen. Der Revolvermann folgte dem Mann in schwarzen und schon seit zwei Monaten durch die Wüste, durch die endlosen, schreiend monotonen, fegefeuerähnlichen Einöden und er hatte noch niemals andere Spuren als die hygienisch-sterilen Ideografen der Lagerfeuer des Mannes in schwarz gefunden. Er hatte keine Dose gefunden, keine Flasche, keinen Wasserschlauch. Der Revolvermann selbst hatte vier davon zurückgelassen, die abgestreiften Schlangenhäuten glichen. Vielleicht sind die Lagerfeuer eine Botschaft, Letter für Letter buchstabiert. Nimm eine Prise Schnupftabak oder das Ende ist nahe. Vielleicht auch nur, es ist bei Joes. Einerlei. Er konnte die Ideografen nicht verstehen, sofern es überhaupt Ideografen waren, und die Überreste waren so kalt wie all die anderen. Er wusste, er war ihm näher, aber er wusste nicht, woher er das wusste. Auch das war einerlei. Er stand auf und wischte sich die Hände ab. Keine anderen Spuren. Der Rasiermesserschaufe Wind hatte selbstverständlich sogar die kargen Anhaltspunkte verweht, welche die verkrustete Wüste bot. Es war ihm nie gelungen, den Kot seines Widersachers zu finden. Nichts. Nur die kalten Lagerfeuer entlang dieser uralten Autobahn und der rastlose Entfernungsmesser in seinem eigenen Kopf. Er setzte sich und gönnte sich einen kurzen Schluck aus dem Wasserschlauch. Er ließ den Blick über die Wüste schweifen, sah zur Sonne empor, die inzwischen am gegenüberliegenden Himmelsquadranten hinabsank. Er stand auf, nahm die Handschuhe vom Gürtel und fing an, Teufelsgras für sein eigenes Lagerfeuer auszureißen, das er auf die Asche legte, die der Mann in Schwarz zurückgelassen hatte. Er fand die Ironie wie die Romantik seines Durstes auf bittere Weise attraktiv. Er griff erst dann zu Feuerstein und Stahl, als als letzte Reste des Tages nur die flüchtige Wärme im Boden unter ihm und eine sardonische, orangefarbene Linie am monochromen westlichen Horizont bemerkbar waren. Er sah geduldig nach Süden, zu den Bergen, wenngleich er nicht hoffte oder erwartete, die dünne, gerade Rauchsäule eines anderen Lagerfeuers zu sehen, sondern lediglich beobachtete, weil das ihm dazugehörte. Nichts zu sehen. Er war nahe, aber nur relativ nahe. Nicht nahe genug, nach Einbruch der Dämmerung Rauch zu sehen. Er schlug Funken an das trockene, ausgerissene Gras und legte sich gegen den Wind, sodass der Traum Rauch in die Wüste hinauswehen konnte. Der Wind wehte konstant, davon abgesehen, dass er hin und wieder einen Sandteufel erzeugte. Die Sterne über ihm blinkten nicht, auch sie waren konstant. Nach Millionen zählende Sonnen und Welten. Schwindelerregende Konstellationen, kaltes Feuer in sämtlichen Primärfarben. Während er hinaufsah, wechselte der Himmel von violett zu eben Holz. Ein Meteor ätzte einen kurzen, spektakulären Bogen hinein und erlosch. Das Feuer warf seltsame Schatten, während das Teufelsgras langsam zu einem neuen Muster niederbrannte. Keinem Ideografen, sondern einem geordneten Wirrwarr, das in seiner ureigenen Deutlichkeit vagebeängstigend wirkte. Er hatte das Brennmaterial zu einem Muster gelegt, das nicht künstlerisch, sondern nur zweckdienlich war. Es sprach von Schwarz und Weiß. Es sprach von einem Mann, der in seltsamen Hotelzimmern schlechte Bilder gerade rücken mochte. Das Feuer brannte mit seiner konstanten, trägen Flamme und Phantome tanzten in seinem weißglühenden Kern. Der Revolvermann sah es nicht. Er schlief. Die beiden Muster, Kunst und Fertigkeit, verschmolzen miteinander. Der Wind heulte. Hin und wieder brachte ein perverser Windstoß, den Rauch dazu, sich zu kräuseln und zu ihm zu wirbeln, gelegentlich berührte ihn ein Ausläufer des Rauchs. Sie erzeugten auf dieselbe Weise Träume, wie ein winziger Fremdkörper eine Perle in einer Auster erzeugen konnte. Gelegentlich stöhnte der Revolvermann mit dem Wind. Das betrachteten die Sterne so gleichgültig, wie sie Kriege, Kreuzigungen und Auferstehungen betrachteten. Auch das hätte ihm gefallen. Er war den letzten Ausläufer des Vorgebirges heruntergekommen und hatte seinen Esel geführt, dessen Augen bereits tot waren und in der Hitze hervorquollen. Vor drei Wochen hatte er die letzte Stadt hinter sich gelassen und seither hatte er nur den verlassenen Kutschenpfad und hin und wieder eine der Ansiedlungen von Lehmhütten der Grenzbewohner gesehen. Aus den Ansiedlungen waren vereinzelte Hütten geworden, die meistens von Leprakranken oder Wahnsinnigen bewohnt waren. Er stellte fest, dass die Wahnsinnigen die angenehmere Gesellschaft waren. Einer hatte ihm einen Silberkompass aus rostfreiem Edelstahl gegeben und ihn gebeten, in Jesus zu bringen. Der Revolvermann hat ihn ernst entgegengenommen. Wenn er ihn träfe, würde er ihm den Kompass geben. Er rechnete aber nicht damit. Seit der letzten Hütte waren fünf Tage vergangen und als er über den letzten erodierten Hügel kam und das vertraute flache Lehmdach sah, hatte er eigentlich schon gar nicht mehr damit gerechnet, noch eine zu sehen. Der Bewohner, ein überraschend junger Mann mit einem wilden Schopf roten Haares, das ihm fast bis zur Taille reichte, jätete mit emsiger Hingabe ein karges Getreidefeld. Das Maltier gab ein pfeifendes Schnauben von sich und der Bewohner sah auf. Seine strahlend blauen Augen erblickten den Revolvermann binnen eines Augenblicks zielsicher. Er hob beide Hände zu einem höflichen Gruß, dann beugte er sich wieder seinem Getreide zu. Er jätete die Reihe direkt neben seiner Hütte mit gekrümmtem Rücken, wobei er ab und zu Teufelsgras oder eine gelegentliche verkümmerte Getreidepflanze über die Schulter warf. Sein Haar flatterte und wehte im Wind, der jetzt direkt aus der Wüste wehte, weil nichts mehr da war, ihn aufzuhalten. Der Revolvermann kam langsam den Hügel herunter und führte den Esel, auf dessen Rücken die Wasserschläuche platschten. Er blieb am Rande des leblos aussehenden Getreidefeldes stehen, trank einen Schluck aus einem der Schläuche, um die Speichelbildung anzuregen, und spie auf den ausgetrockneten Boden. Leben für deine Saat, Leben für deine eigene, antwortete der Grenzbewohner und richtete sich auf. Sein Rücken knackte hörbar. Er musterte den Revolvermann furchtlos. Das bisschen Gesicht, das zwischen Haar und Bart zu sehen war, schien frei von Fäulnis zu sein, und seine Augen waren zwar ein wenig wild, schienen aber vernünftig zu sein. Ich habe nichts außer Getreide und Bohnen, sagte er. Getreide ist umsonst, aber für die Bohnen wirst du was ausspucken müssen. Ein Mann bringt sie ab und zu vorbei, er bleibt nicht lange. Der Grenzbewohner lachte kurz. Er hat Angst vor Gespenstern. Ich nehme an, er hält dich für eins. Das nehme ich auch an. Sie sahen einen Augenblick schweigend an. Der Grenzbewohner streckte die Hand aus. Mein Name ist Brown. Der Revolvermann schüttelte die Hand. Als er das tat, krechzte auf dem flachen Giebel des Lehmdachs ein dürrer Rabe. Der Grenzbewohner deutete mit einer knappen Geste auf ihn. Das ist Scholtern. Als er seinen Namen hörte, krechzte der Rabe erneut und flog zu Braun herüber. Er landete auf dem Kopf des Grenzbewohners und nistete sich mit Fest in dem Haarschopf verkrallten Klauen dort ein. Scheiße auf dich, krechzte Scholtern fröhlich. Scheiße auf dich und auf das Pferd, auf dem du geritten bist. Der Revolvermann nickte liebenswürdig. Bohnen, Bohnen, das musikalische Gemüse, rezitierte der Rabe inspiriert. Je mehr du frisst, desto mehr du furzt. Bringst du ihm das bei? Ich schätze, mehr will er nicht lernen, sagte Braun. Ich habe einmal versucht, ihm das Vaterunser beizubringen. Sein Blick wanderte einen Moment über die Hütte hinaus zu der verkrusteten, konturlosen Wüste. Dies ist wohl nicht das Land für das Vaterunser. Du bist ein Revolvermann, stimmt das? Ja. Er beugte sich hinab und nahm seine Rauchrutensilien heraus. Scholtern stieß sich von Brauns Kopf ab und landete flügelschlagend auf der Schulter des Revolvermannes. Schätze, du bist hinter dem anderen her. Ja. Sein Mund formte die unausweichliche Frage. Wie lange ist es her, seit er vorbeigekommen ist? Braun zuckte die Achseln. Ich weiß nicht. Ist eine komische Sache mit der Zeit hier draußen. Mehr als zwei Wochen, weniger als zwei Monate. Der Wohnmann war zweimal hier, seit er vorbeigekommen ist. Ich würde sagen, sechs Wochen. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Je mehr du isst, desto mehr du furzt, sagte Scholtern. Hat er Rast gemacht? Fragte der Revolvermann. Braun nickte. Er blieb zum Essen, wie du es wohl auch machen wirst. Wir haben uns die Zeit vertrieben. Der Revolvermann stand auf und der Vogel flog keifend zum Dach zurück. Er verspürte einen seltsamen, zitternden Eifer. Wovon hat er gesprochen? Braun sah ihn mit einer hochgezogenen Braue an. Nicht viel. Ob es jemals regnete, wann ich hierher gekommen sei und ob ich meine Frau begraben hätte. Meistens habe ich gesprochen, was nicht üblich ist. Er machte eine Pause und das einzige Geräusch war der heulende Wind. Er ist ein Zauberer, nicht? Ja. Braun nickte bedächtig. Ich wusste es. Und du? Ich bin nur ein Mensch. Du wirst ihn nie erwischen. Ich werde ihn erwischen. Sie sahen einander an und plötzlich herrschte tiefes Einverständnis zwischen ihnen. Dem Grenzbewohner auf seinem staubtrocknen Boden, dem Revolvermann auf der verkrusteten Fläche, die in die Wüste überging. Er griff nach seinem Feuerstein. Hier. Braun holte ein Schwefelholz hervor und entzündete es an einem seiner schmutzigen Fingernägel. Der Revolvermann hielt die Spitze seiner Zigarette in die Flamme und zog. Danke. Du wirst deine Schleiche wohl füllen wollen, sagte der Grenzbewohner und wandte sich ab. Die Quelle ist hinten, unter dem Vorsprung. Ich mache das Essen. Der Revolvermann trat vorsichtig über die Getreidereien und ging nach hinten. Die Quelle befand sich auf dem Grund eines handgegrabenen Brunnens, der mit Steinen eingefasst war, damit der pulvrige Boden nicht einbrach. Während er die baufällige Leiter hinunterkletterte, überlegte der Revolvermann, dass mindestens zwei Jahre Arbeit in dieser Steinmauer stecken mussten. Ausbrechen, herschleppen, aufschichten. Das Wasser war klar, floss aber nur träge. Daher war es ein langwieriges Geschäft, die Schläuche zu füllen. Als er den zweiten füllte, flatterte Scholtern auf den Brunnenrand. Scheiße auf dich und auf das Pferd, auf dem du geritten bist, empfahl er. Er sah schrocken auf. Der Schacht war knapp fünf Meter tief. Brown hätte mit Leichtigkeit einen Stein auf ihn werfen, ihm den Schädel brechen und ihm alles stehen können. Ein Verrückter oder ein Verfaulender hätte das nicht getan. Brown war keines von beiden. Doch er mochte Brown. Daher verdrängte er die Vorstellung aus seinen Gedanken und holte sich den Rest seines Wassers. Was geschehen sollte, würde geschehen. Als er zur Tür der Hütte hereinkam und die Stufen hinabschritt, der Hauptteil der Hütte lag unter der Erdoberfläche, damit die Kälte der Nacht eingefangen und gespeichert wurde, füllte Brown gerade mit einem Hartholzlöffel Getreide in Henkeltöpfe über den glühenden Kohlen einer winzigen Feuerstelle. Zwei angeschlagene Teller standen an gegenüberliegenden Plätzen auf einer Tischdecke. Das Wasser für die Bohnen fing im Topf über dem Feuer gerade an zu kochen. Ich bezahle auch für das Wasser. Brown sah nicht auf. Das Wasser ist ein Geschenk Gottes. Die Bohnen bringt Papa Doc. Der Revolvermann grunzte ein Lachen und setzte sich mit dem Rücken zu einer unbearbeiteten Wand, überkreuzte die Arme und machte die Augen zu. Nach einer Weile drang ihm der Geruch von röstendem Getreide in die Nase. Er vernahm ein körniges Rascheln, als Brown eine Papiertüte getrockneter Bohnen ins Wasser schüttete. Ab und zu ein Tack-Tack-Tack, wenn Scholtern rastlos auf dem Dach herumlief. Er war müde. Zwischen hier und dem Grauen, das sich in Tal abgespielt hatte, dem letzten Dorf, war er 16, manchmal 18 Stunden lang unterwegs gewesen. Das Maul-Tier war am Ende seiner Leistungsfähigkeit. Tack-Tack-Tack. Zwei Wochen, hatte Brown gesagt, möglicherweise sechs. Einerlei. In Tal hatten sie Kalender gehabt und sie hatten sich an den Mann in Schwarz erinnert, weil er auf der Durchreise einen alten Mann erweckt hatte. Einen alten Mann, der am Gras zugrunde gegangen war. Einen alten Mann von 35 Jahren. Und wenn Brown recht hatte, hatte der Mann in Schwarz seit hier einen Teil seines Vorsprungs verloren. Aber nun kam die Wüste. Und die Wüste war die Hölle. Tack-Tack-Tack. Gib mir deine Flügelfogel. Ich werde sie ausbreiten und mit den Aufwinden fliegen. Er schlief ein. Brown weckte ihn fünf Stunden später. Es war dunkel. Das einzige Licht war das dunkle, kirschrote Glühen der Kohlen im Feuer. Dein Maul-Tier ist gestorben. Sagte Brown. Das Essen ist fertig. Wie? Brown zuckte die Achseln. Geröstet und gekocht wie sonst. Bist du pingelig? Nein, ich meine das Maul-Tier. Es hat sich einfach hingelegt. Das ist alles. Es sah wie ein altes Maul-Tier aus. Und gleichsam als Entschuldigung, Scholtern hat die Augen gefressen. Oh. Damit hätte er rechnen können. Schon gut. Als sie sich an den gedeckten Tisch setzten, überraschte ihn Brown erneut, in dem ein kurzes Gebet sprach und um den Segen bat. Regen, Gesundheit, Erleuchtung des Geistes. Glaubst du an das Leben nach dem Tod? Fragte der Revolvermann, während Brown ihm drei Schöpfer heißes Getreide auf den Teller gab. Brown nickte. Ich glaube, dies hier ist es. Die Bohnen waren wie Patronen, das Getreide zäh. Draußen schnupperte und heulte der alles beherrschende Wind um den auf Bodenhöhe befindlichen Dachrand. Er aß hastig und heißhungrig und trank vier Tassen Wasser zum Essen. Er hatte die Hälfte gegessen, als es maschinengewehrartig gegen die Tür klopfte. Brown stand auf und ließ Scholtern ein. Der Vogel flog durch das Zimmer und ließ sich verdrossen in einer Ecke nieder. Musikalisches Gemüse, murmelte er. Nach dem Essen bot der Revolvermann seinen Tabak an. Jetzt, jetzt wird die Frage kommen. Aber Brown stellte keine Fragen. Er rauchte und betrachtete die erlöschende Glut des Feuers. In der Hütte war es bereits deutlich kälter. Führ uns nicht in Versuchung, sagte Scholtern unvermittelt, apokalyptisch. Der Revolvermann zog zusammen, als wäre auf ihn geschossen worden. Plötzlich war er sicher, dass es eine Illusion war, alles, kein Traum, nein, ein Zauber. Dass der Mann in schwarz einen Zauberspruch ausgesprochen hatte und versuchte ihn auf eine in den Wahnsinn treibende, verschlüsselte, symbolische Art und Weise etwas zu sagen. Bist du durch Tal gekommen? fragte er plötzlich. Brown nickte, als ich hierher kam und einmal um Getreide zu verkaufen. In jenem Jahr hat es geregnet, dauerte vielleicht 15 Minuten. Der Boden schien sich einfach aufzutun und es aufzusorgen. Eine Stunde später war es so weiß und trocken wie eh und eh, aber das Getreide, mein Gott, das Getreide, man konnte sehen, wie es wuchs, was das Schlimmste nicht war, aber man konnte es hören, als hätte ihm der Regen einen Mund gegeben. Es waren keine glücklichen Leute. Es schien sich seufzend und stöhnend, seinen Weg aus dem Erdreich zu bahnen. Er machte eine Pause. Ich hatte Überschuss. Daher nahm ich es mit und verkaufte es. Papa Doc sagte, er würde es tun, aber er hätte mich betrogen. Also ging ich selbst. Magst du die Stadt nicht? Nein. Ich wäre dort fast umgebracht worden, sagte der Revolvermann unvermittelt. Tatsächlich? Ich habe einen Mann getötet, der von Gott berührt worden war, sagte der Revolvermann. Aber es war nicht Gott. Es war der Mann in Schwarz. Er hatte eine Falle gestellt. Ja. Sie betrachten einander über die Schatten hinweg und der Augenblick nahm eine Aura des Endgültigen an. Jetzt wird die Frage kommen. Aber Brown hatte nichts zu sagen. Seine Zigarette war ein schwelender Stummel, aber als der Revolvermann auf seinen Tabaksbeutel klopfte, schüttelte Brown den Kopf. Scholtern bewegte sich unruhig, schien etwas sagen zu wollen, schwieg aber. Darf ich dir davon erzählen? fragte der Revolvermann. Klar. Der Revolvermann suchte nach einleitenden Worten, doch es fielen ihm keine ein. Ich muss pinkeln, sagte er. Brown nickte. Das liegt am Wasser, bitte auf das Getreide, ja? Klar. Er ging die Stufen hinauf und ins Dunkel hinaus. Oben funkelten die Sterne und verrückte Vielfalt. Der Wind wehte konstant. Sein Urin krümmte sich als wabernder Strahl über dem staubigen Getreidefeld. Der Mann in Schwarz hatte ihn hierher geschickt. Brown selbst konnte der Mann in Schwarz sein. Es könnte sein. Er verdrängte den Gedanken. Die einzige Eventualität, die zu ertragen, er nicht gelernt hatte, war die Möglichkeit, dass er selbst wahnsinnig sein konnte. Er ging wieder nach drinnen. Hast du schon entschieden, ob ich ein Zauberer bin? fragte Brown amüsiert. Der Revolvermann blieb verblüfft auf dem winzigen Absatz stehen. Dann kam er langsam wieder herunter und setzte sich. Ich fing an, dir von Tal zu erzählen. Wächst es? Es ist tot, sagte der Revolvermann, und die Worte hingen schwer in der Luft. Brown nickte. Die Wüste. Ich glaube, letzten Endes wird sie alles vernichten. Hast du gewusst, dass einst eine Kutschenstraße durch die Wüste führte? Der Revolvermann machte die Augen zu, sein Verstand wirbelte verrückt durcheinander. Du hast mir Drogen gegeben, sagte er hastig. Nein, ich habe nichts getan. Der Revolvermann machte argwünsch die Augen auf. Du wirst es erst richtig finden, wenn ich dich aufgefordert habe, sagte Brown. Was ich hiermit tue? Möchtest du mir von Tal erzählen? Der Revolvermann machte zögernd den Mund auf und stellte zu seiner Überraschung fest, dass die Worte dieses Mal da waren. Er fing an, in abgehackten Sätzen zu sprechen, aus denen allmählich eine gleichmäßige, tonlose Schilderung wurde. Das Gefühl, unter Drogeneinfluss zu sein, fiel von ihm ab und er stellte fest, dass er seltsam aufgeregt war. Er sprach bis weit in die Nacht. Brown unterbrach ihn nicht und auch der Vogel nicht. Er hatte das Maul hier in Pricetown gekauft und als er in Tal eingetroffen war, war es noch frisch gewesen. Die Sonne war eine Stunde vorher untergegangen, aber der Revolvermann war dennoch weitergereist und hatte sich vom Leuchten der Stadt am Himmel und von den Klängen eines Honky-Tonk-Klaviers leiten lassen, das Hey Jude spielte. Als es Beifall dafür bekam, wurde die Straße breiter. Der Wald war längst verschwunden und monoton im Flachland gewichen. Endlose, einsame Felder mit Timotheus, Gras und niederem Gestrüpp, Hütten, unheimliche Verlassene, von düsteren, schattigen Herrenhäusern bewachte Anwesen, wo zweifellos Dämonen wandelten. Glotzende, leere Schuppen, deren Bewohner weitergezogen oder vertrieben worden waren, gelegentlich die Hütte eines Grenzbewohners, die in der Nacht vom winzigen Aufflacken eines Lichtes verraten wurde und am Tage von mürrischen, inzüchtigen Familienclans, die schweigsam auf den Feldern arbeiteten. Getreide wurde am häufigsten angebaut, aber hin und wieder auch Bohnen und ein paar Erbsen. Ab und zu sah ihn eine vereinzelte Kuh glotzäugig zwischen abgeschälten Erlenpfosten heraus an. Viermal waren Kutschen an ihm vorübergekommen, zweimal waren sie gekommen, zweimal gegangen. Fast leer, als sie sich von hinten genährt und ihnen und sein Maultier passiert hatten, voller, als sie zu den Wäldern des Nordens zurückfuhren. Es war ein hässliches Land. Seit er Pricetown verlassen hatte, hatte es zweimal geregnet, beides mal widerwillig. Selbst das Timotheusgras sah gelb und niedergeschlagen aus. Hässliches Land. Vom Mann in Schwarz hatte er keine Spur gesehen. Vielleicht hatte er eine Kutsche genommen. Die Straße machte eine Biegung. Dahinter ließ der Revolvermann das Maultier anhalten und sah auf Tal hinab. Es lag auf dem Grund einer kreisrunden, schüsselförmigen Schlucht, ein kitschiges Juwel in einer billigen Fassung. Eine Anzahl Lichter war zu sehen, die sich weitgehend um die Gegend drängten aus der die Musik kam. Es schien vier Straßen zu geben, drei davon verliefen rechtwinklig zur Kutschenstraße, die die Hauptstraße der Stadt war. Vielleicht würde er dort ein Restaurant finden. Er bezweifelte es, aber es könnte ja sein. Er schnalzte mit der Zunge, damit das Maultier weiterging. Jetzt wurde die Straße von mehr sporadischen Häusern gesäumt, doch die meisten waren immer noch verlassen. Er kam an einem kleinen Friedhof mit morschen Holztafeln vorbei, die schief waren und vom üppigen Teufelsgras überwuchert und erwürgt worden. Etwa 150 Meter weiter kam er an einem verwitterten Schild vorbei, auf dem stand Tal. Die Farbe war fast bis zur Unleserlichkeit abgeblättert. Etwas weiter hinten stand ein weiteres, aber das konnte der Revolvermann überhaupt nicht entziffern. Ein Narenkor, halb Drogen benebelte Stimmen, schwoll zur letzten langen Strophe von Hey Jude an Na, 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 Hey Jude, als er die Stadtgrenze überschritt. Es war ein toter Laut, wie der Wind im Innern eines hohlen Baumstammes. Nur das prosaische Klimpern und Dröhnen des Honky-Tonk-Klaviers hielt ihn davon ab, sich allen Ernstes zu fragen, ob der Mann in Schwarz nicht Geiste heraufbeschworen haben konnte, um die Geisterstadt zu bevölkern. Er lächelte ein wenig über diesen Gedanken. Ein paar Menschen waren auf den Straßen, nicht viele, aber ein paar. Drei Damen in schwarzen Hosen und in den gleichen Matrosenblusen gingen auf dem gegenüberliegenden Gehweg vorbei. Sie sahen ohne besondere Neugier zu ihm herüber. Ihre Gesichter schienen wie riesige bleiche Baseballs mit Augen über ihren fast unsichtbaren Körpern zu schweben. Auf den Stufen eines zugenagelten Lebensmittelladens betrachtete ihn ein ernster alter Mann, der einen Strohhut fest auf den Kopf gezogen hatte. Ein hagerer Schneider, der noch einen späten Kunden hatte, sah ihm nach. Er hielt die Lampe in seinem Schaufenster hoch, damit er besser sehen konnte. Der Revolvermann nickte. Weder der Schneider noch sein Kunde erwiderten das Nicken. Er konnte förmlich spüren, wie ihre Blicke schwer auf den tiefhängenden Halftern an seinen Hüften roten. Ein Junge, schätzungsweise 13, und sein Mädchen überquerten einen Block weiter die Straße und hielten unmerklich inne. Ihre Schritte wirbelten kleine, beständige Staubwolken auf. Einige der Straßenlaternen funktionierten, aber ihre Glasscheiben waren von geronnenem Öl verschmiert. Die meisten waren eingeschlagen worden. Da war eine Mietstallung, deren Überleben wahrscheinlich von der Kutschenlinie abhink. Drei Jungen kauerten schweigend um einen Murmelkreis herum, der an einer Seite des klaffenden Maules der Stallung in den Staub gemalt worden war und rauchten Zigaretten aus Maisschoten. Sie warfen lange Schatten in den Hof. Der Revolvermann führte sein Maultier an ihnen vorbei und sah an die schattigen Tiefen des Staddes. Eine Laterne leuchtete dort versunken und ein Schatten hüpfte hin und her, während ein schlagsiger alter Mann in Latzhose mit ausholenden, grunzenden Bewegungen seiner Gabel lockeres Timotheus-Grassäu auf den Heuschuber schaufelte. Hey, rief der Revolvermann. Die Gabel hielt inne und der Stallknecht sah sich gereizt um. Selber hey. Ich habe ein Maultier hier. Schön für Sie. Der Revolvermann schnippte ein schweres, unregelmäßig geformtes Goldstück ins Halbdunkel. Es klingelte auf den alten, häckselbedeckten Balken und glitzerte. Der Stallknecht kam nach vorn, bügte sich, hob es auf und sah den Revolvermann blinzelt an. Sein Blick fiel auf den Revolvergurt und er nickte verdrossen. Wie lange möchten Sie es unterstellen? Eine Nacht, vielleicht zwei, vielleicht länger. Ich habe kein Wechselgeld für Gold. Ich habe keins verlangt. Blutgeld, murmelte der Stallknecht. Was? Nichts. Der Stallknecht ergriff das Halbde des Maultieres und führte es hinein. Reiben Sie es ab, rief der Revolvermann. Der alte Mann drehte sich nicht um. Der Revolvermann ging zu den Jungen hinaus, die um den Murmelkreis kauerten. Sie hatten die ganze Unterhaltung mit verächtlichem Interesse verfolgt. Wie rollen Sie denn, fragte der Revolvermann im Plauderton? Keine Antwort. Lebt Ihr Burschen hier in der Stadt? Keine Antwort. Einer der Jungs nahm eine windschief gedrehte Maisschurte aus dem Mund, ergriff eine grüne Katzenaugenmurmel und warf sie in den Kreis im Staub. Sie prallte gegen einen Irrläufer und schubste ihn hinaus. Er hob das Katzenauge auf und bereitete sich auf den nächsten Wurf vor. Gibt es in dieser Stadt ein Restaurant? fragte der Revolvermann. Einer von ihnen sah auf, der Jüngste. Er hatte einen gewaltigen Herpes im Mundwinkel, aber seine Augen wirkten intelligent. Er sah den Revolvermann mit verschleiertem, überquellendem Staunen an, das rührend und furchteinflößend war. Bei Scheps bekommen Sie vielleicht einen Burger. Ist das die Honky-Tonk-Kneipe? Der Junge nickte, sagte aber nichts. Die Augen seiner Spielkameraden waren hässlich und feindselig geworden. Der Revolvermann berührte die Hutkrempel. Vielen Dank. Schön zu wissen, dass es in dieser Stadt jemanden gibt, der so klug ist, dass er sprechen kann. Er ging an ihnen vorbei auf den Gehweg und schritt in Richtung von Scheps, wobei er die deutliche verächtliche Stimme eines der anderen hörte, die kaum mehr als ein kindlicher Diskant war. Grasfresser, wie lange vögelst du denn schon deine Schwester, Charlie? Grasfresser. Drei flackernde Petroleumlampen leuchteten vor Scheps, eine auf jeder Seite. Und eine war über der trunken schiefhängenden Schwingtür festgenagelt. Der Refrain von Hey Jude war verklungen, das Klavier klimperte eine andere alte Ballade. Stimmeln murmelten wie zerrissene Fäden. Der Revolvermann verharrte einen Augenblick draußen und sah hinein. Sägemehl auf dem Boden, Spucknäpfe neben den wackeligen Tischbeinen. Bretter auf Sägeböcken, die Theke. Dahinter ein schmutziger Spiegel, in dem sich der Klavierspieler spiegelte, der den unvermeidlichen Klavierhocker-Schlapphut auf dem Kopf trug. Die vordere Abdeckung des Klaviers war entfernt worden, sodass man die hölzernen Bolzen auf- und abhüpfen sehen konnte, wenn der Apparat gespielt wurde. Die Barkeeperin war eine Frau mit strohigem Haar in einem blauen, schmutzigen Kleid. Ein Träger war mit einer Sicherheitsnadel festgesteckt. Etwa sechs Stadtbewohner, die tranken und apathisch Watch Me spielten, saßen im rückwärtigen Teil des Raumes. Ein weiteres halbes Dutzend saß zwanglos um das Klavier herum. Vier oder fünf standen an der Theke. Ein alter Mann mit wirrem, grauen Haar war an einem Tisch nahe an der Tür in sich zusammengesackt. Der Revolvermann trat ein. Köpfe wirbelten herum und betrachteten ihn und seine Pistolen. Es folgte ein Augenblick fast völligen Schweigens, abgesehen von dem selbstvergessenen Klavierspieler, der weiterklimperte. Dann wischte die Frau die Bar ab und alles war wieder beim Alten. Watch me, sagte einer der Spieler an der Ecke und legte vier passende piekig zu den drei Hertz, womit er das Spiel beendete. Derjenige mit dem Herz fluchte, schob seinen Einsatz hinüber, der nächste gab aus. Der Revolvermann näherte sich der Theke. Haben Sie Hamburger? fragte er. Klar, sie sah ihm in die Augen. Sie hätte hübsch gewesen sein können, als sie anfing. Aber jetzt war ihr Gesicht teigig und sie hatte eine deutliche Narbe, die sich korkenzieherförmig über ihre Stirn zog. Sie hatte dick Puder aufgetragen, doch das lenkte die Aufmerksamkeit mehr darauf, als abzulenken. Ist aber teuer. Das dachte ich mir. Geben Sie mir drei Burger und ein Bier. Wieder die subtile Veränderung der Geräuschkulisse. Drei Hamburger. Das Wasser lief in Mündern zusammen, Zungen leckten mit langsamem Appetit Speichel. Drei Hamburger. Das macht fünf Piepen mit dem Bier. Der Revolvermann legte ein Goldstück auf die Theke. Blicke folgten ihm. Hinter der Theke links vom Spiegel stand eine mürrisch brutzelnde Kupferpfanne auf dem Feuer. Die Frau verschwand in einer kleinen Kammer dahinter und kam mit Fleisch auf einem Papier zurück. Sie schnitt drei knauserige Scheiben und legte sie auf das Feuer. Der Geruch der Aufstieg konnte einen in den Wahnsinn treiben. Der Revolvermann stand mit unerschütterlicher Gleichgültigkeit da und registrierte nur am Rande, wie das Klavier verstummte. Das Kartenspiel langsamer wurde und die Männer an der Bar einander Seitenblicke zuhafen. Der Mann war schon auf halbem Weg hinter ihm, als der Revolvermann ihn im Spiegel sah. Der Mann war fast völlig kahl. Die Hand hatte er um den Griff eines riesigen Jagdmessers gelegt, das an seinem Gürtel baumelte wie ein Gurt. Setz dich, sagte der Revolvermann leise. Der Mann blieb stehen. Er zog unbewusst die Oberlippe hoch, wie ein Hund und es folgte ein Augenblick des Schweigens. Dann ging er wieder zu seinem Tisch und die Atmosphäre veränderte sich erneut. Sein Bier kam in einem angeschlagenen Glaskrug. Ich habe kein Wechselgeld für Gold, sagte die Frau trotzig. Ich erwarte auch keins. Sie nickte erbost, als würde diese Zerschaustellung von Reichtum, selbst wenn sie zu ihrem Vorteil gereichte, sie verbittern. Aber sie nahm sein Gold und einen Augenblick später kamen die Hamburger, die an den Rändern noch rot waren, auf einem schmutzigen Teller. Haben sie Salz. Sie holte es ihm unter der Theke. Brot? Nein. Er wusste, dass sie log, wollte es aber nicht auf die Spitze treiben. Der kahle Mann sah ihn mit giftigen Blicken an. Er ballte auf der gesplitterten und zerkratzten Tischplatte die Fäuste die Fäuste und öffnete sie wieder. Seine Nasenflügel bebten mit pulsierender Regelmäßigkeit. Der Revolvermann fing an gleichmäßig, beinahe höflich zu essen. Er schnitt das Fleisch auseinander und schob es in den Mund und versuchte nicht daran zu denken, was hinzugefügt worden sein könnte, um das Rindfleisch zu strecken. Er war fast fertig und wollte gerade noch ein Bier bestellen und sich eine Zigarette drehen, als sich eine Hand auf seine Schulter überlegte. Plötzlich merkte er, dass es in dem Raum wieder still geworden war und er schmeckte deutlich die Spannung in der Luft. Er drehte sich um und sah in das Gesicht des Mannes, der neben der Tür geschlafen hatte, als er eingetreten war. Es war ein geißliches Gesicht. Der Geruch des Teufelsgrases war wie ein übler Gestank. Die Augen waren verdammt. Die glotzenden, gaffenden Augen derer, die sehen, aber doch nichts sehen. Deren Blick nach innen gerichtet ist, auf die sterile Hölle unkontrollierbarer Träume, entfesselter Träume, die aus den stinkenden Sümpfen des Unterbewusstseins emporgestiegen waren. Die Frau hinter der Theke gab ein leises Stöhnen von sich. Die rissigen Lippen teilten sich, öffneten sich, entblößten die grünen moosbewachsenen Zähne und der Revolvermann dachte, er raucht es nicht einmal mehr, er kaut es. Er kaut es tatsächlich. Und dem auf den Fersen, er ist ein toter Mann, er hätte schon vor einem Jahr tot sein sollen. Und dem auf den Fersen, der Mann in Schwarz. Sie sahen einander an, der Revolvermann und der Mann, der die Grenze zum Wahnsinn überschritten hatte. Er sprach und der fassungslose Revolvermann hörte, wie er in der Hochsprache angeredet wurde. Ein Goldstück für einen gefallenen Revolvermann. Nur eines, ein hübsches, die Hochsprache. Einen Augenblick weigerte sein Verstand sich das anzuerkennen. Es war Jahre her, großer Gott, Jahrhunderte, Jahrtausende. Es gab keine Hochsprache mehr. Er war der letzte, der letzte Revolvermann. Die anderen waren... Er griff benommen in die Brusttasche und holte ein Goldstück heraus. Die rissige, schorfige Hand griff danach, liebkoste es, hielt es hoch, damit sich der fettige Schein der Petroleumlampe darin spiegelte. Es reflektierte sein stolzes, zivilisiertes Glühen. Golden, rötlich, blutig. Ah! Ein unartikulierter Freudenlaut. Der alte Mann drehte sich wankend um und ging zu seinem Tisch zurück, wobei er die Münze in Augenhöhe hielt, sie drehte, sie blitzen ließ. Der Raum leerte sich rasch. Die Flügeltür schwang wie von Sinnen hin und her. Der Klavierspieler klappte den Deckel des Instruments mit einem Poltern zu und folgte den anderen mit Ausgreifenden, einer komischen, operwürdigen Schritten hin aus. Schepp, schrie die Frau ihm nach und ihre Stimme drückte eine seltsame Mischung aus Angst und Boshaftigkeit aus. Schepp, komm sofort zurück, Gottverdammt! Derweil war der alte Mann zu seinem Tisch zurückgekehrt. Er ließ das Goldstück auf dem abgenutzten Holz kreisen, seine tote, lebendigen Augen folgten ihm mit leerer Faszination. Er ließ sie ein zweites Mal kreisen und ein drittes Mal, da sanken ihm die Lieder herab. Beim vierten Mal sank sein Kopf auf die Tischplatte, bevor die Münze aufgehört hatte, sich zu drehen. So, sagte sie leise und wütend, jetzt haben sie meine Kundschaft vertrieben. Sind sie jetzt zufrieden? Die kommen wieder, sagte der Revolvermann. Heute Abend nicht mehr. Wer ist er? Er deutete auf den Grasesser. Gehen Sie... Sie beendete den Satz, indem sie einen unmöglichen Akt der Masturbation beschrieb. Ich muss es wissen, sagte der Revolvermann geduldig. Er... Er hat komisch mit Ihnen geredet, sagte sie. Nord hat an seinem ganzen Leben noch nicht so gesprochen. Ich suche einen Mann. Sie dürften ihn kennen. Sie sah ihn an und ihr Zorn verrauchte. Er wurde von Grübeln verdrängt, dann von einem aufgekratzten, feuchten Glanz, den er schon früher gesehen hatte. Das baufällige Gebäude ächzte nachdenklich vor sich hin. Weit entfernt bellte plerrend ein Hund, der Revolvermann wartete. Sie sah sein Wissen und der Glanz wurde von Hoffnungslosigkeit verdrängt, von einem dumpfen Verlangen, das sich nicht ausdrücken ließ. Sie kennen meinen Preis, sagte sie. Er sah sie unverwandt an. Im Dunkeln würde die Narbe nicht zu sehen sein. Ihr Körper war so mager, dass Wüste, Sand und Staub nicht alles hatten abnutzen können. Und sie war einmal hübsch gewesen. Vielleicht sogar schön. Nicht, dass das eine Rolle gespielt hätte. Es hätte keine Rolle gespielt, wenn Grabkäfer in der unfruchtbaren Schmerze ihres Schoßes genistet hätten. Es stand alles geschrieben. Sie legte die Hände vor das Gesicht und sie hatte noch immer Flüssigkeit in sich, genug, um zu weinen. Sieh nicht her. Du musst mich nicht so gemein ansehen. Tut mir leid, sagte der rüberer Mann. Ich wollte nicht gemein sein. Das will keiner von euch, schrie sie ihn an. Mach das Licht aus. Sie weinte mit vor's Gesicht geschlagenen Händen. Er war froh darüber, dass sie die Hände vor dem Gesicht hatte. Nicht wegen der Narbe, sondern weil ihr das die Weiblichkeit wiedergab, wenn schon nicht ihren Kopf. Die Nadel, die den Träger ihres Kleides hielt, glitzerte im fettigen Licht. Mach das Licht aus und schließe ab. Wird er etwas stehlen? Nein, flüsterte sie. Dann mach das Licht aus. Sie nahm die Hände erst weg, als sie hinter ihm war und sie löschte die Lampe eine nach der anderen, drehte die Tochter herunter und blies dann die Flammen aus. Sie ergriff seine Hand im Dunkeln und sie war warm. Sie führte nach oben. Dort war kein Licht, ihren Akt zu verbergen. Er drehte im Dunkeln Zigaretten, dann zündete er sie an und gab ihr eine. Ihr Geruch war im Zimmer, frischer Flieder, pathetisch. Der Geruch der Wüste überlagerte ihn, verkrüppelte ihn. Er war wie der Geruch des Meeres. Er stellte fest, dass er sich vor der vor ihm liegenden Wüste fürchtete. Sein Name ist Nord, sagte sie. Die Schroffheit war nicht aus ihrer Stimme geschwunden. Nur Nord. Er ist gestorben. Der Revolvermann wartete. Er wurde von Gott berührt. Der Revolvermann sagte, ich habe ihn nie gesehen. Er war hier, seit ich mich erinnern kann. Nord, meine ich. Nicht Gott. Sie lachte abgehackt ins Dunkel. Er hatte eine Zeit lang einen Honigwagen, fing an zu trinken, fing an Gras zu inhalieren, dann rauchte er es. Die Kinder fingen an, ihm zu folgen und ihre Hunde auf ihn zu hetzen. Er trug alte grüne Hosen, die stanken, verstehst du? Ja. Er fing an, es zu kauen. Zuletzt saß er einfach nur da und aß nichts mehr. In seiner Fantasie hätte er König sein können. Die Kinder hätten seine Hofnarren sein können und die Hunde seine Prinzen. Ja. Er starb direkt hier vor diesem Haus, sagte sie. Er kam den Gehweg entlang gestapft. Seine Stiefel nutzten nicht ab, es waren Mechanikerschuhe. Die Kinder und Hunde hinter ihm her. Er sah wie ein Haufen zusammengewirbelter und eingepackter Drahtkleiderbügel aus. Man konnte sämtliche Lichter der Hölle in seinen Augen sehen, aber er grinste das Grinsen, das Kinder am Abend von Allerheiligen in Kürbisse schnitzen. Man konnte den Schmutz und die Fäulnis und das Gras riechen. Es lief ihm wie grünes Blut aus den Mundwinkeln heraus. Ich glaube, er wollte hereinkommen und Schäpp Klavierspielen hören. Direkt vor der Tür blieb er stehen und legte den Kopf schief. Ich konnte ihn sehen und dachte, er würde eine Kutsche hören, wenngleich planmäßig keiner eintreffen sollte. Dann übergab er sich. Schwarz und voller Blut. Es floss durch das Grinsen wie Abwasser durch ein Gitter. Der Gestank reichte aus, dass man den Verstand hätte verlieren können. Er riss die Arme hoch und kippte einfach um. Das war alles. Er starb mit einem Grinsen im Gesicht, in seinem eigenen Erbrochenen. Sie zitterte neben ihm. Draußen wartete der Wind ein konstantes Heulen und irgendwo weit entfernt schlug eine Tür wie ein im Traum vernommenes Geräusch. Mäuse liefen in den Wänden herum. Der Revolvermann dachte im Hinterkopf, dass dies wahrscheinlich das einzige Haus der Stadt war, das wohlhabend genug war, Mäusen eine Lebensmöglichkeit zu bieten. Er legte eine Hand auf ihren Bauch und sie zog heftig zusammen, doch dann entspannte sie sich. Der Mann in schwarz, sagte er. Du musst es wissen, nicht? Ja. Na gut, ich werde es dir sagen. Sie nahm seine Hand zwischen ihre beiden und sagte es ihm. Er kam am Spätnachmittag des Tages, an dem Nord gestorben war, und der Wind nahm an Heftigkeit zu und wehte die lockere Krume und wirbelnde Staubschleier und entwurzelte Getreidehalme vorbei. Kennedy hatte die Mietstallung abgesperrt und die Kaufleute hatten ihre Fensterläden geschlossen und die Läden mit Brettern vernagelt. Der Himmel hatte die gelbe Farbe von altem Käse und die Wolken flogen darüber hinweg, als hätten sie etwas Grässliches im Ödland der Wüste erblickt, wo sie noch vor kurzem gewesen waren. Er kam mit einem wackeligen Gespann, über dessen Pritsche eine flatternde Plane gespannt war. Sie sah ihn kommen und der alte Kennedy der am Fenster lag und in einer Hand eine Flasche und in der anderen das lose, heiße Fleisch der linken Brust seiner zweitältesten Tochter hielt, beschloss, nicht da zu sein, sollte er klopfen. Aber der Mann in Schwarz ging vorüber, ohne dem Braunen, der sein Gespann zog, ein Ho zuzurufen und die kreisenden Räder wirbelten Staub auf, den der Wind begierig ergriff. Er hätte ein Priester oder Mönch sein können. Er trug eine schwarze Soutane, die von Staub überzuckert war, eine Kapuze bedeckte seinen Kopf und verbargte Gesichtszüge. Sie wehte und flatterte. Unter dem Saum der Kleidung schauten derbe Schnürstiefel mit breiten Kappen hervor. Vor Scheps hielt er an und band das Pferd fest, das den Kopf senkte und den Boden anschnobbte. Er löste eine Ecke der Plane hinten am Gespann, holte eine verwitterte Satteltasche heraus, warf sie sich über die Schulter und trat durch die Schwingtür. Alice betrachtete ihn neugierig, aber niemand sonst bemerkte seine Ankunft. Die anderen waren sturzbetrunken. Schep spielte Methodistenpsalme im Recktime-Stil und die quengelnden Strolche, die früher hereingekommen waren, um dem Sturm zu entkommen und Nordstotenwache beizuwohnen, hatten sich heiser gesungen. Schep, der fast bis zur Besinnungslosigkeit betrunken, berauscht und geil wegen seiner anhaltenden Existenz war, spielte mit hektischem, federballähnlichem Tempo. Seine Finger flogen dahin wie Weberschiffchen. Stimmen kreischten und bellten, sie übertönten den Wind niemals, schienen ihn aber manchmal herauszufordern. In der Ecke hatte Zechary Amy Feldens Röcke über den Kopf geworfen und malte ihr Tierkreiszeichen auf die Knie. Einige andere Frauen gingen im Kreis herum. Alle schienen einen fiebrigen Glanz an sich zu haben. Doch das trübe Leuchten des Sturms, das durch die Flügeltür hereinfiel, schien sie zu verspotten. Nord war auf zwei Tischen in der Mitte des Raumes aufgebracht worden. Seine Stiefel bildeten ein mystisches V. Sein Mund hing zu einem schlaffen Grinsen offen, aber jemand hatte ihm die Augen zugedrückt und Metallstückchen draufgelegt. Seine Hände umschlossen an den halben Teufelsgras und waren auf seiner Brust gefaltet. Ja, auch wie Gift. Der Mann in Schwarz stieß die Kapuze zurück und kam zur Theke. Alice beobachtete ihn und verspürte Bestürzung, verbunden mit dem vertrauten Verlangen, das sich in ihr verbarg. Er hatte kein religiöses Symbol an sich, doch das hatte nichts zu bedeuten. Whisky, sagte er. Seine Stimme war sanft und angenehm. Guten Whisky. Sie griff unter die Theke und holte eine Flasche Star herauf. Sie hätte ihm den hiesigen Gaumen beleidiger als ihre beste Marke andrehen können, aber das tat sie nicht. Sie schenkte ein und der Mann schwarz beobachtete sie. Seine Augen waren groß und leuchtend. Die Schatten waren so dicht, dass man ihre Farbe nicht eindeutig feststellen konnte. Ihr Verlangen wuchs. Hinter ihnen ging das Brüllen und Toben ungebrochen weiter. Shep, der nichtsnutzige Eunuch, spielte von den Soldaten Christy und jemand hatte Tante Mirl zum Singen überredet. Ihre verzerrte und überdrehte Stimme schnitt durch das Murmeln wie eine stumpfe Axt durch Kalbshirn. Hey, Allie! Sie ging hin, um zu bedienen, hasste das Schweigen des Fremden, hasste seine farblosen Augen und ihre eigenen rastlosen Lenden. Sie hatte Angst vor ihrem Verlangen. Es war kapriziös und entzog sich ihrer Kontrolle. Es mochte das Signal für die Wechseljahre sein, die wiederum den Anfang ihres Älterwertens signalisierten, ein Zustand, deren Tal für gewöhnlich so kurz und bitter wie ein Sonnenuntergang im Winter war. Sie zapfte Bier, bis das Fass leer war, dann stach sie ein Häusern. Sie hatte genügend Verstand, Schäpp nicht darum zu bitten. Er würde willig wie ein Hund kommen, mehr war er auch nicht, und sich entweder die Finger abhacken oder das Bier überall verspritzen. Der Blick des Fremden ruhte auf ihr, während sie das alles tat. Sie konnte es spüren. Gut besucht, sagte er, als sie zurückkam. Er hatte seinen Drink nicht angerührt, sondern lediglich zwischen den Handflächen gerollt, um ihn zu wärmen. Totenwache, sagte sie. Ich habe den Verstorbenen gesehen. Taugenichtse, sagte sie vor plötzlichem Hass. Allesamt Taugenichtse. Sie freuen sich. Er ist tot, sie nicht. Als er noch lebte, war er das Ziel ihres Spottes. Es ist nicht recht, dass er auch jetzt noch Ziel ihres Spottes ist. Sie verstummte, weil sie nicht ausdrücken konnte, was es war oder weshalb es obszön war. Grasesser? Ja. Was hat er denn sonst? Ihr Ton war vorwurfsvoll, aber sie senkte den Blick nicht und sie spürte, wie er das Blut ins Gesicht schoss. Tut mir leid, sind Sie Priester? Dies muss sie abstoßen. Bin ich nicht und tut es nicht. Er kippte den Whisky sauber herunter und verzog keine Miene dabei. Noch ein Bitte. Zuerst muss ich die Farbe ihrer Münze sehen, tut mir leid, keine Ursache. Er legte eine große Silbermünze auf die Theke, die an einem Ende dick und am anderen dünn war und sie sagte das, was sie später wiederholen sollte, darauf habe ich kein Wechselgeld. Er schüttelte achtlos den Kopf und sah abwesend zu, wie sie wieder einschränkte. Sind Sie nur auf der Durchreise? fragte sie. Er antwortete lange nicht und sie wollte die Frage gerade wiederholen, als er ungeduldig den Kopf schüttelte. Sprechen Sie nicht von trivialen Dingen, Sie sind hier mit einem Toten. Sie wich verletzt und erstaunt zurück und ihr erster Gedanke war, dass er ihr seine Heiligkeit verschwiegen hatte, um sie auf die Probe zu stellen. Sie haben sich um ihn gekümmert, sagte er unverblümt. Stimmt es nicht? Um wen? Nord? Sie lachte und heuchelte Verdrossenheit, um ihre Verwirrung zu überspielen. Ich glaube, Sie sollten besser, Sie haben ein weiches Herz und ein bisschen Angst, fuhr er fort. Und er war auf Gras und sah zur Hintertür der Hölle heraus. Und jetzt ist er hier. Und Sie haben selbst diese Tür zugeschlagen. Und Sie glauben, dass Sie sie erst wieder aufmachen werden, wenn es für Sie Zeit ist, dort einzutreten. Ist es nicht so? Was sind Sie, betrunken? Mr. Norton tot, intonierte der Mann in schwarzer Donisch, tot wie alle, tot wie Sie und alle anderen. Verlassen Sie mein Lokal! Sie spürte bebende Abscheu in sich emporsteigen, aber von ihrem Unterleib strahlte immer noch Wärme aus. Schon gut, sagte er leise. Schon gut. Warten Sie. warten Sie nur ab. Seine Augen waren blau. Plötzlich verspürte sie eine große geistige Ruhe, als hätte sie eine Droge genommen. Sehen Sie, fragte er sie. Sehen Sie? Sie nickte benommen. Und er lachte laut. Ein prächtiges, kräftiges, unverdorbenes Lachen, bei dem sich Köpfe herumdrehten. Er wirbelte herum und sah sie an, und plötzlich war er durch eine unbekannte Alchemie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geworden. Tante Mürts Stimme versagte und verstummte, ein brüchiger, hoher Ton blutete in die Luft. Schepp schlug einen dissonanten Akkord an und hörte auf zu spielen. Sie sahen den Fremden unbehaglich an. Sand prasselte gegen die Seitenwände des Hauses. Die Stille dauerte an, breitete sich aus. Der Atem stockte ihr in der Kehle und sie sahen sich hinab und stellte fest, dass sie unter der Theke beide Hände an den Unterleib gepresst hatte. Sie sahen ihn alle an und er sah sie an. Dann ertönte das Lachen wieder, kräftig, volltönend und unbestreitbar. Aber es bestand kein Drang, mit ihm zu lachen. Ich werde euch ein Wunder zeigen, rief er ihnen zu. Aber sie sahen ihn nur wie gehorsame Kinder an, die mitgenommen worden waren, um einen Zauberkünstler zu sehen, an den sie aufgrund ihres Alters nicht mehr glauben konnten. Der Mann in schwarz sprang vorwärts, und Tante Mill wich vor ihm zurück. Er grinste diabolisch und schlug geheftig auf den feisten Bauch. Ein kurzes, unabsichtliches Kichern entrang sich ihr und der Mann in schwarz warf den Kopf zurück. Es ist besser, nicht? Tante Mill kicherte erneut, brach plötzlich in Schluchzen aus und floh durch die Tür. Die anderen verfolgten ihren Abgang stumm. Der Sturm fing an. Schatten folgten einander und schwollen auf dem weißen Zyklorame des Himmels an und ab. Ein Mann beim Klavier, der ein vergessenes Bier in der Hand hielt, gab einen stöhnenden, grinsenden Laut von sich. Der Mann in schwarz stand über Nord und grinste auf ihn herab. Der Wind heulte und kreischte und tobte. Etwas Großes prallte an die Seitenwand des Hauses und wirbelte davon. Einer der Männer an der Theke riss sich los und ging mit schlingernden und grotesken Schritten hinaus. Dann er krachte in plötzlichen trockenen Seifen. Also gut, grinste der Mann in schwarz. Also gut, fangen wir an. Er fing an Nordens Gesicht zu spucken, wobei er sorgfältig zielte. Die Spucke glitzerte auf seiner Stirn und lief die glatte Hakenase hinunter. Ihre Hände unter der Theke arbeiteten heftiger. Schäpp lachte wie ein Irrer und klappte zusammen. Er fing an Schleim zu husten, große Klumpen, die er ungeniert ausspie. Der Mann in schwarz berüllte zustimmend und schlug ihm auf den Rücken. Schäpp grinste, ein Goldzahn funkelte. Einige gingen, andere bildeten einen lockeren Kreis um Nord. Auf dem Gesicht und den Harnenkamm falten von Doppelkinn, Hals und Brust glänzte Flüssigkeit, Flüssigkeit, die in diesem trockenen Land so wertvoll war. Und plötzlich hörte es auf, wie auf ein Grundzeichen. Man hörte abgehacktes, keuchendes Atmen. Plötzlich schnellte der Mann in schwarz über den Leichnam. Er machte eine Hechtbeuge, die zu einem anmutigen Bogen geriet. Es war schön, wie ein Wasserstrahl. Er landete auf den Händen, sprang mit einer Drehung auf die Beine, grinste und schnellte wieder zurück. Einer der Zuschauer vergaß sich selbst, applaudierte und wich plötzlich mit von Entsetzen umwölkten Augen zurück. Er schlug eine Hand vor den Mund und hastete zur Tür. Als der Mann in schwarz zum dritten Mal über ihn sprang, zuckte Nord zusammen. Ein Geräusch lief durch die Menge. Ein Raunen. Dann waren sie wieder still. Der Mann in schwarz warf den Kopf zurück und heulte. Seine Brust bewegte sich mit einem raschen, flachen Rhythmus, während er die Luft einsog. Er sprang immer schneller hin und her und glitt über Nords Leichnam wie Wasser, das von einem Glas in ein anderes gegossen wird. Die einzigen Geräusche in dem Raum waren das reißende Keuchen seines Atems und der anschwellende Pulsschlag des Sturms. Nord machte einen trockenen, tiefen Atemzug. Seine Hände zitterten und klopften unablässig auf die Tischplatte. Shep keischte und lief hinaus. Eine der Frauen folgte ihm. Der Mann in schwarz sprang noch zweimal, dreimal. Jetzt vibrierte der ganze Leichnam, er zitterte und klopfte und zuckte. Der Gestank von Fäulnis und Exkrementen und Verwesung stieg in erstickenden Wogen auf. Er schlug die Augen auf. Alice spürte, wie ihre Füße sie nach hinten stießen. Sie pallte gegen den Spiegel, der wackelte und blinde Panik überkam sie. Sie ging durch wie ein junger Stier. Ich habe es Ihnen bewiesen, rief ihr der Mann in schwarz keuchend nach. Jetzt können Sie beruhigt schlafen. Nicht einmal das ist unumkehrbar, obwohl es so gottverdammt komisch ist. Und er fing wieder an zu lachen. Das Geräusch verhallte, während sie die Treppe hinaufstürzte und erst innehielt, als die Tür zu den drei Zimmern über dem Schrankraum verriegelt war. Dann fing sie an zu kichern und wippte hinter der Tür auf den Fersen hin und her. Das Geräusch schwollt seinem scharfen Wimmern an, das mit dem Wind verschmolz. Unten schlenderte Nordgeistes abwesend in den Sturm hinaus, um sich etwas Gras zu zupfen. Der Mann in schwarz, der mittlerweile der einzige Gast in der Bar war, sah ihm immer noch grinsend nach. Als sie sich in diesem Abend zwang, wieder nach unten zu gehen, mit einer Lampen und einem schweren Stück Feuerholz in der anderen Hand, war der Mann in schwarz, samt gespann und allem verschwunden. Aber Nord war da. Er saß am Tisch neben der Tür, als wäre er nie weg gewesen. Er hatte den Geruch von Gras an sich, aber nicht so stark, wie sie erwartet hatte. Er sah zu ihr auf und lächelte schüchtern. Hallo, Ali. I don't know. Sie legte das Feuerholz weg und fing an, die Lampen anzuzünden, freilich, ohne ihm den Rücken zuzuwenden. Ich wurde von Gott berührt, sagte er schließlich. Ich werde nicht mehr sterben, das hat er mir gesagt. Es war ein Versprechen. Wie schön für dich, Nord. Der Fidibus, den sie hielt, fiel aus den zitternden Fingern. Sie hob ihn wieder auf. Ich würde gar mit dem Graskauen aufhören, sagte er. Es macht mir keinen Spaß mehr. Es scheint für einen Mann, der von Gott berührt worden ist, nicht richtig zu sein, das Gras zu kauen. Warum hörst du da nicht auf? Ihr Zorn verleitete sie überraschenderweise dazu, ihn wieder als einen Menschen anzusehen, nicht als ein teuflisches Wunder. Sie sah ein recht traurig aussehendes Exemplar, das nur halb berauscht war und zerknirscht und beschämt aussah. Sie konnte keine Angst mehr vor ihm haben. Ich zittere, sagte er, und ich will es haben. Ich kann nicht aufhören. Ali, du warst immer so gut zu mir. Er fing an zu weinen. Ich kann nicht einmal aufhören, mir in die Hose zu machen. Sie ging zu dem Tisch und blieb dort zögernd und unsicher stehen. Er hätte machen können, dass ich es nicht mehr haben will, sagte er unter Tränen. Das hätte er tun können, wenn er mich wieder zum Leben erwecken konnte. Ich beschwere mich nicht, ich will mich nicht beschweren. Er saß sich gehetzt um und flüsterte, er könnte mich töten, wenn ich es tun würde. Vielleicht ist es ein Witz. Er schien einen eigenartigen Sinn für Humor zu haben. Nord griff nach seinem Beutel, der im Hemd baummelte und holte eine Handvoll Gras heraus. Sie schlug es ohne nachzudenken weg und zog dann entsetzt die Hand zurück. Ich kann nichts dafür, Ali. Ich kann nichts. Und er verführte einen gebrechlichen Sprung nach dem Beutel. Sie hätte ihn aufhalten können, aber sie unternahm keinen Versuch. Sie machte sich wieder daran, die Lampen anzuzünden. Sie war müde, wenngleich der Abend noch kaum angefangen hatte. Doch an diesem Abend kam niemand, außer dem alten Kennerli, der alles verpasst hatte. Er schien nicht besonders überrascht zu sein, Nord zu sehen. Er bestellte ein Bier, erkundigte sich, wo Schäpp war und begrabschte sie. Am nächsten Tag war fast alles wieder beim Alten, doch die Kinder hatten aufgehört, Nord zu folgen. Am Tag danach fingen die Spottrufe wieder an. Das Leben war zu seiner liebgewordenen Routine zurückgekehrt. Die Kinder sammelten das entwurzelte Getreide ein und eine Woche nach Nords Auferstehung verbrannten sie es auf der Straße. Das Feuer brannte einen Augenblick lichterloh und die meisten Besucher der Bar traten oder schwankten heraus, um zuzusehen. Sie sahen primitiv aus. Ihre Gesichter schienen zwischen den Flammen und der eiskristallklaren Brillanz des Himmels zu schweben. Ellie betrachtete sie und verspürte ein Aufflackern vorübergehender Verzweiflung ob der traurigen Zeiten, die über die Welt gekommen waren. Die Dinge waren zerfallen. Es war kein Leim mehr im Zentrum der Dinge. Sie hatte nie das Meer gesehen, würde es nie sehen. Wenn ich den Mumm hätte, murmerte sie. Wenn ich den Mumm, Mumm, Mumm hätte. Nord hob den Kopf, als sie ihre Stimme hörte und lächelte sie aus der Hölle heraus nichtsagend an. Sie hatte keinen Mumm, nur eine Bar und eine Narbe. Das Feuer brannte rasch nieder und ihre Kunden kamen wieder herein. Sie fing an, sich Star Whisky einzuschenken und um Mitternacht war sie sturzbetrunken. Sie beendete ihre Geschichte und da er nicht gleich antwortete, glaubte sie zuerst, ihre Schilderung hätte ihn in den Schlaf gewogen. Sie fing schon selbst an zu dösen, als er sagte, ist das alles? Ja, es ist alles, es ist schon sehr spät. Ah, er drehte sich eine neue Zigarette. Mach mir bitte keine Tabakskrümel ins Bett, sagte sie heftiger, als sie gewollt hatte. Nein, wieder schweigen. Die Glut seiner Zigarette loderte auf und nieder. Du wirst morgen früh weiterziehen, sagte sie düster. Ich sollte. Ich glaube, er hat hier eine Falle für mich zurückgelassen. Geh nicht, sagte sie. Wir werden sehen. Er drehte sich auf die Seite weg von ihr, aber sie war beruhigt. Er würde bleiben. Sie düste ein. Auf der Schwelle zum Schlaf dachte sie noch einmal daran, wie Nord ihn angesprochen hatte, in dieser seltsamen Sprache. Davor und danach hatte sie ihn keinerlei Gefühle mehr ausdrücken gesehen. Selbst sein Geschlechtsakt war eine stumme Angelegenheit gewesen. Und erst ganz zuletzt war sein Atem heftiger gegangen und hatte dann eine Minute fast ganz aufgehört. Er war wie etwas aus einem Märchen oder einem Mythos. Der letzte seiner Art in einer Welt, die die letzte Seite ihres Buches schrieb. Das alles war unwichtig. Er würde eine Weile bleiben. Morgen war genügend Zeit zum Nachdenken. Oder übermorgen. Sie schlief ein. Am Morgen kochte sie ihm Grütze, die er kommentarlos aß. Er schaufelte sie sich in den Mund, ohne an sie zu denken. Ja, er sah sie kaum. Er wusste, er sollte weiterziehen. Mit jeder Minute, die er hier saß, entfernte sich der Mann in Schwarz weiter von ihm. Wahrscheinlich war er inzwischen schon in der Wüste. Sein Weg hatte ihn unbeirrbar nach Süden geführt. »Hast du eine Karte?« fragte er sie plötzlich und sah auf. »Von der Stadt?« Sie lachte. »Die ist nicht so groß, dass man eine Karte brauchen würde. Nein, von dem, was südlich von hier liegt.« Hier lächeln erlosch. »Die Wüste.« »Nur die Wüste.« »Ich dachte, du würdest eine Weile bleiben. Was liegt südlich von der Wüste?« »Worher soll ich das wissen?« »Niemand durchquert sie.« »Seit ich eben hat es niemand versucht.« Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab, nahm Topflappen und schüttete den Topf mit Wasser, das sie heiß gemacht hatte, ins Spülbecken, wo es spritzte und dampfte. Er stand auf. »Wohin gehst du?« Sie hörte die schrille Angst in ihrer Stimme und hasste sie. »Zum Mietstall. Wenn es jemand weiß, dann der Stallknecht.« Er legte ihr die Hände auf die Schultern. Die Hände waren warm. »Und um mich um ein Maultier zu kümmern. Wenn ich hier bleibe, sollte sich jemand darum kümmern. bis ich wieder gehen muss. Aber noch nicht.« Sie sah zu ihm auf. »Aber hüte dich vor diesem Kennerli. Wenn er nichts weiß, dann erfindet er etwas.« Als er gegangen war, wandte sie sich dem Spülbecken zu und spürte das heiße, warme Fließen ihrer Tränen der Dankbarkeit. Kennerli war zahnlos und unangenehm und mit Töchtern und mit Töchtern geschlagen. Zwei Halb-Erwachsene sahen den Revolvermann aus dem staubigen Schatten der Stallung heraus an. Ein Baby sabberte glücklich im Staub. Eine, die schon erwachsener war, blond, schmutzig, sinnlich, betrachtete ihn mit abwägender Neugier, während sie mit der ächzenden Pumpe neben dem Gebäude Wasser pumpte. Der Stallknecht kam ihm auf halbem Weg zwischen seinem Unternehmen und der Straße entgegen. Sein Benehmen schwankte zwischen Feindseligkeit und einer Art Feigenkriechens, wie ein Straßenköter, der zu oft getreten worden war. »Es ist versorgt«, sagte er, und bevor der Revolvermann antworten konnte, wandte sich Kennerli seiner Tochter zu, »Geh ins Haus, Subi. Mach zum Teufel, dass du ins Haus kommst!« Subi schleppte ihren Eimer mürsch auf den an die Stallung angrenzenden Schuppen. Sie meinten das Maultier. »Ja, Sir. Ich habe schon eine ganze Weile kein Maultier mehr gesehen. Gab mir Zeit, da wuchsen sie wild, so viel man haben wollte. Aber die Welt hat sich weiter gedreht. Hab nur ein paar Ochsen und die Kutschenpferde gesehen und »Subi, bei Gott, ich prügel dich windelreich!« »Ich beiße nicht«, sagte der Revolvermann freundlich. Kennerli wandte sich ein wenig. »Hat nichts mit Ihnen zu tun.« »Nein, Sir, das hat nichts mit Ihnen zu tun.« Er grinste anzüglich. »Sie ist nur von Natur aus einfältig. Sie hat den Teufel im Leib. Sie ist wild.« Seine Augen wurden dunkel. »Die letzten Tage brechen an, Mister. Sie wissen, wie es in der Schrift geschrieben steht. »Kinder werden ihren Eltern nicht mehr gehorchen, und eine Seuche wird über die Massen kommen.« Der Revolvermann nickte. Dann deutete er nach Süden. »Was ist da drüben?« Kennerli grinste erneut und dann blöste Zahnfleisch um ein paar lockere gelbe Zähne. »Grenzbewohner, Gras, Wüste, was sonst?« Er kicherte und sein Blick maß den Revolvermann kalt. »Wie groß ist die Wüste?« »Groß.« Kennerli bemühte sich ernst, da hinzuschauen. »Vielleicht dreihundert Meilen, vielleicht tausend, kann ich Ihnen nicht sagen, Mister. Da draußen gibt es nichts, abgesehen von Teufelsgras und möglicherweise Dämonen. Der andere Bursche ist dorthin gegangen, derjenige, der Norti wiederhergestellt hat, als er krank war.« »Krank?« »Ich habe gehört, dass er tot war.« Kennerli grinste weiter. »So, so, vielleicht. Aber wir sind erwachsene Menschen, nicht.« »Aber sie glauben an Dämonen.« Kennerli sah beleidigt rein. »Es ist etwas ganz anderes.« Der Revolvermann nahm den Hut ab und wischte sich über die Stirn. Die Sonne war heiß und brannte unablässig herunter. Kennerli schien es nicht zu bemerken. Im dünnen Schatten der Stallung schmierte sich das Baby ernst Schmutz ins Gesicht. »Sie wissen nicht, was nach der Wüste kommt.« Kennerli zuckte die Achseln. »Irgendjemand wird es schon wissen. Vor fünfzig Jahren ist die Kutsche durch einen Teil hindurchgefahren,« hat mein Papa gesagt. Er sagte, »dort seien Berge.« Andere sprechen von einem Ozean, einem grünen Ozean mit Monstern. Und manche sagen, »dort sei das Ende der Welt.« »Dort sei nichts anderes als Lichter, die einen Menschen blind machen.« »Und das Antlitz Gottes mit offenem Mund, um sie aufzufressen.« »Dummes Zeug,«« sagte der Revolvermann kurz angebunden. »Sicher!« heulte Kennerli eilfertig. Der Katz buckelte erneut, hasste, fürchtete, wollte gefällig sein. »Kümmern Sie sich darum, dass mein Maultier versorgt ist.« Da schnippte Kennerli eine weitere Münze zu, die Kennerli im Flug auffing. »Klar!« »Bleiben Sie noch eine Weile?« »Könnte sein.« »Diese Allie ist verdammt nett, wenn sie es sein will.« »Was?« »Haben Sie was gesagt?«, fragte der Revolvermann geistesabwesend. Plötzlich dämmerte Entsetzen in Kennerlis Augen, gleich Zwillingsmonden, die über dem Horizont aufgehen. »Nein, Sir! Kein Wort! Nun, es tut mir leid. Ähm, falls doch!« Er erblickte Subi, die sich aus dem Fenster herauslehnte und wirbelte zu ihr herum. »Jetzt prüglich dich, Windel! Weich, du kleine Schlampe! Bei Gott, ich...« Der Revolvermann ging davon. Er wusste, dass sich Kennerli umgedreht hatte, um ihm nachzusehen. Und er wusste, dass er jetzt herumwirbeln und einige wahre und unverholene Empfindungen auf das Gesicht des Stahlknechtes destilliert sehen konnte. Er ließ es sein. Es war heiß. Die einzige Gewissheit der Wüste war ihre Größe. Und in dieser Stadt war nun nicht alles überstanden. Noch nicht. Sie lagen im Bett, als Schepp die Tür auftrat und mit dem Messer hereinkam. Es war vier Tage her und sie waren wie hinter einem blendenden Dunst vergangen. Er aß, er schlief, er machte Sex mit Ellie. Er fand heraus, dass sie die Fiedel spielte und er ließ sie für sich spielen. Sie saß im milchigen Licht des Tagesanbruchs am Fenster und spielte stockend etwas, das gut gewesen wäre, wenn sie mehr Übung gehabt hätte. Er verspürte eine wachsende, wenn auch seltsam geistesabwesende Zuneigung für sie und dachte, dass dies die Falle sein könnte, die der Mann in Schwarz für ihn zurückgelassen hatte. Er las trockene und vergilbte alte Ausgaben von Zeitschriften mit verblichenen Bildern. Er dachte kaum an irgendetwas. Er hörte den kleinen Klavierspieler nicht heraufkommen. Seine Reflexe hat nachgelassen. Auch das schien nicht wichtig zu sein, wenngleich es ihm andernorts und zu einer anderen Zeit sehr erschreckt hätte. Ellie war nackt, das Laken unter ihrer Brüste gesunken, und sie hatte sich gerade auf den Liebesakt vorbereitet. Bitte, sagte sie, ich möchte es wie vorhin, ich möchte... Die Tür flog hachend auf und der Klavierspieler machte einen lächerlichen, x-beinigen Spurt zum Gegner. Ellie schrie nicht, obgleich Schäpp ein 25 Zentimeter langes Tranchiermesser in der Hand hatte. Schäpp gab ein Geräusch von sich, ein unartikuliertes Brabbeln. Er hörte sich an wie ein Mann, der in einem Eimer voll Schlamm ertränkt wird. Er stieß das Messer mit beiden Händen herab und der Revolvermann packte seine Handgelenke und drehte sie herum. Das Messer flog davon. Schäpp stieß einen schrillen, kreischenden Laut aus wie eine rostige Tür. Seine Hände flatterten mit marionettengleichen Bewegungen. Beide Handgelenke waren gebrochen. Der Wind schmirgelte gegen das Fenster. Ellie's leicht matter und verzerrter Spiegel an der Wand reflektierte das Zimmer. Sie gehört mir, er weinte. Sie gehört mir zuerst. Mir! Ellie sah ihn an und stieg aus dem Bett. Sie legte sich eine Decke um und der Revolvermann empfand einen Augenblick Mitleid mit dem Mann, der sich selbst ausgestoßen von dem, was er einst besessen hatte, sehen musste. Er war nur ein kleiner Mann und ohnmächtig. Es war für dich, schluchzte Schäpp. Es war nur für dich, Ellie. Du kamst zuerst und es war alles für dich. Ich, oh Gott, Güte, oh Gott! Die Worte lösten sich in einem Krampf der Undeutlichkeit auf, danach in Tränen. Er wippte hin und her und hielt die gebrochenen Arme an den Bauch. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Lass mal sehen. Sie kniete neben ihn. Gebrochen. Schäpp, du Arschloch! Hast du nicht gewusst, dass du nicht kräftig bist? Sie half ihm auf die Beine. Er versuchte, die Hände vor das Gesicht zu halten, aber sie gehorchten ihm nicht und er weinte unverhohlen. Komm rüber zum Tisch und lass mich sehen, was ich tun kann. Sie führte ihn zum Tisch und schiente die Handgelenke mit Ästen aus der Feuerholzkiste. Er weinte schwach und ohne Willenskraft und ging hinaus, ohne sich noch einmal umzusehen. Sie kam wieder zum Bett. Wo waren wir stehen geblieben? Nein, sagte er. Sie sagte geduldig. Du hast es gewusst. Man kann nichts machen. Und was bleibt uns sonst? Sie berührte seine Schulter. Ich bin froh, dass du so stark bist. Nicht jetzt, sagte er mit belegter Stimme. Ich kann dich stark machen. Nein, sagte er. Das kannst du nicht. Am nächsten Abend war die Bar geschlossen. Es war das, was in Tal als Sabbat galt. Der Revolvermann ging zu der winzigen, windschiefen Kirche beim Friedhof, während Ali die Tische mit starkem Desinfektionsmittel abhischte und die Schirme der Petroleumlampe mit Seifenlauge spülte. Eine seltsame purpurne Dämmerung hatte sich herabgesinkt und von der Straße aus gesehen sah die innen erleuchtete Kirche beinahe wie ein Hochofen aus. Ich gehe nicht mit, hatte Ali kurz angebunden gesagt. Die Frau, die predigt, hat eine vergiftete Religion. Sollen die Ehrbaren hingehen? Er stand im Schatten des Einganges und sah hinein. Die Bänke waren entfernt worden. Die Gemeinde stand. Er sah Kennerly und seine Brut, Karstner, den Besitzer des bescheidenen Konservenladens in der Stadt und seine knochige Frau, ein paar Barbesucher, ein paar Stadtfrauen, die er vorher noch nie gesehen hatte und überraschenderweise Schepp. Sie sangen abgehakt und a cappella einem Psalm. Er sah die Frau auf der Kanzel, die wie ein Gebirge wirkte, erstaunt an. Ali hatte gesagt, sie lebt allein und besucht kaum jemanden, kommt nur an Sonntagen heraus, um das Höllenfeuer zu servieren. Ihr Name ist Sylvia Pitsen. Sie ist verrückt, aber sie hat sie in ihrem Bann. Sie wollen es so. Es passt zu ihnen. Keine Beschreibung konnte die Leibesfülle der Frau einfangen. Brüste wie Erdwelle, eine gewaltige Säule von einem Hals, gekrönt von einem teigigen, weißen Mond, von einem Gesicht, in dem Augen blinzelten, die so riesig und so dunkel waren, dass sie wie grundlose Bergseen wirkten. Ihr Haar hatte eine wunderbar kräftige, dunkelbraune Farbe und war auf dem Kopf zu einer beiläufigen, irren Hochfrisur aufgetürmt. Es wurde von einer Haarnadel gehalten, die so groß war, dass sie ein Fleischspieß hätte sein können. Sie trug ein Kleid, das aus Sackleinwand gemacht zu sein schien. Die Arme, die das Gesangbuch hielten, waren Balken. Ihre Haut war milchig, makellos, herrlich. Er dachte, dass sie über 300 Pfund wiegen müsste. Er verspürte ein plötzliches, rotglühendes Verlangen nach ihr, das ihn erzittern ließ, und er wandte den Kopf ab und sah weg. Gehen wir alle zum Fluss hinab, dem wunderbaren, dem wunderbaren Fluss. Gehen wir alle zum Fluss hinab, dem Fluss beim Reiche Gottes. Der letzte Ton der letzten Strophe verklang. Es folgte ein Augenblick des Blätterns und Hustens. Sie wartete. Als sie zur Ruhe gekommen waren, breitete sie die Hände über ihnen aus, als wollte sie sie segnen. Es war eine beschwörende Geste. Meine lieben kleinen Brüder und Schwestern in Christus. Das war ein quälender Satz. Der Revolvermann verspürte einen Augenblick gemischte Gefühle von Nostalgie und Furcht, verbunden mit einem unheimlichen Gefühl des Déjà-vu. Er dachte, ich habe das geträumt. Wann? Er schüttelte den Gedanken ab. Das Publikum, alles in allem vielleicht 25 Personen, war totenstill geworden. Das Thema unserer heutigen Meditation ist der Versucher. Ihre Stimme klang lieblich, melodiös. Die Sprechstimme eines ausgebildeten Soprans. Ein leises Rascheln lief durch das Publikum. Mir ist, sagte Sylvia Pizzen nachdenklich, mir ist, als würde ich jeden in der Schrift persönlich kennen. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren fünf Bibeln abgenutzt und zahllose davor. Ich mag die Geschichte und ich mag die Personen der Geschichte. Ich ging Arm in Arm mit Daniel in der Löwengrube. Ich stand neben David, als er von der im Teich badenden Batzeba in Versuchung geführt wurde. Ich war mit Schadrach, Meschach und Abednego im Feuerofen. Ich erschlug 2000 mit Samson und wurde mit Paulus auf der Straße nach Damaskus geblendet. Ich weinte mit Maria auf dem Berg Golgatha. Ein leises, zischlendes Seufzen im Publikum. Ich habe sie gekannt und geliebt. Es gibt nur einen, einen, sie hielt einen Finger hoch, einen Mitspieler im größten aller Dramen, den ich nicht kenne, nur einen, der mit im Schatten verborgenem Gesicht draußen steht, nur einen, der meinen Leib erzittern und meine Seele verzagen lässt. Ihn fürchte ich. Ich kenne seine Gedanken nicht. Und ich fürchte ihn. Ich fürchte den Versucher. Wieder ein Seufzen. Eine Frau hatte die Hand vor den Mund geschlagen, als wollte sie einen Laut unterdrücken und wippte, wippte. Der Versucher, der als Schlange auf dem Bauch von Eva kam und grinste und sich wandte, der Versucher, der unter den Kindern Israel wandelte, während Moses auf dem Berg war, der ihnen einflüsterte, ein Götzenbild aus Gold zu machen, ein goldenes Kalb und es mit Schmutz und Hurerei anzubeten, stöhnen, nicken. Der Versucher, er stand mit Jezabel auf dem Balkon und sah zu, wie König Ahas schreiend in den Tod stürzte und er und sie grinsten, als die Hunde sich versammelten und sein Lebensblut aufleckten. Oh, meine kleinen Brüder und Schwestern, haltet aus, schau nach dem Versucher! Ja, ja, oh Jesus! Der Mann, den der Revolvermann als Ersten gesehen hatte, als seine Stadt kam, der mit dem Strohhut. Er ist immer da gewesen, meine Brüder und Schwestern, aber ich kenne seine Gedanken nicht und ihr kennt seine Gedanken nicht. Wer könnte die schreckliche Dunkelheit begreifen, die dort wirbelt, den Stolz, der einem Bollwerk gleicht, die titanische Blasphilmie, die unheilige Wonne und den Wahnsinn, den zyklopischen, stammelnden Wahnsinn, der durch die grässlichsten Verlangen und Begierden der Menschheit geht und kriecht und sich windet. Oh, Jesus, Jesus, Erlöser! Er war es, der unseren Herrn auf den Berg führte. Ja! Er war es, der ihnen Versuchung führte und ihm die ganze Welt und die Freuden der Welt zeigte. Ja! Er wird zurückkehren, wenn die letzten Tage der Welt anbrechen. Und sie werden anbrechen, meine Brüder und Schwestern. Könnt ihr sie spüren? Ja! Die Gemeinde wurde zu einem wogenen, schluchzenden Meer. Die Frau schien auf alle und keinen zu deuten. Er wird als der Antichrist kommen, um die Menschen in die lodernden Eingeweide der Verdammnis zu führen, zum blutigen Ende des Bösen. Wenn der Stern unheilstrahlend am Himmel steht, wenn Galle die Eingeweide der Kinder zerfrisst, wenn der Schoß der Weiber ungeheuer gebiert, wenn des Menschen Werke zu Blut werden. Oh Gott! Eine Frau fiel zu Boden. Ihre Füße trampelten auf das Holz. Einer ihrer Schuhe flog davon. Er ist es, der hinter jeglicher Fleischeslust steht. Er! Der Versucher! Ja! Ja! Ein Mann sank auf die Knie und hielt sich den Kopf und kreischte. Wenn ihr trinkt, wer hält die Flasche? Der Versucher! Wenn ihr euch an einen Pharo oder Watch-Me-Tisch setzt, wer dreht die Karten um? Der Versucher! Wenn ihr im Fleische eines anderen Leibes wütet, wenn ihr euch selbst befleckt, wem verkauft ihr dann eure Seele? Ver dem? Oh Jesus! Sucher! Ja! Ja! Und wer ist er? Schrie sie. Aber ruhig im Inneren. Er konnte die Ruhe, die Meisterschaft, die Beherrschung, die Überlegenheit spüren. Er dachte plötzlich mit ein Setzen und unerschütterlicher Gewissheit, er hat einen Dämon in ihr gelassen. Sie ist besessen. Und er spürte durch seine Angst hindurch wieder das heiße Wallen sexuellen Verlangs. Der Mann, der sich den Kopf hielt, sprang auf und stolpede nach vorne. Ich bin in der Hölle! schrie er zu ihr hinauf. Sein Gesicht zuckte und wandte sich, als würden Schlangen unter der Haut kriechen. Ich habe die Ehe gebrochen! Ich habe gespielt! Ich habe Gras geraucht! Ich habe gesündigt! Aber seine Stimme schwoll zu einem grässlichen, hysterischen Wimmern an, das die Artikulation zunichte machte. Er hielt sich den Kopf, als könnte er jeden Moment wie eine überreife Melone platzen. Das Publikum verstummte, als wäre ein Zeichen gegeben worden. Sie erstarrten in ihren beinahe erotischen, ekstatischen Haltungen. Silvia Pizzen griff ihn ab und berührte seinen Kopf. Die Schreie des Mannes hörten auf, als ihre kräftigen, weißen, makellosen und sanften Finger durch sein Haar strichen. Er sah benommen zu ihrem Por. Wer war bei dir, als du gesündigt hast, fragte sie. Ihre Augen sahen in seine. Sie waren so tief, so sanft, so kalt, dass man drin ertrinken konnte. Der, der Versucher, der wie genannt wird, der Satan genannt wird, ein austriefendes Lüstern, wirst du entsagen, eifrig, ja, 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 oh mein Erlöser, Jesus, ja! Sie wiegte seinen Kopf. Er sah sie mit den leeren, glänzenden Augen eines Fanatikers an. Wenn er durch diese Tür dort kommen würde, sie hämmerte einen Finger in den Schatten des Einganges, wo der Revolvermann stand, würdest du vor seinem Angesicht entsagen, beim Namen meiner Mutter, glaubst du an die ewige Liebe von Jesus Christus? Er fing an zu weinen, worauf du pissen kannst, dann vergibt er dir, Johnson, Lobet den Herrn, sagte Johnson, immer noch weinend. Ich weiß, dass er dir vergibt, ebenso wie ich weiß, dass er die Reuelosen aus seinem Palast in den Ort der brennenden Dunkelheit verstoßen wird. Lobet den Herrn, die ausgelaugte Gemeinde sprach es feierlich aus, ebenso wie ich weiß, dass dieser Versucher, dieser Satan, dieser Herr, der Fliegen und Schlangen niedergeworfen und zerschmettert werden wird. Wirst du ihn zerschmettern, wenn du ihn siehst, Johnson? Ja, und Lobet den Herrn, weinte Johnson. Werdet ihr ihn zerschmettern, wenn ihr ihn seht, Brüder und Schwestern? Ja, ja, befriedigt, wenn ihr ihn morgen die Hauptstraße entlang schlendern seht, Lobet den Herrn! Gleichzeitig zog sich der beunruhigte Revolvermann von der Eingangstür zurück und machte sich auf den Weg in die Stadt. Der klare Geruch der Wüste hing in der Luft. Es war beinahe Zeit, weiterzuziehen. Beinahe. Wieder im Bett. Sie wird dich nicht empfangen, sagte Ellie. Sie klang ängstlich. Sie empfängt niemanden. Sie kommt nur am Sonntagabend heraus, um allen eine Heidenangst zu machen. Wie lange ist sie schon hier? Seit zwölf Jahren oder so. Sprechen wir nicht von ihr. Woher kamen sie? Aus welcher Richtung? Ich weiß nicht. Sie log. Ellie. Ich weiß nicht. Ellie. Also gut. Sie kam von den Grenzbewohnern aus der Wüste. Das dachte ich mir. Er entspannte sich ein wenig. Wo wohnt sie? Ihre Stimme sank an Lautstärke. Wirst du mich lieben, wenn ich's dir sage? Du kennst die Antwort drauf. Sie seufzte. Es war ein alter, vergibter Laut, als würde man Seiten umblättern. Sie hat ein Haus jenseits des Hügels hinter der Kirche. Eine kleine Hütte. Dort wohnte der... der echte Pfarrer, bevor er ausgezogen ist. Ist das genug? Bist du jetzt zufrieden? Nein. Noch nicht. Und er wälzte sich auf sie. Es war der letzte Tag und das wusste er. Der Himmel hatte die hässlich-purpurne Farbe einer Prellung und wurde von den ersten Ausläufern der Dämmerung auf unheimliche Weise von oben gefärbt. Ellie schlich herum wie ein Gespenst, zündete Lampen an, wendete die Getreideschnitten, die in der Pfanne brutzelten. Er hatte brutal mit ihr geschlafen, nachdem sie ihm gesagt hatte, was er wissen wollte. Und sie hatte das bevorstehende Ende gespürt und mehr gegeben, als sie jemals zuvor gegeben hatte. Und sie hatte es in der heraufziehenden Dämmerung voller Verzweiflung gegeben, hatte es mit der unermüdlichen Energie einer 16-Jährigen gegeben. Aber heute Morgen war sie blass und wieder am Rande des Klimakteriums. Sie servierte ihm wortlos. Er aß hastig, kauerte, schluckte, ließ jedem Bissen heißen Kaffee folgen. Ellie ging zur Flügeltür und seinen Morgen hinaus zu dem stummen Bataillon in langsamer Wolken. Heute wird es sich bedecken. Überrascht mich nicht. Bist du jemals überrascht? fragte sie ironisch, drehte sich um und sah ihm zu, wie er den Hut nahm. Er setzte ihn auf und ging an ihr vorbei. Manchmal, sagte er zu ihr. Er sah sie nur noch einmal lebend wieder. Als er Sylvia Pitzens Hütte erreichte, war der Wind vollkommen erstorben und die ganze Welt schien zu warten. Er war lange genug im Wüstengebiet, dass er wusste, je länger die Ruhe, desto heftiger würde der Wind sein, wenn er schließlich beschloss zu wehen. Ein seltsam fahles Licht lag über allem. An der Windschiefen und müden Tür der Hütte war ein großes Holzkreuz festgenagelt. Er klopfte und wartete. Keine Antwort. Er klopfte noch einmal. Keine Antwort. Er schritt zurück und trat die Tür mit einem heftigen Tritt des rechten Fußes ein. Drinnen wurde ein kleiner Riegel herausgerissen. Die Tür schlug gegen eine schlampig getäfelte Wand und ängstigte Ratten, die fiepsend flohen. Sylvia Pitzens saß in der Diele, saß auf einem gigantischen Hartholzschaukelstuhl und sah ihn mit ihren großen, dunklen Augen ruhig an. Das Licht des Sturms fiel in grässlichen Halbtönen auf ihr Gesicht. Sie trug einen Schal. Der Schaukelstuhl gab leise, quietschende Geräusche von sich. Sie sahen einander einen langen, zeitlosen Augenblick an. Du wirst ihn niemals erwischen, sagte sie. Du schreitest auf dem Weg des Bösen. Er war bei dir, sagte der Revolvermann, und in meinem Bett. Er sprach in der Zunge zu mir, er, er hat dich gefögelt. Sie zeigte keine Regung. Du schreitest auf dem Weg des Bösen, Revolvermann. Du stehst im Schatten. Du hast gestern Abend im Schatten des Heiligen Ortes gestanden. Dachtest du, ich könnte dich nicht sehen? Warum hat er den Grasesser geheilt? Er war ein Engel Gottes, das hat er gesagt. Ich hoffe, er hat gelächelt, als er es gesagt hat. Sie zog die Lippen von den Zähnen zurück, eine unbewusste, wilde Geste. Er sagte mir, dass du ihm folgen würdest. Er sagte mir, was ich tun muss. Er sagte, du bist der Antichrist. Der Revolvermann schüttelte den Kopf. Das hat er nicht gesagt. Sie lächelte lasziv zu ihm auf. Er sagte, du würdest mit mir ins Bett gehen wollen, willst du? Ja. Der Preis ist dein Leben, Revolvermann. Er hat mir ein Kind gemacht. Das Kind eines Engels. Wenn du in mich eindringst... Sie beendete den Satz mit ihrem lasziven Lächeln. Gleichzeitig gestikulierte sie mit ihren riesigen, gebirgsähnlichen Hüften. Sie erstreckten sich unter ihrem Gewand wie Säulen aus feinstem Marmor. Die Wirkung war betörend. Der Revolvermann legte die Hände auf die Kolben seiner Pistolen. Du hast einen Dämon in dir, Weib. Ich kann ihn aussreiben. Die Reaktion erfolgte augenblicklich. Sie presste sich in den Stuhl und ein frittchenähnlicher Ausdruck blitzte auf ihrem Gesicht auf. Fass mich nicht an. Komm mir nicht zu nahe. Wage nicht, Hand an die Braut Gottes zu legen. Möchtest du wetten? sagte der Revolvermann grinsend. Er kam auf sie zu. Das Fleisch des riesigen Leibes bebte. Ihr Gesicht war eine Karikatur wahnsinnigen Entsetzens geworden, und sie hielt ihm mit überkreuzten Fingern das Zeichen des Auges entgegen. Die Wüste, sagte der Revolvermann. Was kommt nach der Wüste? Du wirst ihn niemals erwischen. Niemals. Niemals. Du wirst verbrennen. Das hat er mir gesagt. Ich werde ihn erwischen, sagte der Revolvermann. Das wissen wir beide. Was liegt jenseits der Wüste? Nein. Antworte mir. Nein. Er glitt nach vorne, sank auf die Knie und ergriff ihre Schenkel. Sie kniff die Beine wie einen Schraubstock zusammen. Sie gab merkwürdige, lüsterne Klagelaute von sich. Dann also. Der Dämon. Sagte er. Nein. Er zwängte ihre Schenkel auseinander und zog eine seiner Pistolen aus dem Halfter. Nein. 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 Ihr Atem ging in kurzen, wilden Grunstlauten. Antworte mir. Sie schaukelte mit dem Stuhl und der Boden bebte. Gebete und zusammenhanglose Bruchstücke von Schimpfworten kamen über ihre Lippen. Er stieß den Lauf des Revolvers nach vorne. Er konnte mehr spüren als hören, wie sie entsetzt Luft in die Lungen sog. Ihre Hände schlugen auf seinen Kopf, ihre Füße trommelten auf dem Boden und gleichzeitig versuchte der riesenhafte Leib, den Eindringling zu nehmen und zu umschließen. Draußen beobachtete niemand sie, außer dem purpuren Himmel. Sie kreischte etwas Schrilles, Unartikuliertes. Was? Berge! Was ist mit ihnen? Er rastet. Auf der anderen Seite, Heiliger, Heiliger Jesus. Um Kräfte zu sammeln, meditieren, verstehst du euch? Der ganze gewaltige Fleischberg bewegte sich plötzlich vorwärts und aufwärts. Doch er achtete sorgfältig darauf, dass er sich nicht von ihrem inneren Fleisch berühren ließ. Er entschien sie zu welken und wurde kleiner und sie weinte, während ihre Hände im Schoß ruhten. Also, sagte er und stand auf, dem Dämon ist gediehend, hör es. Geh, du hast das Kind getötet. Geh, geh. Und seit der Tür blieb er stehen und drehte sich um. Kein Kind, sagte er knapp. Kein Engel, kein Dämon. Lass mich allein. Das tat er. Als er bei Kennelly ankam, war der nördliche Horizont merkwürdig verschleiert und er wusste, dass das Staub war. Über Tal war die Luft ruhig und totenstill. Kennelly erwartete ihn auf der häckselbedeckten Bühne, die der Boden seiner Stallung war. Brechen Sie auf? Er grinste den Revolvermann verächtlich an. Ja, doch nicht während des Sturms. Ihm voraus. Der Wind ist schneller als ein Mann auf einem Maultier. Im offenen Gelände kann er sie umbringen. Ich möchte jetzt das Maultier, sagte der Revolvermann schlicht. Gewiss. Aber Kennelly wandte sich nicht ab. Er stand lediglich da, als suchte er noch etwas, das er sagen konnte, und grinste sein kriecherisches, hasserfülltes Grinsen. Sein Blick ging in die Höhe und über die Schulter des Revolvermannes. Der Revolvermann trat beiseite und wirbelte gleichzeitig herum, und der schwere Ast aus dem Feuerholz, den das Mädchen Subi geschwungen hatte, traf lediglich seinen Ellbogen. Durch die Wuchte ihres Schlages verlor sie den Halt, und das Holz fiel polternd zu Boden. In der explosiven Höhe des Heubodens flatterten schattenhafte Rauchschwalden auf. Das Mädchen sah in dümmlich an. Ihre Brüste drängten in Überrei verbracht gegen die vom Waschen ausgebleichte Bluse, die sie anhatte. Ein Daumen suchte mit traumartiger Langsamkeit den Hafen ihres Mundes. Der Revolvermann drehte sich wieder zu Kennelly um. Kennellys Grinsen war breit, seine Haut war wächsern gelb. Die Augen rollten in den Höhlen. Ich begann mit einem verschleimten Flüstern und konnte nicht weitersprechen. Das Mault hier drängte der Revolvermann sanft. Gewiss, 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 flüsterte Kennelly, dessen Grinsen nun Ungläubigkeit ausdrückte. Er schlurfte zu ihm. Er ging dorthin, wo er Kennelly im Auge behalten konnte. Der Stahlknecht brachte das Mault hier und gab ihm die Zügel. »Du gehst rein und kümmerst dich um deine Schwester«, sagte er zu Subi. Subi schüttelte den Kopf und bewegte sich nicht. Der Revolvermann ließ sie dort stehen, wo sie sich über den kotbesudelten Boden hinweg ansahen, er mit seinem ekligen Grinsen, sie mit dummem, leblosen Trotz. Die Hitze draußen war immer noch wie ein Hammer. Er führte das Maultier zur Straßenmitte. Seine Stiefel wirbelten Staubwölkchen auf. Seine Wasserschläuche hatte er auf den Rücken des Maultiers geschnallt. Bei Scheps hielt er an, aber Ellie war nicht da. Das Haus war verlassen, wegen des Sturmes verbarrikadiert, aber immer noch schmutzig von gestern Nacht. Sie hatte noch nicht zu putzen angefangen und die Bar war so stinkend wie ein nasser Hund. Er füllte seinen Lastsack mit Getreideschrot, getrocknetem und geröstetem Getreide und der Hälfte des rohen Hackfleisch aus dem Kühlschrank. Er stapelte vier Goldstücke auf die Brettertheke. Ellie kam nicht herunter. Scheps Klavier entbot ihm mit seinen gelben Zähnen ein stummes Lebewohl. Er ging wieder nach draußen und wuchtete den Lastsack auf den Rücken seines Maultiers. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Es könnte ihm gelingen, der Falle auszuweichen, aber die Chancen standen gering. Immerhin war er der Versucher. Er ging an den zugenagelten, wartenden Häusern vorbei und spürte die Blicke durch die Ritzen und Fugen hindurch. Der Mann in Schwarz hatte in Tal Gott gespielt. War das ein Sinn für die Komik des Kosmos oder eine Frage der Verzweiflung? Das war eine Frage von nicht unerheblicher Bedeutung. Hinter ihm ertönte ein schriller, gequälter Schrei und plötzlich wurden Türen aufgerissen. Gestalten schnähten heraus, also war die Falle zugeschnappt. Männer in Overalls und Männer in schmutzigen Cartoonhosen. Frauen in Pluterhosen und ausgegleichten Kleidern. Sogar Kinder, die hinter ihren Eltern einher tapsten. Und in jeder Hand war ein Holzknüppel oder ein Messer. Seine Reaktion war automatisch, ohne Zögern, angeboren. Er wirbelte auf den Absätzen herum, während seine Hände die Pistolen aus dem Halfter zogen, deren Kolben schwer und sicher in seiner Hand lagen. Es war Ali und selbstverständlich musste es Ali sein, die mit verzerrtem Gesicht auf ihn zukam, indem die Narbe im düsteren Licht eine höllische Purpurfärbung angenommen hatte. Er sah, dass sie als Geisel genommen worden war. Das verzerrte, grimassenschneidende Gesicht von Schepp sah über ihre Schulter wie der Vertraute einer Hexe. Sie war sein Schild und Opfer. Er sah alles klar und ohne Schatten im gefrorenen, unsterblichen Licht der sterilen Ruhe. Und er hörte sie. Er hat mich, oh Jesus, schieß nicht, schieß nicht, schieß, aber seine Hände waren geübt. Er war der Letzte seiner Rasse und nicht nur sein Mund konnte die Hochsprache. Die Pistolen donnerten ihre schwere, atonale Musik in die Luft. Ihr Mund klappte herunter, sie sank in sich zusammen. Und die Pistolen feuerten erneut. Schepps Kopf schnellte nach hinten. Sie fielen beide in den Staub. Stöcke flogen durch die Luft und regneten herab. Er strauchelte, wehrte sie ab. Einer, durch den er Nagel geschlagen war, riss ihm den Arm auf und Blut floss. Ein Mann mit Bartstoppeln und Schwitzflecken unter den Achselhüllen, der ein Küchenmesser in einer Hand hielt, warf sich ihm entgegen. Der Revolvermann erschoss ihn und der Mann sackte auf die Straße. Seine Zähne klapperten hörbar, als das Kinn aufprallte. »Satan«, schrie jemand, »der verfluchte, unterwerft ihn. Der Versucher«, schrie eine andere Stimme. Stöcke regneten auf ihn herab. Ein Messer drang in seinen Stiefel ein und blieb wippend stecken. »Der Versucher«, »der Antichrist«. Er ballerte sich eine Gasse durch ihre Mitte und lief, während Menschen zu Boden fielen. Seine Hände suchten mit grauenhafter Sicherheit ihr Ziel. Zwei Männer und eine Frau fielen und er lief durch die Lücke, die sie freigemacht hatten. Er führte die fiebrige Parade quer über die Straße und zu dem baufälligen Kaufhaus und Barbierladen an, der Schäpps gegenüber lag. Er sprang auf den Gehweg, wirbelte wieder herum und feuerte den Rest seiner Ladung in die heranbrandende Menge. Hinter ihnen lagen Schäpp und Allie und die anderen gekreuzigt im Staub. Sie zögerten oder besannen sich nicht, wenn gleich jeder Schuss, den er abfeuerte, ein lebenswichtiges Organ traf und obwohl sie eine Pistole wahrscheinlich nur auf Bildern in alten Zeitschriften gesehen hatten. Er wich zurück und bewegte seinen Körper wie ein Tänzer, um den Wurf geschossen auszuweichen. Im Gehen lud er mit einer Schnelligkeit nach, die seinen Fingern ebenfalls antrainiert war. Sie wuselten emsig zwischen Patronengurt und Zylinder her. Der Mob kam auf den Gehweg und er trat in das Warenhaus und schlug die Tür zu. Das große Schaufenster rechts davon barst nach innen und drei Männer drängten sich hindurch. Ihre Gesichter waren fanatisch und ausdruckslos, die Augen von verzehrendem Feuer erfüllt. Er erschoss sie alle, auch die beiden, die ihnen folgten. Sie stürzten ins Fenster und hingen auf den Glasscherben, versperrten die Öffnung. Die Tür krachte und er bebte unter ihrem Druck, und er konnte ihre Stimme hören. Der Killer! Eure Seelen! Das Boxbein! Die Tür wurde aus den Angeln gerissen und fiel einwärts. Sie erzeugte ein tonloses Händeklatschen. Staub stob vom Boden empor. Männer, Frauen und Kinder drangen auf ihn ein. Speichel und Feuerholz flogen. Er schoss seine Pistolen leer und sie fielen wie Kegel. Er wich zurück, stieß sein Mehlfass um, rollte es ihnen entgegen, ging in den Barbierladen, warf einen Topf mit kochendem Wasser, in dem zwei gekerbte Rasiermesser lagen. Sie drängten weiter an ihn heran und kreischten wütend und unverständlich. Irgendwo trieb Sövier Pizzen sie an, ihre Stimme schwoll in zufälliger Modulation auf und ab. Er feuerte Geschosse in Dampfkammern, nahm den Geruch von Rasuren und Haarschnitten, waroch sein eigenes Fleisch, als die Schwielen an seinen Fingerspitzen versenkt wurden. Er ging zur Hintertür hinaus auf die Veranda. Jetzt hat er das flache Buschland hinter sich, welches die Stadt achtlos leugnete, die sich an seine gewaltige Wampe schmiegte. Drei Männer mit breiten Verrätergrinsen auf den Gesichtern hasteten um die Ecke. Sie sahen ihn und sahen, dass er sie sah, und ihr Grinsen erlosch in dem Augenblick, bevor er sie niedermähte. Eine heulende Frau war ihnen gefolgt. Sie war groß und dick und den Zechbrüdern in Schäpps als Tante Mill bekannt. Der Revolvermann pustete sie um, und sie landete mit hurenhaft gespreizten Beinen und über die Schenkel gerutschte Morg. Er ging die Stufen hinunter und schritt rückwärts in die Wüste. Zehn Schritte, zwanzig. Die Hintertür des Barbierladens flog auf und sie brodelten heraus. Er erhaschte einen Blick auf Sylvia Pitsen. Er eröffnete das Feuer. Sie fielen in Scharen. Sie fliehen nach hinten. Sie kippten über das Geländer in den Staub. Im unsterblichen Purpulicht des Tages warfen sie keine Schatten. Er merkte, dass er schrie. Er hatte die ganze Zeit geschrien. Seine Augen fühlten sich wie geborstene Kugellake an. Seine Eier waren zum Unterleib geschrumpelt. Seine Beine waren aus Holz, seine Ohren waren aus Eisen. Die Pistolen waren leer, und sie brodelten ihm entgegen, in ein Auge und eine Hand umgemodelt. Und er stand da und schrie und lud nach. Sein Verstand war weit entfernt und abwesend und ließ die Hände den Trick des Nachladens allein ausführen. Konnte er die Hand heben und ihnen sagen, dass er 25 Jahre damit verbracht hatte, diesen und andere Tricks zu lernen, ihnen von den Pistolen und dem Blut zu erzählen, das sie gesegnet hatte? Nicht mit dem Mund. Aber seine Hände konnten ihre eigene Geschichte erzählen. Sie waren bis auf Wurf weiter herangekommen, als er mit Laden fertig war. Und ein Stock traf ihn an die Stirn und brachte Blutstropfen aus einer Schürfwunde zum Vorschein. In zwei Sekunden würden sie ihn ergreifen können. Er sah Kennelly in vorderster Front. Kennellys jüngere Tochter, die vielleicht sieben war, Subi, zwei männliche Barbesucher, eine Barbesucherin namens Amy Felden. Ergab es ihnen allen und denjenigen hinter ihnen. Ihre Leiber plumpsten wie Vogelscheuchen. Blut und Gehirn spritzten in Strömen. Sie hielten einen Augenblick verwirrt inne. Das Antlitz des Mobs zerfiel in einzelne bestürzte Gesichter. Ein Mann lief kreischend an den großen Kreis. Eine Frau mit Blasen an den Händen hob den Kopf und kicherte fiebrig zum Himmel empor. Der Mann, den er erstmals ernst auf den Stufen des Kaufhauses hatte sitzen sehen, füllte seine Hose plötzlich mit einer erstaunlichen Ladung. Er hatte Zeit, eine Pistole nachzuladen. Dann lief Sylvia Pizzen auf ihn zu und schwenkte in jeder Hand ein Holzkreuz. Teufel, 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 Kindermörder, ungeheuer, vernichtet ihn, Brüder und Schwestern, vernichtet den kindermordenden Versucher. Er feuerte einen Schuss in jedes Kreuz und zersplitterte die Balken, dann vier in den Kopf der Frau. Sie schien wie eine Ziehharmonika an sich zusammenzufallen und zu wabern wie ein Hitzeflimmern. Sie sahen sie alle einen Augenblick wie ein Gemälde an, während die Finger des Revolvermannes den Ladetrick ausführten. Seine Fingerspitzen zischten und verbrannten. Feinsäuberliche Kreise waren in die Kuppe eines jeden eingebrannt. Jetzt waren es weniger. Er war durch sie gegangen wie die Sensa eines Meers. Er dachte nach dem Tod der Frau würden sie sich zerstreuen, aber jemand warf ein Messer. Der Griff traf ihn genau zwischen die Augen und warf ihn um. Sie liefen als grapschendes, bösartiges Knäuel auf ihn zu. Er feuerte seine Pistolen wieder leer, während er in seinen eigenen leeren Hülsen lag. Sein Kopf schmerzte und er sah große braune Ringe vor den Augen. Er schoss einmal daneben und brachte elf zu Fall. Aber diejenigen, die übrig geblieben waren, waren über ihm. Er feuerte die vier Kugeln ab, die er hatte nachladen können, und dann schlugen sie ihn und stachen auf ihn ein. Er schüttelte ein Paar von seinem linken Arm ab und rollte sich weg. Seine Hände fingen an, ihren unfehlbaren Trick auszuführen. Er wurde in die Schulter gestochen, er wurde in den Rücken gestochen, sie hieben ihm auf die Rippen, er wurde in den Arsch gestochen. Ein kleiner Junge drängelte sich auf ihn zu und brachte ihm die einzige tiefe Schnittwunde über der Wadenwölbung bei. Der Revolvermann pustete ihm den Kopf weg. Sie zerstreuten sich und ergab es ihnen noch einmal. Diejenigen links zogen sich in Richtung der sandfarbenen, erodierten Gebäude zurück, und die Hände führten immer noch ihren Trick aus. Gleich übereifrigen Hunden, die einem ihren Überroll-Trick nicht einmal oder zweimal, sondern die ganze Nacht vorführen wollten, und die Hände mähten sie nieder, während sie flohen. Der Letzte schaffte es bis zu den Stufen der Hintertür des Barbierladens. Da traf ihn die Kugel des Revolvermannes in den Hinterkopf. Schweigen kehrte wieder ein. Er füllte den zerklüfteten Raum. Der Revolvermann blutete aus etwa 20 verschiedenen Wunden, die allesamt oberflächlich waren, abgesehen vom Schnitt in der Wade. Er verband sie mit einem Streifen seines Hemdes, dann richtete er sich auf und begutachtete sein Blutbad. Sie bildeten einen gekrümmten, zickzackförmigen Pfad von der Hintertür des Barbierladens bis zu der Stelle, wo er stand. Sie lagen in allen möglichen Haltungen da. Keiner von ihnen schien zu schlafen. Er folgte ihrem Pfad zurück und zählte dabei. Im Laden lag ein Mann und hielt das geborstene Süßigkeiten-Glas, das er mit sich heruntergerissen hatte in liebevoller Umarmung. Er blieb dort stehen, wo er angefangen hatte, in der Mitte der verlassenen Hauptstraße. Er hatte 39 Männer, 14 Frauen und 5 Kinder erschossen. Er hatte alle und jeden enttall erschossen. Die erste trockene Windböe trug ihm einen widerlich süßlichen Geruch in die Nase. Er folgte ihm, dann sah er auf und nickte. Nords verwesener Leichnam lag mit gespreizten Gliedern auf dem Bretterdach von Schäpps, wo er mit Holzpflöcken gekreuzigt worden war. Mund und Augen waren offen. Ein großer, purpurner, gespaltener Huf war ihm auf die Haut seiner fetten Stirn gedrückt worden. Er schritt aus der Stadt hinaus. Sein Maultür stand etwa 40 Meter entfernt am Rand dessen, was von der Kutschenstraße übrig geblieben war. Der Revolvermann führte es zu Kennellys Stallung zurück. Draußen spielte der Wind eine Ragtime-Melodie. Er versorgte das Maultier und ging zu Schäpps zurück. Im rückwärtigen Schuppen fand er eine Leiter, stieg aufs Dach und machte Nord los. Der Leichnam war leichter als ein Sack voller Stöcke. Er schleppte ihn hinunter zum gewöhnlichen Volk. Dann begab er sich wieder nach drinnen, aß Hamburger und trank drei Bier, während das Licht erlosch und der Sand zu fliegen anfing. In diesem Nacht schlief er in dem Bett, in dem er und Ali gelegen hatten. Er träumte nicht. Am nächsten Morgen war der Wind verschwunden und die grelle und vergessliche Sonne war wieder ganz die Alte. Der Wind hatte die Leichen wie Steppenhexen nach Süden gebet. Am späten Vormittag zog auch er weiter, nachdem er alle seine Wunden verbunden hatte. Er dachte, Brown wäre eingeschlafen. Das Feuer war zu einem schwachen Glimmen niedergebrannt und der Vogel, Scholtan, hatte den Kopf unter den Flügel gestickt. Als er gerade aufstehen und einen Strohsack in der Ecke ausbreiten wollte, sagte Brown, »Also, nun hast du es erzählt. Fühlst du dich jetzt besser?« Der Revolvermann zog zusammen, »Weshalb sollte ich mich schlecht fühlen?« »Du sagtest, du bist ein Mensch, kein Dämon. Oder hast du gelogen?« Ich habe nicht gelogen. Er spürte das widerstrebende Eingeständnis in sich. Er mochte Brown, ehrlich. Und er hatte den Grenzbewohner in keiner Weise belogen. »Wer bist du, Brown? In Wirklichkeit, meine ich.« »Nur ich,« sagte er, unbekümmert. »Warum musst du glauben, dass du so geheimnisvoll bist?« Der Revolvermann zündete sich eine Zigarette an und antwortete nicht. »Ich glaube, du bist einem Mann in Schwarz sehr nahe,« sagte Brown. »Ist er verzweifelt?« »Ich weiß nicht. Bist du es?« »Noch nicht,« sagte der Revolvermann. Er sah Brown mit einer Spur trotzern. »Ich tue, was ich tun muss. Das ist gut,« sagte Brown, drehte sich um und schlief ein. Am Morgen gab Brown ihm zu essen und schickte ihn seines Weges. Bei Tageslicht war er mit seiner mageren, braun gebrannten Brust, dem Bleistift dünnen Brustbein und der lockigen, roten Haartracht eine erstaunliche Gestalt. Der Vogel kauerte auf seiner Schulter. »Das Maultier?« fragte der Revolvermann. »Ich esse es,« sagte Brown. »Einverstanden.« Brown steckte ihm die Hand hin und der Revolvermann schüttelte sie. Der Grenzbewohner nickte nach Süden und sagte, »Gute Reise.« »Ganz bestimmt.« Sie nickten einander zu und dann schritt der Revolvermann davon und sein Körper war mit Pistolen und Wasserschläuchen beladen. Er sah einmal zurück. Brown jätete wie von Sinnen in seinem kleinen Getreidefeld. Die Krähe saß auf dem Flachdach seiner Behausung wie eine wasserspeiende Fratze. Das Feuer war niedergebrannt und die Sterne begannen zu verblassen. Der Wind schritt rastlos dahin. Der Revolvermann zuckte im Schlaf und lag wieder still. Er träumte einen durstigen Traum. In der Dunkelheit waren die Silhouetten der Berge unsichtbar. Seine Schuldgefühle waren verschwunden. Die Wüste hatte sie ausgebrannt. Stattdessen dachte er immer häufiger an Kort, der ihm das Schießen beigebracht hatte. Kort hatte Schwarz und Weiß unterscheiden können. Er bewegte sich wieder und erwachte. Er blinzelte in das tote Feuer, dessen eigene Form die andere geometrischere überlagerte. Er wusste, er war ein Romantiker. Und dieses Wissen hütete er eifersüchtig. Das ließ ihn natürlich wieder an Kort denken. Er wusste nicht, wo Kort war. Die Welt hatte sich weiter gedreht. Der Revolvermann schulterte seinen Lastsack und zog mit ihm weiter. Zweiter Teil Das Rasthaus Den ganzen Tag ging ihm schon ein Kinderlied durch den Kopf. Eine Art von Lied, die einen wahnsinnig machen kann. Die nicht locker lässt, die spöttelnd außerhalb der Absis des bewussten Verstandes steht und dem vernünftigen Wesen darin Grimassen schneidet. Das Lied lautete Er hatte wiederholt von seinem Zimmer im Schloss und seiner Mutter geträumt, die es ihm vorgesungen hatte, wenn er ernst in seinem winzigen Bett vor dem Fenster mit den vielen Farben lag. Sie sang es ihm nicht zur Schlafenszeit, denn alle Jungs, die mit der Hochsprache geboren werden, müssen allein mit der Dunkelheit fertig werden. Aber sie sang es ihm vor seinem Mittagsschlaf, und er erinnerte sich an das schwere, graue Regenlicht, das auf der Überwurfdecke Farben warf. Er konnte die Kälte des Zimmers und die schwere Wärme der Decken fühlen, die Liebe für seine Mutter und ihre roten Lippen, die einprägsame Melodie der Nonsensverse und ihre Stimme. Jetzt fiel es ihm wieder ein und machte ihn verrückt wie Hitzepickel und ließ ihn in seinen Gedanken seinem eigenen Schwanz hinterherjagen. Sein Wasservorrat war erschöpft, und er wusste, dass er wahrscheinlich ein toter Mann war. Er hatte nie damit gerechnet, dass es soweit kommen würde, und es tat ihm leid. Seit dem Nachmittag achtete er nur noch auf seine Füße und nicht mehr auf den vor ihm liegenden Weg. Hier draußen war selbst das Teufelsgras verkümmert und gelb. An verschiedenen Stellen war die Kruste zu Staub zerkrümelt. Die Berge waren nicht erkennbar deutlicher geworden, wenn gleich sechzehn Tage verstrichen waren, seit er das Haus des letzten Grenzbewohners verlassen hatte, eines normal verrückten jungen Mannes am Rand der Wüste. Er hatte einen Raben gehabt, erinnerte sich der Revolvermann, aber der Name des Raben fiel ihm nicht mehr ein. Er sah zu, wie sich seine Füße hoben und senkten, lauschte dem Nonsenslied, das sich in seinem Verstand zu bemitleidenswerter Verstümmelung sang, und fragte sich, wann er zum ersten Mal hinfallen würde. Er wollte nicht hinfallen, auch wenn es niemand sehen konnte. Das war eine Frage des Stolzes. Ein Revolvermann weiß, was Stolz ist. Der unsichtbare Knochen, der den Hals steifelt. Er blieb unvermittelt stehen und sah auf. Sein Kopf summte und einen Augenblick schien sein ganzer Körper zu schweben. Am fernen Horizont träumten die Berge, aber vor ihm war noch etwas anderes, etwas viel Näheres, möglicherweise nur fünf Meilen entfernt. Er blinzelte, aber seine Augen waren sandverklebt und blind vom grellen Sonnenlicht. Er schüttelte den Kopf und ging weiter. Das Lied kreiste und summte. Etwa eine Stunde später fiel er hin und schürfte sich die Hände auf. Er sah die winzigen Blutstropfen auf seiner sich abschälenden Haut ungläubig an. Das Blut sah nicht dünner aus. Es schien auf stumme Weise lebensfähig zu sein. Es schien beinahe ebenso Schmuck wie die Wüste zu sein. Er strich die Tropfen voll blindem Hass weg. Schmuck? Warum nicht? Das Blut war nicht durstig. Dem Blut wurde gedient. Dem Blut wurden Opfer dargebracht. Blutopfer. Das Blut musste nichts tun als fließen. 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 Er betrachtete die Tropfen, die auf die Kruste gefallen waren und beobachtete, wie sie mit unziemlicher Hast aufgesogen wurden. Wie schmeckt dir dieses Blut? Macht es dich an? Oh Jesus, du bist völlig hinüber. Er stand auf und hielt die Hände vor die Brust. Und das Ding, das er vorhin gesehen hatte, war fast direkt vor ihm und entlockte ihm einen überraschten Schrei, einen stauberstickten Krähenruf. Es war ein Gebäude, nein, zwei Gebäude, die von einem umgestürzten Lattenzaun umgeben waren. Das Holz schien alt und bis zur Elfenhaftigkeit zerbrechlich zu sein. Es war Holz, das in Sand umgewandelt wurde. Eines der Gebäude war ein Stall gewesen. Die Form war klar und unmissverständlich. Das andere war ein Haus oder ein Gasthaus. Ein Rasthaus der Postkutschenlinie. Das baufällige Sandhaus, der Wind hatte das Holz so sehr mit Sand verkrustet, dass es wie eine Sandburg aussah, welche die Sonne bei Ebbe gebacken und zu einer vorübergehenden Bleibe gehärtet hatte, warf einen schmalen Schatten. Und in diesem Schatten saß jemand und lehnte sich an das Gebäude. Und das Gebäude schien sich unter der Last seines Gewichts zu biegen. Also er, endlich, der Mann in Schwarz. Der Revolvermann stand da mit den Händen an der Brust, bemerkte die deklamatorische Haltung aber nicht und klotzte. Und anstelle des gewaltigen Flügelschlages der Aufregung, den er erwartet hatte, oder sogar Angst oder Ehrfurcht, spürte er lediglich ein vages, atavistisches Schuldgefühl, angesichts des tobenden Hasses seines eigenen Blutes vor wenigen Augenblicken, so wie den endlosen Ringelrein des Kinderliedes »Es grün, so grün«, er ging einen Schritt weiter und zog eine Pistole, »Wenn Spaniens Blüsen blühen«. Die letzte Viertelmeine legte er laufend zurück, ohne einen Versuch zu unternehmen, sich zu verstecken. Er sah nichts da, hinter dem er sich hätte verstecken können. Sein kurzer Schatten eilte ihm voraus. Ihm war nicht bewusst, dass sein Gesicht zu einer grauen, grinsenden Totenmaske der Erschöpfung geworden war. Er sah nur die Gestalt im Schatten. Erst später kam ihm der Gedanke, dass die Gestalt im Schatten hätte tot sein können. Er kickte eine der windschiefen Zaunlatten durch, sie brach lautlos, beinahe unterwürfig in zwei, und lief über den stummen und sengenden Vorplatz des Stalls, wobei er die Pistole hochhob. Keine Bewegung, keine Bewegung, keine... Die Gestalt bewegte sich unruhig und stand auf. Der Revoluman dachte, mein Gott, er ist zu einem Nichts geschwunden, was ist mit ihm passiert? Denn der Mann in schwarz war um ganze sechzig Zentimeter geschrumpft, sein Haar war weiß geworden. Er blieb wie vom Donner gerührt stehen, sein Kopf summte unmelodisch, sein Herzschlag raste mit irrer Geschwindigkeit, und er dachte, Ich werde genau hier sterben. Er sog die weißglühende Luft in die Lungen und ließ einen Augenblick den Kopf hingen. Als er ihn wiederhob, sah er, dass es überhaupt nicht der Mann in schwarz war, sondern ein kleiner Junge mit sonnengebleichtem Haar, der ihn mit Augen ansah, denen jegliches Interesse zu fehlen schien. Der Revoluman sah ihn verständnislos an und füttelte dann verneinend den Kopf. Doch der Junge überlebte seine Weigerung zu glauben. Er stand immer noch da, in Blue Jeans, mit einem Flicken auf dem Knie und ein derbgewobenes, braunes Hemd gekleidet. Der Revoluman schüttelte noch einmal den Kopf und ging mit gesenktem Kopf auf den Stall zu, ohne die Pistole aus der Hand zu nehmen. Er konnte noch nicht denken. Sein Kopf war mit Sandkörnern gefüllt, dumpf pochende Kopfschmerzen bildeten sich darin. Das Innere des Stalles war still und dunkel und explodierte vor Hitze. Der Revoluman sah sich mit riesigen, verschwimmenden Glubschaugen um. Der Revoluman machte eine trunkene Kehrtwendung und erblickte den Jungen, der unter der geborstenen Tür stand und ihn betrachtete. Eine riesige Lanzette des Schmerzes bohrte sich traumgleich in seinen Kopf, schnitt von einer Schläfe zu anderen und teilte sein Gehirn wie eine Orange. Er steckte die Pistole wieder in den Halfter, schwankte, hielt die Hände hoch, als wollte er Phantome abwehren und fiel vornüber aufs Gesicht. Als er erwachte, lag er auf dem Rücken und hatte ein Bündel lockeres, geruchloses Heu unter dem Kopf. Es war dem Jungen nicht gelungen, ihn zu bewegen, aber er hatte es ihm so angenehm wie möglich gemacht. Und ihm war kühl. Er sah an sich herunter und stellte fest, dass sein Hemd von Feuchtigkeit dunkel verfärbt war. Er leckte sich das Gesicht und schmeckte Wasser. Er blinzelte danach. Der Junge kauerte neben ihm. Als er sah, dass die Augen des Revolvermannes offen waren, griff er hinter sich und reichte dem Revolvermann eine verbeulte Blechkanne voll Wasser. Er nahm sie mit zitternden Händen und genehmigte sich einen kleinen Schluck, nur einen ganz kleinen. Als der unten in seinem Magen angelangt war, trank er ein wenig mehr. Dann schüttete er sich den Rest über das Gesicht und gab prustende, erschreckte Laute von sich. Die hübschen Lippen des Jungen kräuselten sich zu einem kleinen Lächeln. Möchten Sie was essen? Noch nicht, sagte der Revolvermann. Er hatte immer noch die üblen Kopfschmerzen des Hitzschlages in sich und das Wasser lag ihm unbehaglich im Magen, als wüsste es nicht, wohin es gehen sollte. Wer bist du? Mein Name ist John Chambers. Sie können mich Jake nennen. Der Revolvermann richtete sich auf und die üblen Schmerzen schwollen an und wurden bohrend. Er beugte sich nach vorne und verlor einen kurzen Kampf mit seinem Magen. Es gibt noch mehr, sagte Jake. Er nahm die Kanne und ging in den rückwärtigen Teil des Stalls. Er blieb stehen und lächelte den Revolvermann unsicher an. Der Revolvermann nickte ihm zu, dann senkte er den Kopf und stützte ihn mit den Händen. Der Junge war gut gebaut, hübsch und vielleicht neun Jahre alt. Ein Schatten lag über seinem Gesicht, aber heutzutage lag über jedem Gesicht ein Schatten. Im hinteren Teil des Stalls fing ein pochendes Summen an und der Revolvermann hob argwöhnisch den Kopf und legte die Hände auf die Pistolengriffe. Das Geräusch dauerte etwa 15 Sekunden an, dann veräppte es. Der Junge kam mit der Kanne zurück, die jetzt gefüllt war. Der Revolvermann trank wieder zögernd, doch dieses Mal ging es etwas besser. Seine Kopfschmerzen ließen nach. Ich wusste nicht, was ich mit ihnen machen sollte, als sie hingefallen waren, sagte Jake. Draußen dachte ich ein paar Sekunden lang, sie würden mich erschießen. Ich hielt dich für jemand anderen. Den Priester? Der Revolvermann sah ruckartig auf. Welchen Priester? Der Junge sah ihn an und runzelte ein wenig die Stirn. Der Priester. Er schlug sein Lager im Hof auf. Ich war drüben im Haus. Ich mochte ihn nicht, daher bin ich nicht herausgekommen. Er kam in der Nacht und zog am nächsten Tag weiter. Ich hätte mich auch vor dir versteckt, aber ich schlief, als du gekommen bist. Er sah düster über den Kopf des Revolvermannes hinweg. Ich mag keine Menschen. Sie bringen mich durcheinander. Wie sah der Priester aus? Der Junge zuckte die Achseln. Wie ein Priester, er hatte schwarze Sachen an. Kapuze und Soutane? Was ist eine Soutane? Ein Gewand, der Junge nickte. Gewand und Kapuze. Der Revolvermann beugte sich nach vorn und etwas in seinem Gesichtsausdruck veranlasste den Jungen ein wenig zurückzuschrecken. Wie lang ist das her? Ich, ich, der Revolvermann sagte geduldig, ich werde dir nicht wehtun. Ich weiß nicht. Ich kann mir die Zeit nicht merken. Jeder Tag ist wie der andere. Der Revolvermann fragte sich zum ersten Mal bewusst, wie der Junge an diesen Ort gekommen war, mitten in die trockene und mörderische Wüste, die sich meilenweit ringsum erstreckte. Aber das sollte nicht seine Sorge sein, wenigstens vorerst nicht. Dann schätze. Ist es lange her? Nein, nicht lange. Ich bin noch nicht lange hier. Das Feuer in ihm lorderte wie der Empor und der Griff mit etwas zitternden Händen nach der Kanne. Ein Stück des Kinderliedes ging ihm wieder durch den Kopf, doch dieses Mal sah er nicht das Gesicht seiner Mutter vor sich, sondern das von der Narbe entstellte Gesicht von Alice, die in der jetzt entvölkerten Stadt Tal seine Geliebte gewesen war. Wie lange? Eine Woche? Zwei? Drei? Der Junge, sein Geist ist abwesend an. Ja? Was nun? Eine Woche oder zwei. Ich bin nicht herausgekommen. Er hat nicht einmal etwas getrunken. Ich dachte, er könnte der Geist eines Priesters sein. Ich hatte Angst. Ich hatte fast die ganze Zeit Angst. Sein Gesicht erbebte wie ein Kristall kurz vor dem endgültig letzten Ton, der ihn zum Bersten bringt. Er hat nicht einmal Feuer gemacht. Er saß einfach nur da. Ich weiß nicht einmal, ob er geschlafen hat. Nein. Er war ihm näher, als er es jemals gewesen war. Obwohl er am höchsten gerade ausgetrocknet war, fühlten sich seine Hände leicht feucht an. Schmierig. Ich habe doch Fleisch, sagte der Junge. In Ordnung, sagte der Revolvermann. Gut. Der Junge stand auf, um es zu holen, und seine Knie knackten ein wenig. Er ist voller Saft, dachte der Revolvermann. Er trank wieder aus der Kanne. Er ist voller Saft, und er stammt nicht von hier. Jake kam mit einem Stapel Dörfleisch auf einem von der Sonne gebleichten Brättchen zurück. Das Fleisch war zäh, knorpelig und so salzig, dass die offenen Lippen des Revolvermannes brannten. Er aß und trank, bis er sich träge fühlte. Dann lehnte er sich zurück. Der Junge aß nur wenig. Der Revolvermann sah ihn unverwandt an, und der Junge betrachtete ihn ebenfalls. Woher kommst du, Jake? fragte er schließlich. Ich weiß nicht. Der Junge runzelte die Stirnen. Ich wusste es. Als ich hierher kam, da wusste ich es. Aber inzwischen ist alles verschwommen wie ein Albtraum, wenn man aufgewacht ist. Ich habe jede Menge Albträume. Hat dich jemand hergebracht? Nein, sagte der Junge. Ich war einfach hier. Deine Worte ergeben überhaupt keinen Sinn, sagte der Revolvermann unverblümt. Der Junge schien mit einem Mal kurz davor zu seinen Tränen auszubrechen. Ich kann nichts dafür. Ich war einfach hier. Und jetzt wirst du weggehen, und ich werde hier verhungern, weil du fast mein ganzes Essen aufgegessen hast. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein. Es gefällt mir nicht. Es ist unheimlich. Hör auf mit deinem Selbstmitleid. Hilf dir selbst. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein, erwiderte der Junge voll Betroffenem trotz. Der Revolvermann aß noch ein Stück Dörfleisch, aus dem er das Salz herauskaute, bevor er es schluckte. Der Junge war hierher verschlagen worden. Und der Revolvermann war davon überzeugt, dass er die Wahrheit sagte. Er hatte nicht darum gebeten. Sodom, er selbst, er hatte darum gebeten. Aber er hatte nicht darum gebeten, dass das Spiel so schmutzig werden würde. Er hatte nicht darum gebeten, seine Pistolen auf die unbewaffnete Bevölkerung von Tal richten zu dürfen. Hatte nicht darum gebeten, Alley erschießen zu dürfen, deren Gesicht von dieser seltsamen, leuchtenden Narbe entstellt gewesen war. Hatte nicht darum gebeten, vor die Wahl zwischen der Besessenheit seiner Pflicht und krimineller Unmoral gestellt zu werden. Der Mann in Schwarz hatte in seiner Verzweiflung angefangen, böse Drähte zu ziehen. Falls der Mann in Schwarz der Drahtzieher hinter dieser Sache war. Es war nicht fair, unbeteiligte Außenstehende herbeizuholen und sie dazu zu bringen, auf einer seltsamen Bühne Dialogzeilen zu sprechen, die sie nicht verstanden. Alley, dachte er. Alley war wenigstens in ihrer eigenen, selbsttäuschenden Weise in dieser Welt gewesen. Aber dieser Junge, dieser gottverdammte Junge. Sag mir, woran du dich erinnern kannst, bat er Jake. Das ist nicht viel und es ergibt sowieso keinen Sinn mehr. Sag es mir. Vielleicht kann ich den Sinn erkennen. Da war ein Ort, derjenige vor diesem, ein hoher Ort mit vielen Zimmern und einem Dachgarten, wo man hohe Gebäude und Wasser sehen konnte. Im Wasser stand eine Statue. Eine Statue im Wasser? Ja, eine Frau mit Krone und Fackel. Erfindest du das? Muss wohl so sein, antwortete der Junge resigniert. Da waren Dinge, mit denen man auf der Straße fahren konnte. Große und kleine Gelbe, eine ganze Menge Gelbe. Ich ging zu Fuß zur Schule. Neben den Straßen waren Betonwege, Fenster, in die man hineinschauen konnte und Puppen mit Kleidern an. Diese Puppen verkauften die Kleider. Ich weiß nicht, das hört sich verrückt an, aber die Puppen verkauften die Kleider. Der Revolvermann schüttelte den Kopf und suchte im Gesicht des Jungen nach Lügen. Er fand keine. Ich ging zu Fuß zur Schule, wiederholte der Junge beharrlich. Und ich hatte eine... Er kniff die Augen zusammen, seine Lippen bewegten sich suchend. Eine braune Büchertasche. Ich hatte Essen dabei und ich trug... Wieder dieses Suchen, schmerzvolles Suchen. Eine Krawatte. Eine was? Ich weiß nicht. Die Finger des Jungen machten eine langsame, unbewusste Geste des Knüpfens am Hals. Eine Geste, die der Revolvermann mit Hängen assoziierte. Ich weiß nicht, es ist alles fort. Er warnte den Blick ab. Darf ich dich in den Schlaf versetzen? Fragte der Revolvermann. Ich bin nicht müde. Ich kann dich müde machen und ich kann dafür sorgen, dass du dich wieder erinnerst. Jake fragte zweifelnd. Wie kannst du das machen? Damit. Der Revolvermann nahm eine Patrone aus dem Gürtel und wirbelte sie zwischen den Fingern. Die Bewegung war geschickt und ging wie geschmiert. Die Patrone wirbelte mühelos vom Daumen zum Zeigefinger, vom Zeigefinger zum Mittelfinger, vom Mittelfinger zum Ringfinger, vom Ringfinger zum kleinen Finger. Sie verschwand und kam wieder zum Vorschein. Schien einen Sekundenbruchteil zu verharren und wanderte dann zurück. Die Patrone spazierte über die Finger des Revolvermannes. Die Finger selbst bewegten sich wie ein Perlenvorhang im Wind. Der Junge sah zu. Seine anfänglichen Zweifel wichen offenem Entzücken, dann Faszination, schließlich dämmernder, stummer Ausdruckslosigkeit. Die Augen fielen zu. Die Patrone tanzte hin und her. Jake machte die Augen wieder auf, verfolgte den unablässigen, behennten Tanz zwischen den Fingern des Revolvermannes noch eine Weile. Dann fielen die Augen wieder zu. Der Revolvermann machte weiter, aber der Junge machte die Augen nicht noch einmal auf. Der Junge atmete mit unerschütterlicher Trägerruhe. War das ein Teil davon? Ja. Es hat eine gewisse Schönheit, eine Logik, gleich den weißen, spitzenähnlichen Auswüchsen an den Rändern harter blauer Eisblocks. Er schien den Klang von Glocken im Wind zu hören. Der Revolvermann schmeckte nicht zum ersten Mal den glatten, bleischweren Geschmack kranker Seelen. Die Patronen seinen Fingern, die er mit so unbekannter Anmut manipuliert hatte, war plötzlich untot, gräßlich, die Spur eines Ungeheuers. Er ließ in die Handfläche fallen und ballte mit schmerzhafter Anstrengung die Forst. Dinge wie Vergewaltigung existieren in dieser Welt. Vergewaltigung und Mord und unaussprechliche Praktiken. Und sie alle waren für das Gute, für das verdammte Gute, für den Mythos, für den Gral, für den Turm. Ach, irgendwo befand sich der Turm, schreckte seine schwarze Masse himmelwärts, und der Revolvermann hörte in seinen von der Wüste versenkten Ohren den leisen, lieblichen Klang von Glocken im Wind. Wo bist du? fragte er. Jake Chambers geht mit seinem Schulranzen die Treppe hinunter. Erdkunde, Wirtschaftsgeografie, ein Notizblock, ein Kugelschreiber, ein Frühstückspaket, das die Küchin seiner Mutter, Mrs. Greta Shaw, für ihn in der Küche aus Chrom und Kunststoff gemacht hat, wo ewig der Ventilator surrt und fremde Gerüche aufsaugt. In diesem Frühstückspaket hat er ein Erdnussbutter und ein Jelaisbrot, ein Salat- und Zwiebelbrot mit Soße Bolognese und vier Oreja-Plätzchen. Seine Eltern hassen ihn nicht, aber sie scheinen ihn übersehen zu haben. Sie haben abgedankt und ihn an Mrs. Greta Shaw, dem Kindermädchen, im Sommer einem Privatlehrer und die restliche Zeit der Schule übergeben, die privat und ordentlich und vor allem weiß ist. Keiner dieser Menschen hat je vorgegeben, etwas anderes zu sein als das, was er isst. Profis, die Besten auf ihrem Gebiet. Keiner hat ihn je an ein besonders gütiges Herz gedrückt, wie das in den historischen Romanen geschieht, die seine Mutter liest und in die Jake auf der Suche nach heißen Stellen auch schon hineingelesen hat. Hysterische Romane nennt sie sein Vater manchmal und manchmal Unterwäsche-Ripper. Das musst ausgerechnet du sagen, sagt seine Mutter mit grenzenloser Verachtung hinter einer verschlossenen Tür, wo Jake lauscht. Sein Vater arbeitet. Sein Vater arbeitet für das Fernsehen und Jake könnte ihn in einer Reihe anderer Männer identifizieren. Wahrscheinlich. Jake weiß nicht, dass er alle Profis hasst, aber er hasst sie. Menschen haben ihn stets durcheinandergebracht. Er mag Treppen und benutzt nicht den Fahrstuhl im Haus, den man selbst bedienen kann. Seine Mutter, die auf sexy Weise mager ist, geht oft mit üblen Freunden ins Bett. Jetzt ist er auf der Straße. Jake Chambers ist auf der Straße. Er hat den Gehweg betreten. Er ist sauber und hat gute Manieren, ist ansehnlich und feinfühlig. Er hat keine Freunde, nur Bekannte. Er hat sich nie die Mühe gemacht, darüber nachzudenken, aber es kränkt ihn. Er weiß nicht und begreift nicht, dass ein langes Zusammensein mit den Profis ihn dazu gebracht hat, viele ihrer Merkmale anzunehmen. Mrs. Greta Shaw macht sehr professionelle Brote. Sie viertelt sie und schneidet die Brotkrusten weg, so dass er beim Essen während der vierten Turnstunde aussieht, als sollte er bei einer Cocktailparty sein und einen Drink in der anderen Hand halten und nicht einen Sportroman aus der Schulbibliothek. Sein Vater verdient eine Menge Geld, weil er ein Meister des Tötens ist. Das bedeutet, eine zugkräftige Sendung ging eine weniger gute bei einem Sender der Konkurrenz zu platzieren. Sein Vater raucht vier Schachteln Zigaretten täglich. Sein Vater hustet nicht, aber er hat ein verkniffenes Grinsen, das den Fleischmessern ähnelt, die sie in Supermärkten verkaufen. Die Straße entlang. Seine Mutter lässt Geld für ein Taxi da, aber wenn es nicht regnet, geht er jeden Tag zu Fuß und schwingt seinen Schulranzen. Ein kleiner Junge, der mit seinem blonden Haar und den blauen Augen sehr amerikanisch aussieht. Die Mädchen sind bereits auf ihn aufmerksam geworden, mit der Belegung seiner Mutter, und er scheut nicht mit der kindischen Arroganz kleiner Jungen vor ihnen zurück. Er spricht mit unwissenlicher Professionalität zu ihnen und sie lassen verwirrt von ihm ab. Er mag Erdkunde und kegelt nachmittags. Sein Vater besitzt Aktien einer Firma, die automatische Anlagen zum Aufstellen der Kegel herstellt, aber die Kegelbahn der Jake, den Vorzug gibt, verwendet diese Anlage nicht. Er denkt nicht, dass er darüber nachgedacht hat, aber er hat es getan. Während er die Straße entlang geht, kommt er an Brandios vorbei, wo die Schaufensterpuppen Pelzmäntel, zwei reich geknöpfte edwardianische Anzüge und manche überhaupt nichts anhaben. Einige sind splitternackt. Diese Schaufensterpuppen, diese Modelle, sind vollkommen professionell und er hasst alles Professionelle. Er ist noch so jung, dass er noch nicht gelernt hat, sich selbst zu hassen, aber die Veranlagung ist da. Der Same wurde in den verbitterten Boden seines Herzens gepflanzt. Er kommt zur Ecke und bleibt mit dem Ranzen an seiner Seite stehen. Der Verkehr rast brüllend vorbei, grunzende Busse, Taxis, Volkswagen, ein großer Lastwagen. Er ist nur ein Junge, aber kein durchschnittlicher, und er sieht den Mann, der ihn tötet, aus dem Augenwinkel. Es ist der Mann in schwarz. Und er sieht nicht sein Gesicht, nur das wallende Gewand, die ausgestreckten Hände. Er fällt mit ausgestreckten Armen auf die Straße, ohne dabei den Ranzen loszulassen, in dem sich Mrs. Greta Shaws außerordentlich professionelles Frühstück befindet. Ein kurzer Blick durch eine getönte Windschutzscheibe auf das entsetzte Gesicht eines Geschäftsmannes, welcher einen dunkelblauen Hut auf hat, in dessen Hutband eine kleine kecke Feder steckt. Eine alte Frau auf der anderen Straßenseite schreit. Sie hat einen schwarzen Hut mit Netz auf. Das schwarze Netz hat nichts Keckes an sich. Es erinnert an den Schleier einer Trauernden. Jake empfindet lediglich Überraschung und ein übliches Gefühl vollkommener Bestürzung. Ist dies das Ende? Er fällt heftig auf die Straße und sieht einen fünf Zentimeter von seinen Augen entfernten asphaltierten Riss. Der Schulranzen wird ihm aus der Hand gerissen. Er überlegt gerade, ob er die Knie aufgeschürft hat, als der Wagen des Geschäftsmannes mit dem blauen Hut mit der kecken Feder über ihn fährt. Es ist ein großer, blauer Kardiak, Baujahr 1976 mit Breitreifen. Er hat fast dieselbe Farbe wie der Hut des Geschäftsmannes. Er bricht Jakes Rücken, zerdrückt den Magen und treibt ihm das Blut wie einen Hochdruckstrahl aus dem Mund. Er dreht den Kopf und sieht die grellen Bremslichter des Kardiaks und den Rauch, der von dem blockierenden Hinterreifen aufsteigt. Das Auto hat auch den Schulranzen überfahren und eine breite schwarze Spur darauf hinterlassen. Er dreht den Kopf auf die andere Seite und sieht einen großen, gelben Ford, der mit quietschenden Reifen Zentimeter von ihm entfernt zum Stillstand kommt. Ein Schwarzer, der mit einem Handwagen Brezeln und Getränke verkauft, kommt im Laufschritt auf ihn zu gerannt. Aus Jakes Nase, Ohren, Augen und Rektum läuft Blut. Seine Genitalien wurden zerdrückt. Er überlegt, verärgert, wie schlimm seine Knie wohl aufgeschürft sind. Jetzt läuft der Fahrer des Kardiaks stammelnd auf ihn zu. Irgendwo sagt eine schreckliche, ruhige Stimme, die Stimme des Untergangs, »Ich bin Priester, lassen Sie mich durch.« Ein Akt der Reue. Er sieht das schwarze Gewand und verspürt plötzlich Entsetzen. Er ist es, der Mann in Schwarz. Er wendet mit letzter Kraft das Gesicht ab. Irgendwo spielt ein Radio ein Stück von der Rockgruppe Kiss. Er sieht seine eigene Hand auf dem Asphalt. Sie ist klein, weiß, wohlgeformt. Er hat nie Nägel gekaut. Während er seine Hand betrachtet, stirbt Jake. Der Revolvermann saß mit gerunzelter Stirn nachdenklich da. Er war müde, sein ganzer Körper schmerzte. Sein Denken war ärgerlich schleppend. Ihm gegenüber schlief der erstaunliche Junge, der immer noch gleichmäßig atmete, mit dem Schoß gefalteten Händen. Er hatte seine Geschichte emotionslos erzählt. Nur am Ende hatte er gezittert, als er zu dem Priester und dem Akt der Reue gekommen war. Selbstverständlich hatte er dem Revolvermann nichts von seiner Familie und seinem bestürzenden persönlichen Zwiespalt erzählt, aber etwas war dennoch durchgesickert. Es war genügend durchgesickert, dass man die ungefähre Form erahnen konnte. Die Tatsache, dass eine Stadt, wie der Junge sie beschrieben hatte, niemals existiert hatte, und wenn, dann bestenfalls in prähistorischen Mythen, war längst nicht der beunruhigendste Teil der Geschichte, aber er war beunruhigend. Alles war beunruhigend. Der Revolvermann hatte Angst vor den daraus resultierenden Schlussfolgerungen. Jake? Hm? Möchtest du dich daran erinnern, wenn du aufwachst? Oder möchtest du es vergessen? Vergessen, sagte der Junge sofort. Ich habe geblutet. Gut. Du wirst jetzt schlafen. Verstanden? Komm. Leg dich hin. Jake, der klein und friedfertig und harmlos aussah, legte sich hin. Der Revolvermann glaubte nicht, dass er harmlos war. Er hatte eine tödliche Aura um sich und den Gestank von vorherbestimmtem Schicksal. Diese Aura mochte er nicht, aber den Jungen mochte er. Er mochte ihn sehr. Jake? Pssst. Ich will schlafen. Ja, und wenn du aufwachst, wirst du dich an nichts erinnern. Gut. Der Revolvermann betrachtete ihn kurze Zeit und dachte dabei an seine eigene Kindheit, die ihm stets so vorkam, als hätte eine andere Person sie erlebt. Eine Person, die durch eine osmotische Linse gesprungen und zu jemand anderem geworden war, die ihm aber momentan schmerzlich nahe schien. Im Stall des Rasthauses war es sehr heiß und da trank vorsichtig noch etwas Wasser. Er stand auf und schlenderte in den rückwärtigen Teil des Gebäudes, wo er innehielt, um in einem der Pferdeställe zu sehen. In der Ecke lag ein kleiner Stapel weißes Heu sowie eine ordentlich zusammengelegte Decke, aber es roch nicht nach Pferd. In dem Stall roch es noch überhaupt nichts. Die Sonne hatte jeden Geruch ausgeblutet und nichts zurückgelassen. Die Luft war völlig neutral. Im hinteren Teil des Stalles befand sich ein kleiner, dunkler Raum, in dessen Mitte eine Maschine aus rostfreiem Stahl stand. Sie war nicht von Rost oder Verfall angegriffen. Sie sah wie ein Butterstampfer aus. Links ragte ein verkromtes Rohr heraus, das über einem Abfluss im Boden aufhörte. Der Revolvermann hatte ähnliche Pumpen an anderen trockenen Orten gesehen, aber noch niemals eine so große. Er konnte nicht abschätzen, wie tief sie hatten bohren müssen, um Wasser zu finden, das im Geheimen und in ewiger Schwärze unter der Wüste floss. Warum hatten sie die Pumpe nicht abgebaut, als das Rasthaus aufgegeben worden war? Vielleicht Dämonen? Er erschauerte unvermittelt, ein plötzliches Zucken seines Rückens. Er bekam eine Gänsehaut, die wieder verschwand. Er ging zur Bedienungseinrichtung und drückte auf den Knopf mit der Aufschrift ein. Die Maschine fing an zu summen. Nach etwa einer halben Minute rülpste ein Strahl kalten, klaren Wassers aus dem Rohr und ergoss sich in den Abfluss, damit es dem Kreislauf wieder zugeführt wurde. Etwa zehn Liter flossen aus dem Rohr, bevor die Pumpe sich mit einem Klick wieder abschaltete. Sie war etwas, das sich an diesem Ort und in dieser Zeit so fremd ausnahm wie die wahre Liebe und dennoch so konkret wie ein Gottesurteil war. Eine stumme Erinnerung an die Zeit, als die Welt sich noch nicht weiter gedreht hatte. Sie wurde wahrscheinlich von Kernenergie angetrieben, da es im Umkreis von tausend Meilen keine Elektrizität gab und selbst Trockenbatterien schon vor langer Zeit ihre Ladung verloren gehabt hätten. Das gefiel dem Revolvermann nicht. Er ging zurück und setzte sich neben den Jungen, der eine Hand unter die Wange geschoben hatte. Hübscher Junge. Der Revolvermann trank noch etwas Wasser und überkreuzte die Beine, sodass er nach Art der Indianer dasaß. Der Junge hatte jegliches Zeitgefühl verloren, so wie der Grenzbewohner am Rand der Wüste, der den Vogel bei sich gehabt hatte. »Tscholtern«, erinnerte sich der Revolvermann unvermittelt. Der Name des Vogels war »Tscholtern«. Aber es schien kein Zweifel an der Tatsache zu bestehen, dass er dem Mann in Schwarz näher gekommen war. Der Revolvermann fragte sich nicht zum ersten Mal, ob der Mann in Schwarz ihn aus seinen eigenen unerfindlichen Gründen aufholen ließ. Vielleicht spielte ihm der Revolvermann in die Hände. Er versuchte sich vorzustellen, wie die Konfrontation aussehen mochte. Konnte es aber nicht. Ihm war sehr heiß, aber nicht mehr übel. Das Kinderlied fiel ihm wieder ein, aber dieses Mal dachte er nicht an seine Mutter, sondern an Cort. An Cort, dessen Gesicht von den Narben, von Steinen und Kugeln und stumpfen Gegenständen verunstaltet war. Den Narben des Krieges. Er fragte sich, ob Cort jemals eine Liebe empfunden hatte, welche diesen monumentalen Narben gleichgekommen war. Er bezweifelte es. Er dachte an Aileen und an Morten, den unvollkommenen Zauberer. Der Revolvermann war kein Mensch, der an die Vergangenheit dachte. Nur eine schemenhafte Vorstellung von der Zukunft und seiner eigenen emotionalen Ausstattung bewahrten ihn davor, ein Geschöpf ohne Fantasie zu sein, ein Langweiler. Daher erstaunte ihn der gegenwärtige Verlauf seiner Gedanken. Jeder Name beschwor andere herauf. Kussbord, Paul, der alte Jonas und Susan, das liebreizende Mädchen am Fenster. Der Klavierspieler in Tal, der auch tot war wie allen Tal, von seiner Hand getötet, waren die alten Stücke vernarrt gewesen und nun summte der Revolvermann eines tonlos beim Atmen. Love for love, for careless love, see what careless love has done. Der Revolvermann lachte verwirrt. Ich bin der Letzte der grünen, warm getönten Welt. Doch trotz aller Sehnsucht empfand er kein Selbstmitleid. Die Welt hatte sich gnadenlos weitergedreht, aber seine Beine waren immer noch kräftig und der Mann im Schwarz war ihm näher. Der Revolvermann nickte ein. Als er aufwachte, war es fast dunkel und der Junge war fort. Der Revolvermann stand auf, wobei er seine Gelenke knacken hörte und ging zur Stalltür. Auf der Veranda des Gasthauses tanzt eine winzige Flamme in der Dunkelheit. Er schritt darauf zu und sein Schatten war lang und schwarz und folgte ihm im ockerfarbenen Licht des Sonnenuntergangs. Jake saß neben einer Petroleumlampe. Das Öl war in einem Fass, sagte er, aber ich hatte Angst davor, es im Haus anzuzünden. Es ist alles so trocken. Das hast du richtig gemacht. Der Revolvermann setzte sich. Er sah den Staub der Jahre, der um seinen Körper herum emporstob, dachte aber nicht darüber nach. Die Flamme der Lampe zeigte das Gesicht des Jungen in feinen Schattierungen. Der Revolvermann holte den Tabaksbeutel heraus und drehte eine Zigarette. Wir müssen miteinander reden, sagte er. Jake nickte. Du wirst wahrscheinlich wissen, dass ich hinter dem Mann her bin, den du gesehen hast. Wirst du ihn umbringen? Ich weiß nicht. Ich muss ihn dazu bringen, mir etwas zu sagen. Ich werde ihn dazu zwingen müssen, mich irgendwo hinzubringen. Wohin? Zu einem Turm, sagte der Revolvermann. Er hielt die Zigarette über den Kegel der Lampe und zog daran. Der Rauch wehte mit dem aufkommenden Nachtwind davon. Jake sah ihm nach. Sein Gesicht zeigte weder Angst noch Neugier, aber auch eindeutig keine Begeisterung. Ich werde morgen weiterziehen, sagte der Revolvermann. Du wirst mich begleiten müssen. Wie viel Fleisch ist noch da? Nur eine Handvoll. Getreide? Ein wenig. Der Revolvermann nickte. Gibt es hier einen Keller? Ja. Jake sah ihn an. Die Pupillen seiner Augen waren zu gewaltiger, zerbrechlicher Größe angeschwollen. Man muss an dem Ring im Fußboden ziehen, aber ich bin nicht nach unten gegangen. Ich hatte Angst, die Leiter würde brechen und ich könnte nicht mehr nach oben. Außerdem riecht es schlecht. Es ist der einzige Raum hier, wo es riecht. Wir stehen früh auf und schauen nach, ob sich dort unten etwas befindet, das sich mitzunehmen lohnt. Dann machen wir uns aus dem Staub. In Ordnung. Der Junge macht eine Pause, dann sagte er, ich bin froh, dass ich dich nicht getötet habe, als du geschlafen hast. Ich hatte eine Gabel und dachte daran, es zu tun, aber ich habe es nicht getan. Und jetzt werde ich keine Angst mehr vor dem Einschlafen haben müssen. Wovor hast du denn Angst? Der Junge sah einen geheimnisvoll an. Gespenster? Dass er zurückkommen könnte. Der Mann in Schwarz, sagte der Revolvermann, es war keine Frage. Ja, ist ein böser Mensch? Es kommt auf den eigenen Standpunkt an, sagte der Revolvermann abwesend. Er stand auf und trat seine Zigarette auf der Kruste aus. Ich gehe schlafen. Der Junge sah ihn schüchtern an. Kann ich bei dir im Stall schlafen? Aber sicher. Der Revolvermann stand auf den Stufen und sah nach oben und der Junge kam zu ihm. Der Polarstern war zu sehen und der Mars. Dem Revolvermann war, als könnte er die Augen schließen und das erste Krächzen der Singvögel des Frühlings hören, den grünen und beinahe sommerlichen Geruch des Rasens nach dem ersten Mähen riechen und möglicherweise das lässige Klicken von Kroketbällen hören, während die Damen vom Ostflügel, die in der dem Dunkel entgegenfunkelnden Dämmerung lediglich ihre Leibchen anhatten, um Punkte spielten, als könnte er beinahe Eileen sehen, die durch die Lücke in den Hecken kamen. Es passte gar nicht zu ihm, dass er so sehr an die Vergangenheit dachte. Er drehte sich um und ergriff die Lampe. Gehen wir schlafen, sagte er. Sie gingen gemeinsam zum Stall. Am nächsten Morgen erforschte er den Keller. Jake hatte recht, er roch übel. Er hatte einen feuchten, sumpfigen Geruch, der den Revolvermann nach der antiseptischen Geruchlosigkeit der Wüste und des Stalles mit Übelkeit und einem Schwindelgefühl erfüllte. Der Keller roch nach Kohl und Rüben und Kartoffeln mit blicklosen Augen, die in ewige Fäulnis übergegangen waren. Die Leiter dagegen machte einen stabilen Eindruck und er stieg hinunter. Der Boden bestand aus gestampfter Erde und sein Kopf berührte fast die Deckenbalken. Hier unten existierten noch Spinnen, beängstigend große, mit grau geschickten Leibern. Viele waren mutiert. Einige hatten Augen auf Stielen, andere bis zu 16 Beinen. Der Revolvermann sah sich um und wartete darauf, dass sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Alles klar, rief Jake nervös herunter. Ja, er konzentrierte sich auf eine Ecke. Warte, hier sind Dosen. Er ging mit eingezogenem Kopf vorsichtig in die Ecke. Dort stand ein alter Karton mit einer heruntergeklappten Seite. Bei den Dosen handelte es sich um Gemüsekonserven, grüne Bohnen, weiße Bohnen und drei Dosen Corned Beef. Er nahm einen Arm voll und ging zur Leiter zurück. Er stieg halb hinauf und reichte sie Jake, der sich niederkniete, um sie entgegenzunehmen. Dann ging er weiterholen. Beim dritten Mal hörte er das Stöhnen im Fundament. Er drehte sich um, spähte um sich und spürte ein traumähnliches Entsetzen über sich hinweg, brannten ein Gefühl, das erregend und abstoßend zugleich war, wie Sex im Wasser, einer Trinken in einem anderen. Das Fundament bestand aus riesigen Sandsteinquadern, die wahrscheinlich gleichmäßig ausgerichtet gewesen waren, als das Rasthaus erbaut wurde, die aber inzwischen zu trunkenen, unebenmäßigen Winkeln verrutscht waren. Die Mauer sah aus, als wäre sie mit seltsamen, meandernden Hieroglyphen überzogen. An einer Nahtstelle von zwei dieser zickzackförmigen Fugen ran ein dünner Strom Sand herab, als würde sich jemand auf der anderen Seite mit sabbernder, schmerzhafter Anstrengung durchgraben. Das Stöhnen schwoll an und ab, es wurde lauter, bis der ganze Keller davon erfüllt zu sein schien, ein abstraktes Geräusch stechender Schmerzen und äußerster Anstrengung. »Komm herauf!« kreischte Jake. »Oh, Jesus, Mister, komm herauf!« »Geh weg!« sagte der Revolvermann ruhig. »Komm herauf!« kreischte Jake noch einmal. Der Revolvermann antwortete nicht. Er griff mit der rechten Hand zum Gurt. Jetzt war ein Loch in der Mauer, ein Loch, das so groß wie eine Münze war. Er konnte durch den Vorhang seines eigenen Entsetzens Jake's stampfende Füße hören, als der Junge weglief. Dann versiegte das Rieseln des Sandes. Das Stöhnen hörte auf. Dafür konnte man das Geräusch unablässigen, keuchenden Atmens vernehmen. »Wer bist du?« fragte der Revolvermann. Keine Antwort. Er nahm seine Stimme den alten donnernden Befehlston an und Roland verlangte in der Hochsprache zu wissen, »Wer bist du, Dämon?« »Sprich, wenn du sprechen willst!« »Meine Zeit ist knapp, meine Hände werden ungeduldig!« »Mach langsam«, sagte eine schleppende, raue Stimme in der Mauer. Der Revolvermann spürte, wie das traumgleiche Entsetzen tiefer und beinahe greifbar wurde. Es war die Stimme von Alice, der Frau, bei der er in der Stadt Tal gewohnt hat, aber sie war tot. Er hatte sie mit eigenen Augen, mit einem Einschussloch zwischen den Augen niedersinken sehen. Abwärts sinkende Fäden schienen vor seinen Augen zu schwimmen. »Sei vorsichtig am Pass, Revolvermann. Solange du mit dem Jungen unterwegs bist, hat der Mann in Schwarz deine Seele in der Tasche. Was meinst du damit? Sprich weiter!« Aber das Atmen hatte aufgehört. Der Revolvermann stand einen Augenblick erstarrt da, dann ließ sich eine der großen Spinnen auf seinen Arm herab und krabbelte hektisch zur Schulter herauf. Er wischte sie mit einem unwillkürlichen Grunzen fort und setzte sich in Bewegung. Er wollte es nicht tun, aber der Brauch war strikt und unübertretbar. Tod von den Toten, wie das alte Sprichwort sagte, nur ein Leichnam darf sprechen. Er ging zu dem Loch und stieß dagegen. Der Sandstein bröckelte an den Rändern ohne Anstrengung ab und er stieß die Hand durch die Mauer, ohne dabei die Muskeln sonderlich anstrengen zu müssen und berührte etwas Festes mit vorstehenden und verwitterten Erhebungen. Er zog es heraus. Er hielt einen an einem Gelenk verfaulten Kieferknochen in der Hand. Die Zähne standen hierhin und dorthin. »Nun gut«, sagte er leise. Er schob ihn grob in die Rückentasche und ging zur Leiter zurück, wo er die letzten Dosen linkisch hochdruck. Er ließ die Falte offen. Die Sonne würde hereinscheinen und die Spinnen töten. Jake hatte den Stallhof zur Hälfte durchquert und kauerte auf der rissigen Körlingkruste. Er schrie, als er den Revolvermann sah, wich einen oder zwei Schritte zurück und lief dann weinend auf ihn zu. »Ich dachte, es hätte dich erwischt, es hätte dich erwischt, ich dachte, nein.« Er hielt den Jungen an sich und spürte das Gesicht heiß an seiner Brust, die Hände trocken auf dem Brustkasten. Später dachte er, dass er hier angefangen hatte, den Jungen lieb zu gewinnen. Und natürlich musste der Mann in Schwarz das alles die ganze Zeit geplant haben. »War es ein Dämon?« Die Stimme klang erstickt. »Ja, ein sprechender Dämon. Wir müssen aber nicht mehr dorthin zurück. Komm mit.« Sie gingen in den Stall und der Revolvermann machte aus der Decke, unter der er geschlafen hatte, einen behelfsmäßigen Rucksack. Sie war warm und kratzte, aber er hatte nichts anderes. Nachdem er das getan hatte, füllte er die Wasserschläuche an der Pumpe. »Du trägst einen der Wasserschläuche,« sagte der Revolvermann. »Nimm ihn über die Schulter,« wie ein Fark er seine Schlange trägt. »Siehst du?« »Ja.« Der Junge sah voller Verehrung zu ihm auf. Er hob einen der Wasserschläuche auf. »Zu schwer?« »Nein.« »Prima.« »Sag mir jetzt die Wahrheit. Ich kann dich nicht tragen, wenn du einen Hitschlag bekommst.« »Ich bekomme keinen Hitschlag.« »Es ist alles in Ordnung.« Der Revolvermann nickte. »Wir gehen zu den Bergen, nicht?« »Ja.« Sie traten hinaus in die unbarmherzig sengende Sonne. Jake, dessen Kopf sich auf Höhe der Ellbogen des Revolvermannes befand, marschierte ein Stück voraus und rechts von ihm. Die wildlieder verstärkten Ecken des Wasserschlauches hingen ihm fast bis zu den Schienbeinen herab. Der Revolvermann trug zwei weitere Wasserschläuche überkreuzt auf dem Rücken und die Schlinge mit den Konserven unter der Achselhülle. Sein linker Arm drückte sie an den Körper. Sie schritten durch das gegenüberliegende Tor des Rasthofs und fanden die verwehte Spur der Kutschenroute wieder. Sie waren vielleicht 15 Minuten gegangen, als Jake sich umdrehte und den beiden Gebäuden zuwinkte. Sie schienen sich im gewaltigen Raum der Wüste niederzukauern. »Lebt wohl«, rief Jake. »Lebt wohl«. Sie schritten aus. Der Kutschenweg führte um eine festgebackene Sandmoräne herum und als sich der Revolvermann umdrehte, war das Rasthaus verschwunden. Wieder einmal war die Wüste um sie herum und ausschließlich sie. Das Rasthaus lag drei Tage hinter ihnen. Die Berge waren jetzt trügeres steutlich. Sie konnten sehen, wie die Wüste in Vorgeberge überging, die ersten kahlen Hänge, das Urgestein, das voll dumpfen, erodierten Triumph aus der Erde emporwuchs. Weiter oben stieg das Land wieder sanfter an und der Revolvermann konnte zum ersten Mal seit Monaten oder Jahren grün sehen, echtes, lebendes Grün. Gras, Zwergkiefern, vielleicht sogar Weiden, die alle von der Schneeschmelze weiter oben am Leben erhalten wurden. Dahinter feilig begann erneut die Vorherrschaft der Felsen, die mit zyklopenhafter, kunterbunter Pracht bis zu den gleißenden Schneekappen anstiegen. Links wies eine gewaltige Kluft den Weg zu den kleinen erodierten Sandsteinfelsen und Hochebenen und Klippen auf der anderen Seite. Dieser Einschnitt wurde von der fast unablässigen grauen Membran von Regenschauern verhüllt. Abends saß Jake die wenigen Minuten bevor er einschlief fasziniert da und betrachtete den gleißenden Schwertkampf der fernen weißen und purpurnen Blitze, die in der Klarheit der Nachtluft erstaunlich aussahen. Sie kamen in regelmäßigen Abschnitten an den symmetrischen Überresten der Lagerfeuer des Mannes in Schwarz vorbei und der Revolvermann hatte den Eindruck, dass diese Überbleibsel nun viel frischer waren. In der dritten Nacht war der Revolvermann sicher, dass er den fernen Widerschein eines anderen Lagerfeuers irgendwo in den ansteigenden Hängen des Vorgebirges erkennen konnte. Am vierten Tag ihres Aufbruchs vom Rasthaus strauchelte Jake gegen zwei Uhr und wäre um ein Haar gestürzt. Halt, setz dich hin, sagte der Revolvermann. Nein, alles in Ordnung, setz dich. Der Junge setzte sich gehorsam. Der Revolvermann kauerte sich dicht neben ihm nieder, sodass Jake in seinem Schatten saß. Trink. Ich will erst wieder, wenn... Trink. Der Junge trank drei Schluck. Der Revolvermann machte einen Zimpfel der Decke nass, die schon deutlich leichter geworden war, und legte dem Jungen den feuchten Stoff auf Handgelenke und Stirn, die fiebrig trocken waren. Von jetzt an machen wir jeden Nachmittag um diese Zeit Rast. Fünfzehn Minuten. Möchtest du schlafen? Nein. Der Junge sah ihn beschämt an. Der Revolvermann erwiderte den Blick ausdruckslos. Er holte geistesabwesend eine Patrone aus dem Gurt und wirbelte sie zwischen den Fingern. Der Junge sah ihm fasziniert zu. Das ist gut, sagte er. Der Revolvermann nickte. Auf jeden Fall. Er machte eine Pause. Als ich in deinem Alter war, wohnte ich in einer befestigten Stadt. Habe ich dir das schon gesagt? Der Junge schüttelte schläfrig den Kopf. Doch, doch, und dort war ein böser Mann der Priester. Nein, sagte der Revolvermann. Aber ich glaube inzwischen, dass die beiden irgendwie verwandt waren, vielleicht sogar Halbbrüder. Morten war ein Zauberer wie Merlin. Erzählt man sich dort, wo du herkommst, von Merlin? Merlin und Arthur und die Ritter der Tafelrunde, sagte Jake verträumt. Der Revolvermann spürte, wie ihn eine garstige Regung durchlief. Ja, sagte er, ich war sehr jung. Aber der Junge war eingeschlafen. Er saß aufrecht und hatte die Hände ordentlich im Schoß gefaltet. Wenn ich mit den Fingern schnippe, wirst du aufwachen, du wirst ausgeruht und erfrischt sein. Hast du verstanden? Ja, dann leg dich hin. Der Revolvermann holte Tabak aus dem Beutel und drehte sich eine Zigarette. Etwas fehlte. Er suchte auf seine sorgfältige, gründliche Art danach und fand es. Was fehlte, war das Gefühl der Eile, das ihn fast in den Wahnsinn getrieben hatte. Das Gefühl, dass er jeden Augenblick zurückgelassen werden konnte, dass die Fährte abreißen und er mit einem abgerissenen Stück Schnur zurückbleiben würde. Das alles war jetzt verschwunden. Und der Revolvermann kam allmählich zu der Überzeugung, dass der Mann in Schwarz erwischt werden wollte. Was würde dann werden? Die Frage war zu unbestimmt, sein Interesse zu wecken. Cuthbert hätte Interesse daran gehabt, großes Interesse. Aber Cuthbert war nicht mehr. Und der Revolvermann konnte nur auf die Weise weitermachen, die er kannte. Er sah den Jungen an, während er rauchte. Und sein Verstand wanderte zu Cuthbert zurück, der stets gelacht hatte. Er war sogar lachend in den Tod gegangen. Und zu Cuth, der niemals gelacht hatte. Und zu Morton, der manchmal gelächelt hatte. Ein dünnes, stummes Lächeln, das einen ureigenen, beängstigenden Schimmer gehabt hatte. Gleich einem Auge, das sich in der Nacht öffnet und Blut offenbart. Und dann war da natürlich noch der Falke gewesen. Der Falke hieß David, nach der Legende von dem Jungen mit der Schleuder. Er war ziemlich sicher, dass David lediglich das Bedürfnis nach Mord, Gemetzel und Schrecken zu verbreiten wusste. David war, wie der Revolvermann auch, kein Dilettant. Er spielte eine zentrale Rolle auf dem Spielfeld. Doch in letzter Instanz war David, der Falke, Morton wahrscheinlich näher gewesen als sonst jemand. Und seine Mutter, Gabriel, hatte das wahrscheinlich gewusst. Der Magen des Revolvermannes schien schmerzhaft gegen sein Herz zu drücken, aber sein Gesichtsausdruck veränderte sich nicht. Er sah dem Zigarettenrauch nach, der in die heiße Wüstenluft emporstieg und verschwand, und seine Gedanken wanderten in die Vergangenheit zurück. Der Himmel war weiß, makellos weiß, und der Geruch von Regen hing in der Luft. Der Geruch der Hecken und des wachsenden Grüns war stark und süß. Es war Frühling. David saß auf Kusperts Arm, eine kleine Kampfmaschine mit strahlend goldenen Augen, die ins Nichts hinaussahen. Die wildlieder Leine, mit der seine Beine gefesselt waren, war sorglos um Kusperts Arm geschlungen. Kurt stand abseits von den beiden Jungen, eine schweigsame Gestalt in gepflegten Lederhosen und einem grünen Baumwollhemd, das von seinem alten, breiten Infanteriegürtel gehalten wurde. Das Grün seines Hemdes verschmolz mit den Hecken und den wogenden Rasenflächen der Gärten, wo die Damen noch nicht angefangen hatten, um Punkte zu spielen. Mach dich bereit, flüsterte Roland Kusperts zu. Wir sind bereit, sagte Kusperts zuversichtlich. Oder etwa nicht, Davy? Sie sprachen die Niedersprache, die Sprache von Küchenjungen und Landjunkern. Der Tag, der ihnen gestattet werden würde, in Gegenwart anderer ihre eigene Sprache zu sprechen, war noch in weiter Ferne. Es ist ein schöner Tag dafür. Kannst du den Regen riechen? Es ist... Kort hob völlig unvermittelt den Käfig an seiner Seite und machte die Klappe auf. Die Taube flog heraus und strebte mit raschen, flatternden Flügelschlägen himmelwärts. Kusperts zog an der Leine, doch er war langsam. Der Falke war bereits hochgeflogen und sein Start war linkisch. Der Falke korrigierte mit einem raschen Flügelschlag. Er schoss in die Höhe, höher als die Taube, er war schnell wie eine Kugel. Kort kam wie beiläufig zu den beiden Jungen herüber und schwang seine gewaltige Faust nach Kusperts Ohr. Der Junge kippte ohne eine Laut um, wenngleich er die Lippen über das Zahnfleisch hochzog. Blut troff langsam aus seinem Ohr auf das saftige grüne Gras. Du warst langsam, sagte er. Kusper bemühte sich, auf die Beine zu kommen. Tut mir leid, Kort. Es ist nur... Ich... Kort schlug wieder zu und Kuspert stürzte wieder. Nun floss das Blut schneller. Sprich die Hochsprache, sagte er leise. Seine Stimme klang tonlos und vom Trinken ein wenig rau. Sprich deinen Akt der Reue in der Sprache der Zivilisation, für die bessere Männer gestorben sind, als du je einer sein wirst, Wurm. Kuspert stand wieder auf. Glitzernde Tränen standen in seinen Augen, aber seine Lippen waren fest zu einer schmalen Linie des Hasses zusammengepresst, die nicht zitterte. Ich betauere, sagte Kuspert mit einer Stimme atemloser Selbstbeherrschung. Ich habe das Antlitz meines Vaters vergessen, dessen Pistolen ich eines Tages zu tragen hoffe. Ganz recht, Balk, sagte Kort. Du wirst darüber nachdenken, was du falsch gemacht hast und dein Nachdenken durch Hunger unterstützen. Kein Abendessen, kein Frühstück. Seht, rief Roland, er deutete nach oben. Der Falke war jetzt über der fliegenden Taube. Er schwebte einen Augenblick mit ausgestreckten, muskulösen Schwingen reglos in der ruhigen, weißen Frühlingsluft. Dann legte er die Flügel an und stieß wie ein Steinhaab. Die beiden Vögel prallten zusammen und Roland bildete sich einen Augenblick ein, er könnte Blut in der Luft sehen. Aber das konnte er sich auch nur eingebildet haben. Der Falke stieß einen kurzen Triumphschrei aus. Die Taube flatterte wirbelnd zu Boden und Roland lief auf die Stelle zu, wo der Vogel landete und ließ Kort und den gezüchtigten Kuthbert hinter sich zurück. Der Falke war neben seiner Beute gelandet und hackte selbst gefällig in die weiße Brust. Ein paar Federn schwebten langsam herab. David, rief der Junge und warf dem Falken ein Stück Kaninchenfleisch aus seinem Beutel zu. Der Falke fing es im Flug auf und verschlang es, indem er Kopf und Hals aufwärts reckte und Roland versuchte, den Vogel wieder an die Leine zu nehmen. Der Falke wirbelte beinahe gleichgültig herum und riss einen langen, baumelnden Hautfetzen aus Rollands Arm. Dann machte er sich wieder über seine Mahlzeit her. Roland formte die Leine mit einem schmerzerfüllten Stöhnen wieder zu einer Schlinge und dieses Mal wehrte er Davids herabstoßenden, messerscharfen Schnabel mit dem Lederhandschuh ab, den er trug. Er gab dem Falke noch ein Stück Fleisch und streifte ihm die Haube über. David kletterte Lampfromm auf sein Handgelenk. Er stand stolz da und hielt den Falken auf dem Arm. Was ist das? fragte Cord und deutete auf die blutende Wunde an Rollands Unterarm. Der Junge wappnete sich für den Schlag und presste die Lippen zusammen, damit er nicht schrie, aber es kam kein Schlag. Er hat nach mir gepickt, sagte Roland. Du hast ihn gereizt, sagte Cord. Der Falke hat keine Angst vor dir, Junge, und der Falke wird nie welche haben. Der Falke ist Gottes Revolvermann. Roland sah Cord nur an. Er war kein Junge mit viel Fantasie, und wenn Cord ihm eine Moral hatte vermitteln wollen, so verstand er sie nicht. Er war so pragmatisch zu glauben, dass dies eine der wenigen albernen Bemerkungen war, die er Cord jemals hatte von sich geben hören. Kuspert kam von hinten näher und streckte Cord hinter dessen Rücken sicher die Zunge heraus. Roland lächelte nicht, sondern nickte ihm zu. Geht jetzt, sagte Cord und nahm den Falken. Er deutete auf Kuspert. Aber vergiss nicht dein Nachdenken, Wurm, und dein Fasten, heute Abend und morgen früh. Ja, sagte Kuspert, steif und förmlich. Danke für diesen lehrreichen Tag. Du lernst, sagte Cord, aber deine Zunge hat die schlechte Angewohnheit, aus deinem dummen Mund herauszuhängen, wenn dir dein Lehrmeister den Rücken zugewendet hat. Vielleicht wird der Tag kommen, da du und sie lernen, wohin ihr beide gehört. Er schlug Kuspert erneut, diesmal direkt zwischen die Augen und so heftig, dass Roland das dumpfe Plumpsen hören konnte, das Geräusch, das der Hammer erzeugt, wenn ein Küchenjunge ein Fassbier anzapft. Kuspert fiel rückwärts auf den Rasen und seine Augen waren anfangs umwölkt und benommen. Dann klärten sie sich und er sah brennend zu Cord auf. Sein Hass war unverhohlen und in der Mitte eines jeden Auges leuchtete ein Stecknadelkopf, der so hell war wie das Blut der Taube. Kuspert nickte und verzog die Lippen zu einem so furchteinflößenden Lächeln, wie Roland es noch niemals gesehen hatte. Dann gibt es noch Hoffnung für dich, sagte Cord. Wenn du der Meinung bist, dass du es kannst, dann komm zu mir, Wurm. Woher habt ihr es gewusst? sagte Kuspert zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Cord drehte sich so heftig zu Roland herum, dass dieser um ein Haar einen Schritt zurückgewichen wäre und dann hätten sie beide auf dem Gras gelegen und das frische Grün mit ihrem Blut verziert. Ich sah dein Spiegelbild in den Augen dieses Wurms, sagte er. Vergiss das nicht, Kuspert. Die letzte Lektion des heutigen Tages. Kuspert nickte noch einmal und er hatte noch immer dieses furchteinflößende Lächeln im Gesicht. Ich bedauere, sagte er. Ich habe das Antlitz. Lass diesen Mist, sagte Cord, der das Interesse verloren hatte. Er wandte sich an Roland. Geht jetzt, beide. Wenn ich eure dummen Wurmgesichter noch länger ansehen muss, kotze ich mir die Gedarme heraus. Komm, sagte Roland. Kuspert schüttelte den Kopf, um ihn zu klären und stand auf. Cord schritt bereits mit seinem ausgreifenden, obeinigen Gang den Hügel hinab. Er sah mächtig und irgendwie prähistorisch aus. Die rasierte und polierte Fläche auf seinem Kopf ragte hinter einer Schräge auf, verschwand. Ich werde den Hurensohn umbringen, sagte Kuspert immer noch lächelnd. Auf seiner Stirn wuchs auf geheimnisvolle Weise eine große, purpurnoknotige Beule. Du nicht und ich nicht, sagte Roland und fing plötzlich auch an zu grinsen. Du kannst mit mir zusammen in der Westküche essen. Der Koch wird uns etwas geben. Er wird es Cord sagen. Er ist kein Freund von Cord, sagte Roland und zuckte die Achseln. Und wenn schon? Kuspert grinste zurück. Klar, sicher. Ich wollte schon immer wissen, wie die Welt aussieht, wenn man den Kopf verkehrt herum und auf den Rücken gedreht auf den Schultern trägt. Sie gingen gemeinsam über den grünen Rasen zurück und warfen Schatten im milden, weißen Frühlingslicht. Der Koch in der Westküche hieß Hex. Er war ein Riese in weißer Kleidung voller Essensflecken, ein Mann mit der Gesichtsfarbe von Rohöl, dessen Herkunft ein Viertel schwarz, ein Viertel gelb, ein Viertel von den heute fast vergessenen südlichen Inseln, die Welt hatte sich weitergedreht, und ein Viertel Gott weiß, was war. Er schlurfte in seinen großen, kalifenähnlichen Hausschuhen wie ein Traktor im ersten Gang durch drei Räume mit hohen Decken, die voller Dampf waren. Er gehörte zu jenen seltenen Erwachsenen, die mit Kindern ganz gut zurechtkommen und sie alle gleich gern haben, nicht auf eine überzuckerte Weise, sondern auf eine geschäftsmäßige Art, zu der manchmal eine Umarmung gehört, so wie ein Handschlag zum Abschluss eines guten Geschäfts. Er hatte sogar die Jungen gern, die die Ausbildung angefangen hatten, auch wenn diese anders als andere Kinder waren, nicht immer überschwänglich und irgendwie gefährlich, nicht so wie Erwachsene, sondern vielmehr, als wären sie gewöhnliche Kinder mit einer Spur Wahnsinn. Und Kussbert war nicht der erste Schüler von Kort, dem er heimlich zu essen gegeben hatte. In diesem Augenblick stand er vor seinem riesigen, üppigen Elektroherd, einem von insgesamt sechs noch funktionierenden Geräten auf dem Anwesen. Dies war sein persönliches Reich und hier stand er und sah den beiden Jungen zu, wie sie Fleischstücke in Soße hinunterschlangen, die er für sie gemacht hatte. Hinter ihm, vor ihm und rings um ihn herum huschten Küchenjungen, Dienstboten und verschiedene Unterlinge, durch die schäumende, feuchte Luft klapperten mit Pfannen, rührten Eintopfgerichte um und verrichteten in anderen Ecken Sklavenarbeit über Kartoffeln und Gemüse. In einem spärlich erleuchteten Alkoven der Küche verteilte eine Putzfrau mit teigigem, kläglichem Gesicht und von einem Lappen zusammengehaltenem Haar mit einem Mob Wasser auf dem Fußboden. Ein Küchenjunge kam mit einem Wachsoldaten im Schlepptau herein. Dieser Mann will was von dir, Hacks. Gut. Hacks nickte dem Wachsoldaten zu, dieser erwiderte das Nicken. Jungs, sagt er, geht rüber zur Maggie, sie wird jedem ein Stück Kuchen geben und dann zieht Leine. Sie nickten und gingen zu Maggie, die ihnen riesige Kuchenstücke auf Tellern reichte. Aber vorsichtig, als wären sie wilde Hunde, die sie beißen könnten. Essen wir sie auf der Treppe, sagte Kussbert. Einverstanden. Sie setzten sich hinter eine breite, schwitzende Steinsäule, wo sie aus der Küche nicht zu sehen waren und verschlangen den Kuchen mit den Fingern. Augenblicke später sahen sie Schatten auf die gegenüberliegende gekrümmte Wand des breiten Treppenhauses fallen. Roland ergriff Kussberts Arm. Komm mit, sagte er. Da kommt jemand. Kussbert sah auf. Sein Gesicht war überrascht und bärenverschmiert. Aber die Schatten hielten immer noch außerhalb ihres Seebereichs inne. Es waren Hex und der Wachsoldat. Die Jungen blieben sitzen, wo sie waren. Wenn sie sich jetzt bewegten, konnten sie gehört werden. Der gute Mann, sagte der Wachsoldat. In Fassen? In zwei Wochen, antwortete der Wachsoldat. Vielleicht rein, du musst mit uns kommen. Es kommt eine Ladung aus dem Fachtdepot. Ein besonders lautes Klirren von Töpfen und Pfannen und eine Flut von Schimpfworten für den unglücklichen Küchenjungen, der sie fallen gelassen hatte, übertönten den Rest des Gesagten. Schließlich hörten die Jungen den Wachsoldaten schließen, vergiftetes Fleisch, riskant. Frag nicht, was der gute Mann für dich tun kann, begann der Wachsoldat, sondern was du für ihn tun kannst, seufzt der Hex. Frag nicht, Soldat. Du weißt, was es bedeuten könnte, sagte der Wachsoldat. Ja, und ich kenne meine Verantwortung für ihn. Du musst mir keine Moralpredigten halten. Ich habe ihn ebenso gern wie du. Gut, das Fleisch wird als kurzfristig in deinen Kühlräumen lagerfähig ausgezeichnet sein, aber du musst schnell handeln, das muss dir klar sein. Gibt es in Fassen Kinder? fragte der Koch traurig. Es war eigentlich gar keine Frage. Ach, dort sind überall Kinder, sagte der Wachsoldat. Uns und ihm ist besonders viel an den Kindern gelegen. Vergiftetes Fleisch. Komische Art zu zeigen, wie viel einem an Kindern gelegen ist. Hex gab ein tiefes, pfeifendes Seufzen von sich. Werden sie sich krümmen und sich die Bäuche halten und nach ihren Müttern weinen? Ich nehme an, das werden sie. Es wird sein, als würden sie einschlafen, sagte der Wachsoldat. Aber seine Stimme klang zu überzeugt, vernünftig. Gewiss, sagte Hex und lachte. Du selbst hast gesagt, fragt nicht, Soldat. Gefällt es dir, Kinder unter der Herrschaft der Pistolen zu sehen, wo sie doch unter seinen Händen sein könnten, der den Löwen dazu bringt, sich friedlich neben das Lamm zu legen? Hex antwortete nicht. Mein Wachdienst beginnt in zwanzig Minuten, sagte der Wachsoldat, dessen Stimme wieder gelassen klang. Gib mir eine Hammelkeule und ich werde eins deiner Mädchen kneifen, das sie kichert, wenn ich gehe. Mein Hammel wird dir keine Magenkrämpfe versachen, Robson. Wirst du... Aber die Schatten entfernten sich, die Stimmen waren nicht mehr zu verstehen. Ich hätte sie töten können, dachte Roland, starr und fasziniert. Ich hätte sie beide mit einem Messer töten, ihre Kehle, wie die von Schweinen durchschneiden können. Er sah auf seine Hände, die nun von Soße und Beeren und vom Schmutz der Lektionen des Tages verschmiert waren. Roland! Er betrachtete Kussbörth. Sie sahen einander im wohlriechenden halbdunkel einen langen Augenblick an und ein Geschmack warmer Verzweiflung stieg in Rollands Hals empor. Seine Empfindungen hätten eine Art Tod sein können, etwas so Brutales und Endgültiges wie der Tod der Taube am weißen Himmel über dem Spielfeld. Hex, dachte er bestürzt. Hex, der mir damals einen Umschlag ums Bein gemacht hat. Hex! Dann schlug sein Verstand zu und sperrte den Gedanken aus. In Kussbörths humorvollem, intelligentem Gesicht sah er nichts, absolut nichts. In Kussbörths nüchternen Augen stand Hex Untergang zu lesen. In Kussbörths Augen war es schon vorbei. Er hatte ihnen zu essen gegeben und sie waren zur Treppe gegangen und zu essen und dann hatte Hex den Wachsoldaten namens Robson zu ihrem kleinen verräterischen Täter Täter in die falsche Ecke der Küche gebracht. Das war alles. In Kussbörths Augen sah Roland, dass Hex für seinen Verrat sterben würde wie eine Natter in der Grube stirbt. Das und nichts anderes. Überhaupt nichts. Es waren die Augen eines Revolvermannes. Rollands Vater war gerade aus dem Hochland zurückgekehrt und wirkte inmitten der Vorhänge und Chiffonverzierung der Hauptempfangshalle, zu der der Junge erst vor kurzem als Zeichen seiner Ausbildung Zutritt erlangt hatte, fehl am Platz. Sein Vater trug schwarze Jeans und ein blaues Arbeitshemd. Seine staubigen und schmutzigen und an einer Stelle bis zum Futter aufgerissenen Mantel hatte er achtlos über die Schulter geworfen, ohne sich darum zu kümmern, in welch schroffem Gegensatz er zur Eleganz des Raumes stand. Er war zum Verzweifeln mager und der dichte Schnurrbart unter der Nase schien seinen Kopf nach vorne zu ziehen, während er auf seinen Sohn hinab sah. Die Pistolen im kreuzförmig über die Hüfte geschnallten Gurt hingen genau in Reichweite seiner Hände, die abgenutzten Sandelholzgriffe sahen im trüben Licht des Zimmers stumpf und schläfrig aus. Der Chefkoch, sagte sein Vater leise, das muss man sich vorstellen. Die Gleise, die im Hochlandbahnhof gesprengt wurden, das tote Vieh in Hendrickson und vielleicht sogar, das muss man sich vorstellen, das muss man sich vorstellen. Er sah seinen Sohn genauer an. Es zerfrisst dich, wie der Falke, sagte Roland, der zerfrisst einen. Er lachte, aber nicht, weil die Situation komisch war, sondern weil der Vergleich so zutreffend war. Sein Vater lächelte. Ja, sagte Roland, ich glaube, es zerfrisst mich. Cuthbert war bei dir, sagte sein Vater. Er wird es seinem Vater mittlerweile auch erzählt haben. Ja, er hat euch zu essen gegeben, wenn Cord, ja, und Cuthbert? Was meinst du, ob ich ihn auch zerfrisst? Weiß ich nicht. Ein solcher Vergleich interessierte ihn nicht. Ihm lag nichts daran, ob seine Empfindungen sich mit denen von anderen deckten. Es zerfrisst dich, weil du der Meinung bist, dass du getötet hast. Roland zuckte verstockt mit den Schultern und plötzlich fühlte er sich mit dieser Sondierung seiner Motivation überhaupt nicht mehr glücklich. Und dennoch hast du es mir gesagt. Warum? Der Junge riss die Augen auf. Wie hätte ich es nicht tun können? Verrat ist, sein Vater winkte ungehalten mit der Hand. Wenn du es wegen etwas so Billigem wie einer Schulbuchregel getan hast, dann war es unwürdig. Lieber würde ich ganz fassen vergiftet sehen. Das habe ich nicht getan. Die Worte sprudelten mit Macht aus ihm heraus. Ich wollte ihn umbringen. Sie beide, Lügner, schlangen sie, nur weiter. Sie haben mir wehgetan, endete er trotzig. Sie haben mir etwas angetan, haben etwas verändert. Dafür wollte ich sie töten. Sein Vater nickte. Das ist würdig, nicht moralisch. Aber es ist nicht deine Sache, moralisch zu sein. Tatsächlich, er betrachtete seinen Sohn, Moral mag immer außerhalb deines Verständnisses sein. Du bist nicht gewitzt wie Cuthbert oder der Junge von Wheeler. Das wird dich großartig machen. Der Junge, der alles mit Ungeduld gehört hatte, war erfreut, und besorgt zugleich. Er wird hängen. Der Junge nickte. Ich möchte es sehen. Roland, der Ältere, warf den Kopf zurück und lachte schallend. Nicht so großartig, wie ich gedacht habe, oder vielleicht einfach nur dumm. Er klappte den Mund unvermittelt zu. Ein Arm schoss wie ein Blitzschlag hervor und packte den Arm des Jungen schmerzhaft. Er verzog das Gesicht, zuckte aber nicht zurück. Sein Vater sah ihn unverwandt an und der Junge hielt den Blick stand, auch wenn es schwerer war, als dem Falken die Haube aufzuziehen. Also gut, sagte er und drehte sich abrupt um. Vater, was? Weißt du, von wem sie gesprochen haben? Weißt du, wer der gute Mann ist? Sein Vater drehte sich um und sah ihn abschätzend an. Ja, ich glaube schon. Wenn du ihn fangen würdest, sagte Roland auf seine nachdenkliche, fast schwerfällige Weise, würde außer dem Koch niemand Gehaltsbrochen werden? Sein Vater lächelte dünn. Eine Zeit lang vielleicht nicht. Aber früher oder später muss immer einmal jemand Gehaltsbrochen werden, wie du es so hübsch genannt hast. Das Volk verlangt danach. Wenn es keinen Schurken gibt, dann müssen die Menschen früher oder später einen dazu machen. Ja, sagte Roland, der das Konzept sofort begriff und er vergaß es niemals wieder. Aber wenn du ihn fangen würdest... Nein, sagte sein Vater brüsk. Warum? Einen Augenblick schie sein Vater im Begriff zu sein, es zu sagen, doch dann schluckte er es wieder. Ich glaube, wir haben für heute lange genug miteinander gesprochen. Geh jetzt von mir. Er wollte seinem Vater sagen, dass er sein Versprechen nicht vergessen sollte, wenn der Zeitpunkt gekommen war, der Hex zum Galgen ging, aber er war einfühlsam gegenüber den Stimmungen seines Vaters. Er vermutete, dass sein Vater ficken wollte. Diese Tür schlug er am Geiste rasch zu. Er wusste, dass sein Vater und seine Mutter diese Sache miteinander machten und er war hinreichend darüber informiert, wie der Akt tatsächlich vonstatten ging. Aber das geistige Bild, welches der Gedanke immer wieder heraufbeschwor, machte ihn unbehaglich und seltsam schuldbewusst zugleich. Einige Jahre später sollte Susan ihm die Geschichte von Oedipus erzählen und er würde sie mit seiner stillen Nachdenklichkeit verarbeiten und an das seltsame und blutige Dreieck denken, welches von seinem Vater, seiner Mutter und Morten, der in einigen Vierteln, als der gute Mann bekannt war, gebildet wurde. Oder vielleicht war es ein Quadrat, wenn man ihn selbst noch mit einbeziehen wollte. Gute Nacht, Vater, sagte Roland. Gute Nacht, mein Sohn, schagte sein Vater geistesabwesend und fing an, sein Hemd aufzuknüpfen. In seinen Gedanken war der Junge bereits gegangen, wie der Vater, so der Sohn. Der Galgenberg befand sich an der Straße nach Forsten, was sehr poetisch war. Kuspert hätte es gefallen, aber Roland nicht. Ihm gefiel der wunderbar geheimnisvolle Galgen, der in den strahlend blauen Himmel ragte eine schwarze und eckige Silhouette, welche die Kutschenstraße überragte. Die beiden Jungen waren von den morgendlichen Übungen befreit worden. Kort hatte die Anweisungen ihrer Väter mühsam vorgelesen, indem er die Lippen bewegt und an manchen Stellen genickt hatte. Als er mit beiden fertig gewesen war, hatte er zum blau-violetten Himmel der Dämmerung hinaufgesehen und noch einmal genickt. Wartet her, hatte er gesagt und war zu dieser windschiefen Steinhütte gegangen, die seine Unterkunft war. Er kam mit einem Stück derbem ungesäuerten Brot zurück, brach es in zwei und gab jedem Jungen eine Hälfte. Wenn es vorbei ist, werdet ihr das unter seine Schuhe legen. Macht genau das, was ich euch sage, sonst werde ich euch die ganze Woche über Windelweich prügeln. Sie verstanden erst, als sie dort ankamen, wohin sie beide auf Kussbörts Wallach geritten waren. Sie waren die Ersten. Zwei Stunden vor allen anderen und vier Stunden vor dem Hängen und der Galgenberg war verlassen, abgesehen von Krähen und Raben. Die Vögel waren überall und sie waren selbstverständlich alle schwarz. Sie saßen lärmend auf dem harten, hervorstehenden Balken, der über die Falltür ragte, der Vorrichtung des Todes. Sie saßen in einer Reihe entlang der Plattform, sie buhlten um die Plätze auf den Stufen. Sie lassen sie hier, murmelte Kussbörth, für die Vögel. Gehen wir hinauf, sagte Roland. Kussbörth sah ihn mit etwas wir entsetzen an. Glaubst du, Roland unterbrach ihn mit einer Handbewegung. Wir sind Jahre zu früh. Es wird schon niemand kommen. Also gut. Sie schritten langsam auf den Galgen zu und die Vögel flogen indigniert davon, sie keiften und kreisten wie ein Mob wütender, enteigneter Bauern. Vor dem reinen Licht der Dämmerung waren ihre Körper flach und schwarz. Roland empfand zum ersten Mal das gewaltige Ausmaß seiner Verantwortung in dieser Frage. Dieses Holz war nicht edel, kein Bestandteil der Ehrfurcht gebietenden Maschinerie der Zivilisation, sondern lediglich krummes Kiefern Holz voll weißem Vogelmist. Er war überall, auf der Treppe, dem Geländer, der Plattform und er stank. Der Junge drehte sich mit aufgerissenen, schreckgeweiteten Augen zu Kussbörth um und sah, dass Kussbörth ihn mit demselben Ausdruck ansah. Ich kann nicht, flüsterte Kussbörth, ich kann nicht zusehen. Roland schüttelte langsam den Kopf. Dies war eine Lektion, das war ihm klar geworden. Nichts strahlendes, sondern etwas Altes, Rostiges und Missgestaltetes. Darum hatten ihre Väter sie herkommen lassen. Und Roland legte mit seiner gewohnten, störrischen und unartikulierten Schwerfälligkeit die geistigen Hände auf das, was immer es sein mochte. Du kannst es, Bert. Ich werde heute Nacht kein Auge zutun. Dann wirst du es eben nicht tun, sagte Roland, der nicht einsah, was das damit zu tun hatte. Plötzlich ergriff Kussbörth Rollands Hand und seien voll so stummem Leid an, dass Rollands eigene Zweifel zurückkehrten und er sich inbrünstig wünschte, sie wären in jener Nacht nicht in die Westküche gegangen. Sein Vater hatte Recht gehabt. Besser jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Farsen als das. Aber um welche Lektion es sich auch handeln mochte, um welches rostige, halb begrabene Ding, er würde es nicht sein lassen oder seinen Griff darum lockern. Gehen wir nicht hinauf, sagte Kussbörth. Wir haben alles gesehen. Und Roland nickte widerwillig und spürte, wie sich sein Griff um das Ding, was immer es war, lockerte. Er wusste, Cord hätte sie beide umgeschlagen und dann fluchend gezwungen, jeden einzelnen Schritt zu gehen und dabei hätten sie das frische Blut die Nasen hochgeschnieft. Cord hätte wahrscheinlich höchstpersönlich einen neuen Strick über den Galgenbaum geworfen und sich gezwungen, auf der Falltür zu stehen, um es zu spüren. Und Cord wäre bereit gewesen, sie wieder zu schlagen, sollte einer von ihnen weinen oder die Kontrolle über seine Blase verlieren. Und Cord hätte selbstverständlich Recht gehabt. Roland stellte zum ersten Mal fest, dass er seine eigene Kindheit hasste. Er wünschte sich die Größe und die Schwielen und die Sicherheit des Alters. Bevor er sich abwandte, brach er absichtlich einen Splitter vom Gelände ab und steckte ihn in die Brusttasche. Warum hast du das gemacht? fragte Kussbörth. Er wollte zu gerne etwas Hochtrabendes antworten. Oh, das Glück des Galgenbaumes. Aber er sah Kussbörth nur an und schüttelte den Kopf. Nur damit ich es habe, sagte er. Damit ich es immer habe. Sie entfernten sich vom Galgen, setzten sich und warteten. Nach etwa einer Stunde fanden sich die Ersten ein, größtenteils Familien, die in wackeligen Karren und Kutschen gekommen waren und ihr Frühstück dabei hatten. Körbe voll Pfannkuchen, die mit Marmelade aus wilden Erdbeeren gefüllt waren. Roland spürte, wie sein Magen hungrig knurrte und fragte sich wieder voller Verzweiflung, wo die Würde und die Erhabenheit waren. Ihm war, als hätte Hex, der in seiner schmutzigen weißen Kleidung in seiner dampfigen unterirdischen Küche herumstolzierte, mehr Würde als das hier. Er betastete den Splitter vom Galgenbaum mit ekelerfüllter Bestürzung. Kussbörth lag neben ihm und warte einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Letztendlich war es gar nicht so schlimm und Roland war froh darüber. Hex wurde mit einem offenen Wagen hergefahren, aber lediglich seine große Leibesfülle verriet ihn. Man hatte ihm ein schwarzes Tuch über den Kopf gehängt. Ein paar warfen Steine, aber die meisten ließen sich nicht bei ihrem Frühstück stören. Ein Revolvermann, den der Junge nicht kannte, er war froh, dass sein Vater das Los nicht gezogen hatte, führte den dicken Koch wachsam die Stufen hinauf. Zwei Soldaten der Wache waren ihm vorausgegangen und standen auf beiden Seiten der Falltür. Als Hex und der Revolvermann oben angekommen waren, warf der Revolvermann das Seil mit der Schlinge über den Querbalken und legte es dann dem Koch um den Hals, worauf er den Knoten festzog, bis dieser sich direkt unter dem linken Ohr befand. Die Vögel waren alle davon geflogen, aber Roland wusste, dass sie warteten. Möchtest du ein Geständnis machen? fragte der Revolvermann. Ich habe nichts zu gestehen, sagte Hex. Seine Worte waren deutlich vernehmbar und seine Stimme hatte etwas seltsam Würdevolles, obschon sie von dem Tuch gedämpft wurde, das vor seinem Gesicht hing. Das Tuch flatterte leicht im sanften, angenehmen Wind, der aufgekommen war. Ich habe das Antlitz meines Vaters nicht vergessen. Es hat mich bei allem begleitet. Roland betrachtete die Menge genauer und war beunruhigt von dem, was er sah. Eine Art Sympathie? Vielleicht sogar Bewunderung? Er würde seinen Vater fragen. Wenn Verräter Helden genannt wurden oder Heldenverräter, mutmaßte er in seiner Stirn runzelnden Art, so mussten dunkle Zeiten gekommen sein. Er wünschte sich, er hätte alles besser verstanden. Er dachte an Kort und das Brot, das Kort ihnen gegeben hatte. Er empfand Verachtung. Der Tag würde kommen, da Kort ihm dienen würde. Vielleicht nicht Kuspert. Kuspert würde vielleicht unter Korts Trommelfeuer zerbrechen und Page oder Pferdebursche bleiben oder unendlich viel schlimmer, ein parfümierter Diplomat, der seine Zeit in Anfangszimmern vertrödelte oder in Gegenwart von tatternden Königen oder Prinzen in trügerische Kristallkugeln blickte. Aber er nicht. Das wusste er. Orend, ich bin hier. Er ergriff Kuspert's Hand und ihre Finger schlossen sich wie Eisen umeinander. Die Falte ging auf. Hex stürzte hinab. Und in dem plötzlich eintrittenden Schweigen war ein Laut zu hören. Ein Laut, wie ihn ein explodierender Kiefernknarzen in einer kalten Winternacht ein Herd macht. Aber es war nicht so schlimm. Die Beine des Kochs traten einmal zu einem breiten Y aus. Die Menge gab ein zufriedenes Pfeifen von sich. Die Wachsoldaten ließen ihre militärische Haltung sein und fingen an, lässig die Sachen einzusammeln. Der Revolvermann ging langsam die Stufen hinunter, stieg auf sein Pferd und ritt davon, wobei er achtlos durch eine Gruppe von Essenden ritt, die auseinandersturben. Danach löste sich die Menge rasch auf und nach 40 Minuten waren die beiden Jungen allein auf dem kleinen Hügel, für den sie sich entschieden hatten. Die Vögel kamen zurück, um ihren neuen Schmars zu begutachten. Einer ließ sich auf Hex Schulter nieder, wo er gesellig sitzen blieb und mit dem Schnabel nach dem glitzernden Ring pickte, den Hex stets im rechten Ohr getragen hatte. Sieht gar nicht aus wie er, sagte Cuthbert. Doch das tut er, sagte Roland überzeugt, während sie mit dem Brot in der Hand zum Galgen gingen. Cuthbert machte einen verlegenen Eindruck. Sie blieben unter dem Galgenbaum stehen und sahen zu dem baumelnden, kreisenden Leichnam hinauf. Cuthbert streckte eine Hand aus und berührte trotzig einen haarigen Knöchel. Der Leichnam beschrieb eine neue, veränderte Drehbewegung. Dann brachen sie hastig das Brot und verteilten die Krümel unter den baumelnden Füßen. Roland sah nur einmal zurück, als sie davon ritten. Jetzt hatten sich tausende Vögel dort eingefunden. Demnach war das Brot, was er nur vage begriff, symbolisch. Es war gut, sagte Cuthbert plötzlich. Es hat mir gefallen, wirklich. Das schockierte Roland nicht, wenngleich ihm die Vorstellung nicht besonders zugesagt hatte. Aber er dachte, dass er es möglicherweise verstehen konnte. Das weiß ich nicht, sagte er, aber es war schon was, ganz sicher. Das Land fiel dem guten Mann die nächsten zehn Jahre nicht in die Hände und zu dieser Zeit war er selbst Revolvermann, sein Vater war tot, er selbst war zum Muttermörder geworden. Und die Welt hatte sich weiter gedreht. Schau, sagte Jake und deutete nach oben. Der Revolvermann sah auf und spürte einen vergessenen Wirbel in seinem Rücken knacken. Sie waren jetzt seit zwei Tagen im Vorgebirge und die Wasserschläuche waren fast wieder leer, aber das machte jetzt nichts mehr. Bald würden sie mehr Wasser haben, als sie trinken konnten. Er folgte dem Vektor von Jakes Finger nach oben, vorbei in dem ansteigenden grünen Hang und zu den kahlen und gleißenden Felsen und Schluchten darüber bis zur schneebedeckten Kuppe selbst. Der Revolvermann sahen weiter ferner, den Mann in Schwarz, lediglich als winzigen Punkt. Es hätte einer der Splitter sein können, die einem unablässig vor dem Auge tanzen, wäre die konstante Bewegung nicht gewesen. Der sich mit tödlicher Entschlossenheit die Hänge hinauf bewegte. Eine winzige Fliege auf einer riesigen Granitmauer. Ist er das? fragte Jake. Der Revolvermann betrachtete den impersonalisierten Punkt, der seine ferne Akrobatik vollführte und empfand lediglich eine Vorahnung von Kummer. Das ist der Jake. Glaubst du, dass wir ihn erwischen? Auf dieser Seite nicht, auf der anderen. Aber sicher nicht, wenn wir hier stehenbleiben und darüber reden. Sie sind zu hoch, sagte Jake. Was liegt auf der anderen Seite? Ich weiß nicht, sagte der Revolvermann. Ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand weiß. Vielleicht wussten sie es einst. Komm jetzt, Junge. Sie gingen weiter aufwärts und ließen kleine Geröll und Sandlawinen in die Wüste hinabrieseln, die sich wie ein endloses Backblech hinter ihnen auszudehnen schienen. Vor ihnen, weit voraus, kletterte der Mann in Schwarz immer höher und höher und höher. Es war unmöglich zu sehen, ob er sich umdrehte. Er schien über unmögliche Klüfte zu springen, senkrechte Wände zu erklimmen. Ein- oder zweimal verschwand er, aber sie sahen ihn immer wieder, bis der violette Vorhang der Dämmerung ihn ihren Blicken entzog. Als sie ein Nachtlager aufschlugen, sagte der Junge kaum etwas und der Revolvermann fragte sich, ob der Junge wusste, was er bereits intuitiv gespürt hatte. Er dachte an Kussbörts, erhitztes, erschrockenes, aufgeregtes Gesicht vor sich. Er dachte an Brotkrümel, er dachte an die Vögel. So endet es, dachte er. Immer wieder endet es so. Es gibt Suchen und Straßen, die unablässig weiterführen und alle enden am selben Ort, auf dem Schlachtfeld, abgesehen vielleicht von der Straße zum Turm. Der Junge, das Opfer, dessen Gesicht im Schein des winzigen Feuers sehr jung wirkte, war über seinen Bohnen eingeschlafen. Der Revolvermann deckte ihn mit der Pferdedecke zu, dann legte er sich selbst zum Schlafen nieder. Dritter Teil Das Orakel und die Berge Der Junge fand das Orakel und es brachte ihn beinahe um. Ein feiner Instinkt brachte den Revolvermann aus dem Schlaf in die samtene Dunkelheit zurück, welche sich mit Einbruch der Dämmerung wie ein Leichentuch aus Brunnenwasser über sie gesenkt hatte. Das war gewesen, als er und Jake die grasbewachsene, beinahe ebene Oase über dem ersten Wald des zerklüfteten Vorgebirges erreicht hatten. Selbst auf dem kahlen Felsen darunter, wo sie unter der mörderischen Sonne um jeden Fuß breit gekämpft und gerungen hatten, hatten sie das Zirpen von Grillen hören können, die im ewigen Grün der Weidenhaine über ihnen verführerisch die Beine aneinander gerieben hatten. Der Revolvermann hatte seinen kühlen Kopf bewahrt und der Junge hatte immerhin die vorgebliche Fassade aufrechterhalten und das hatte den Revolvermann stolz gemacht. Aber Jake hatte den wilden Blick seiner Augen nicht verheimlichen können, die weiß und glasig gewesen waren, die Augen eines Pferdes, das Wasser wittert und lediglich von dem schwachen Zügel des Verstandes seines Herrn am Durchgehen gehindert wird. Eines Pferdes an dem Punkt, an dem nur noch Verständnis und nicht die Sporen es zurückhalten können. Der Revolvermann konnte Jakes Verlangen anhand des Irrsinns ermessen, den das Zirpen der Grillen in seinem eigenen Körper erweckte. Seine Arme schienen nach Schiefer zu suchen, auf dem sie kratzen konnten und seine Knie schienen darum zu flehen, zu winzigen, in den Wahnsinn treibenden, salzigen Wunden zerfetzt zu werden. Die Sonne hämmerte die ganze Zeit auf sie herunter. Selbst als sie bei Sonnenuntergang ein geschwollenes, fiebriges Rot angenommen hatte, schien sie auf perverse Weise durch einen Einschnitt in den Felsen links von ihnen, blendete sie und verwandelte jeden Schweißtropfen in ein Prisma der Schmerzen. Dann fing das Gras an. Anfangs nur gelbe Büschel, die sich dort an dem kargen Boden festklammerten, wo die letzten des Entscheidungskampfes mit ihrem ungebrochenen Lebenswillen hingelangt waren. Weiter oben folgte Hexengras, erst sperrlich, dann grün und saftig. Dann der erste süße Geruch von echtem Gras, vermischt mit Timotheusgras und von ersten Krüppelkiefern überschattet. Dort erblickte der Revolvermann geschmeidige braune Bewegungen im Schatten. Er zog, schoss und tötete das Kaninchen noch bevor Jake seine Überraschung hatte hinausschreien können. Einen Augenblick später hat er die Pistole wieder ins Halfter gesteckt. So, sagte der Revolvermann. Vor ihnen verdichtete sich das Gras zu einem Dschungelgrüner Weiden, der nach der ausgedörrten Sterilität der endlosen Wüstenkruste etwas Schockierendes hatte. Dort war sicher eine Welle, vielleicht sogar mehrere und es würde noch kühler sein. Aber hier im offenen Gelände war es besser. Der Junge hatte sich jeden Schritt, den er konnte, vorangeschleppt und möglicherweise lebten Vampir-Fledermäuse im tiefen Schatten des Hains. Die Fledermäuse konnten den Schlaf des Jungen stören, wie tief er auch immer schlafen mochte. Und wenn es tatsächlich Vampire waren, dann wachte möglicherweise keiner von ihnen mehr auf, jedenfalls nicht in dieser Welt. Der Junge sagte, ich gehe Holz holen. Der Revolvermann lächelte, nein, das wirst du nicht tun. Setz dich, Jake. Wessen Ausdruck war das? Dir irgendeiner Frau? Der Junge setzte sich. Als der Revolvermann zurückkam, war Jake im Gras eingeschlafen. Eine große Gottesanbeterin führte auf der drahtigen Krümmung von Jakes Stirnlocke ihre Reinigungszeremonien aus. Der Revolvermann entfachte das Feuer und machte sich auf die Suche nach Wasser. Der Weidendschungel war tiefer, als er vermutet hatte und verwirrend im abendlichen Licht. Aber er fand eine Quelle, die von Fröschen und Sinkvögeln in großer Schar bewacht wurde. Er füllte einen ihre Wasserschläuche und hielt inne. Die Geräusche, welche die Nacht erfüllten, weckten eine unbehagliche Sinnlichkeit in ihm. Ein Gefühl, das nicht einmal Ali, die Frau, mit der er in Tal das Bett geteilt hatte, zum Vorschen hatte bringen können. Sinnlichkeit und das Ficken sind schließlich fettern von aller dünster Verwandtschaftsbeziehung. Er schrieb es dem unvermittelten grellen Kontrast zur Wüste zu. Das Dunkel schien so weich, dass es fast dekadent war. Er kehrte zum Lager zurück und zog das Kaninchen ab, während das Wasser über dem Feuer kochte. In Verbindung mit ihren letzten Konservendosen ergab das Kaninchen einen herrlichen Eintopf. Er weckte Jake und sah ihm zu, wie er übermüdet, aber heißhungrig aß. Wir bleiben morgen hier, sagte der Revolvermann. Aber der Mann, hinter dem du hier bist, der Priester, er ist kein Priester und keine Bange. Wir erwischen ihn. Woher weißt du das? Der Revolvermann konnte nur den Kopf schütteln. Das Wissen in ihm war stark, aber es war kein gutes Wissen. Nach dem Essen spülte er die Dosen, aus denen sie gegessen hatten und staunte wieder über seine eigene Wasserverschwendung und als er sich umdrehte, war Jake schon wieder eingeschlafen. Der Revolvermann verspürte wieder das mittlerweile Altbekannte An- und Abschwellen in seiner Brust, das er nur mit Cuthbert identifizieren konnte. Cuthbert war in Rollands Alter gewesen, schien ihn doch viel jünger zu sein. Seine Zigarette sank ins Gras und er schnippte sie ins Feuer. Er sah es an, das klare, gelbe Lodern, das sich so sehr davon unterschied, wie das Teufelsgras brannte. Die Luft war herrlich kühl und er legte sich mit dem Rücken zum Feuer. Durch den Einschnitt, der ins Gebirge hineinführte, vernahm er die belegte Stimme des fernen, Er schlief ein und träumte. Susan, seine Geliebte, starb vor seinen Augen. Sie starb, während er zusah. Zwei Dorfbewohner hielten ihn auf beiden Seiten fest, sein Hals steckte wie der eines Hundes in einem breiten, rostigen Halsband aus Eisen. Roland konnte die klamme Feuchtigkeit der Grube sogar durch den starken Gestank des Feuers riechen und er konnte die Farbe seines eigenen Wahnsinns erkennen. Susan, das liebreizende Mädchen am Fenster, die Tochter des Pferdekutschers. Sie wurde in den Flammen schwarz, ihre Haut platzte auf. Der Junge schrie sie, Roland, der Junge! Er wirbelte herum und riss seine Häscher mit sich. Der Kragen riss ihm den Hals auf und er hörte die würgenden, erstickten Laute, die aus seiner eigenen Kehle kamen. Der ekelerregende Geruch verbrannten Fleisches hing schwer in der Luft. Der Junge sah aus einem Fenster hoch über dem Burghof zu ihm herab, demselben Fenster, an dem Susan, die ihn gelehrt hatte, ein Mann zu sein, einst gesessen und die alten Lieder gesungen hatte. Hey Jude und Ease on down the road und a hundred leagues to Banbury Cross. Er sah aus dem Fenster heraus wie die Alabasterstatue eines Heiligen in einer Kathedrale. Seine Augen waren aus Marmor. Ein Pfahl war durch Jakes Stirn geschlagen worden. Der Revolvermann spürte den erstickenden, schneidenden Schrei, der den Anfang seines Wahnsinns bedeutete. aus der Wurzel seines Magens empor sprießen. Roland stieß einen grunzenden Schrei aus, als er spürte, wie das Feuer ihn versenkte. Er saß kerzengerade in der Dunkelheit und spürte immer noch den Traum um sich herum, der ihn würgte wie der Kragen, den er getragen hatte. Er hatte sich hin und her gewälzt und dabei eine Hand in die erlöschende Kohlen des Feuers fallen lassen. Er legte die Hand an das Gesicht, spürte den Traum entschwinden, sah nur noch das deutliche Bild des Alabasterweißen Jake, ein Heiliger für die Dämonen. Er sah in die geheimnisvolle Dunkelheit des Weidenhains und hielt seinen Pistolen schussbereit. In der letzten Glute des Feuers waren seine Augen rote Seeschlitze. Jake. Der Revolvermann sprang auf und lief los. Eine verbitterte Mondsichel war aufgegangen und er konnte den Spuren des Jungen im Tau folgen. Er duckte sich unter der ersten Weide hindurch, stapfte durch die Quelle und er klomm das gegenüberliegende Ufer, wo er in der Feuchtigkeit ausrutschte, was sein Körper jetzt sogar genießen konnte. Weidengärten schlugen ihm ins Gesicht. Hier standen die Bäume dichter, der Mond war verdeckt, Baumstämme ragten in lauernden Schatten empor. Das jetzt kniehohe Gras peitschte gegen ihn, halb verfaulte, abgestorbene Zweige griffen nach seinen Schienbeinen, seinen Kokonis. Er hielt einen Augenblick inne, hob den Kopf und schnupperte in der Luft. Der Geist eines Lüftchens half ihm. Der Junge roch natürlich nicht gut, das tat keiner der Weiden. Die Nasenflügel des Revolvermannes blähten sich wie die eines Affen. Der Schweißgeruch war schwach, ölig, unmissverständlich. Er stapfte durch eine Grube voll Gras, Brombeersträuchern und herabgefallenen Ästen und sprintete einen Tunnel überhängender Weiden und Zumach entlang. Moos fiel ihm auf die Schultern. Einiges blieb in seufzenden, grauen Ranken an ihm kleben. Er brach durch die letzte Barrikade der Weiden und trat auf eine Lichtung, wo man zu den Sternen und dem höchsten Gipfel des Massivs hinaufschauen konnte, der Totenkopf weiß in unvorstellbarer Höhe aufragte. Er sah einen Kreis aus hohen, schwarzen Steinen, die im Mondschein wie eine surrealistische Tierfalle aus seien. In der Mitte befand sich ein Tisch aus Stein. Ein Altar. Er war sehr alt und erhob sich auf einem mächtigen Basaltarm aus dem Boden. Der Junge stand davor und wippte hin und her. Seine Hände an den Seiten zitterten, als wären sie von statischer Elektrizität aufgeladen. Der Revolvermann rief seinen Namen schneidend und der Junge reagierte mit diesem unartikulierten Laut der Verneinung. Der winzige Klecks des Gesichtes, der von der linken Schulter des Jungen fast verborgen wurde, sah entsetzt und strahlend zugleich aus. Und aber noch etwas. Der Revolvermann trat in den Kreis und Jake schrie auf und wich zurück und hob schützend die Arme. Jetzt konnte man sein Gesicht deutlich und unverhüllt erkennen. Der Revolvermann sah Angst und Entsetzen, die sich mit einer beinahe quälenden Grimasse der Freude bekämpften. Der Revolvermann spürte, wie er ihn berührte. Der Geist des Orakels, der Succubus. Seine Lenden wurden plötzlich von rosa Licht überflutet, einem Licht, das weich und hart zugleich war. Er spürte, wie sein Kopf zuckte, seine Zunge anschwoll und selbst für den Speichelfilm, der sie bedeckte, quälend empfindlich wurde. Er dachte nicht nach, als er den halb verfaulten Kieferknochen aus der Tasche zog, den er am Bau des sprechenden Dämons im Rasthaus gefunden hatte. Er dachte nicht nach, aber es macht ihm keine Angst, rein instinktiv zu handeln. Er hielt das erstarrte prähistorische Grinsen des Kieferknochens vor sich hoch, den anderen Arm hatte er steif ausgestreckt und bildete mit dem ersten und letzten Finger den gabelförmigen Talismann, das uralte Zeichen des bösen Blicks. Der Strom der Sinnlichkeit wurde wie ein Vorhang von ihm weggezogen. Jake schrie erneut. Der Revolvermann ging zu ihm hin und hielt den Kieferknochen vor Jakes gebannte Augen. Ein feuchter Schmerzenslaut. Der Junge versuchte den Blick abzuwenden, konnte es aber nicht und mit einem Mal rollte er beide Augen nach oben, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Jake brach zusammen. Sein Körper fiel schlaff zu Boden, eine Hand berührte das Orakel fast. Der Revolvermann ließ sich auf ein Knie niedersinken und hob ihn auf. Er war erstaunlich leicht und nach ihrem langen Fußmarsch durch die Wüste so ausgetrocknet wie ein Blatt im November. Roland konnte die Präsenz, die den Kreis aus Steinen bewohnte, rings um sich herum vor eifersüchtigem Zorn vibrieren spüren. Er hatte ihr die Beute weggenommen. Als der Revolvermann aus dem Kreis heraus trat, verschwand das Gefühl frustrierter Eifersucht. Er trug Jake zum Lager zurück. Als sie dort ankamen, war aus der unruhigen Bewusstlosigkeit des Jungen ein tiefer Schlaf geworden. Der Revolvermann verharrte einen Augenblick über der grauen Ruine des Feuers. Das Mondlicht auf Jakes Gesicht erinnerte ihn wieder an einen Kirchenheiligen aus Alabaster von ungewöhnlicher Feinheit. Plötzlich nahm er den Jungen in den Arm, weil er wusste, dass er ihn liebgewonnen hatte. Und es schien ihm fast, als könnte er irgendwo weit über sich das Lachen des Mannes in Schwarz hören. Jake rief ihn. Dadurch wurde er wach. Er hatte den Jungen fest an einen der kräftigen Büsche gefesselt, die in der Nähe wuchsen, und der Junge war hungrig und durcheinander. Dem Stand der Sonne nachzuurteilen, war es beinahe halb zehn. Warum hast du mich festgebunden? fragte der Junge gekränkt, während der Revolvermann die dicken Knoten in der Decke aufknüpfte. Ich wäre dir schon nicht weggelaufen. Du bist weggelaufen, sagte der Revolvermann, und Jakes Gesichtsausdruck brachte ihn zum Lachen. Ich musste aufstehen und dich holen. Du warst Schlafwandeln. Was war ich? Jake sah ihn aquinisch an. Der Revolvermann nickte und holte plötzlich den Kieferknochen hervor. Er hielt ihn Jake vors Gesicht und der Junge schreckte zurück und hob einen Arm. Siehst du das? Jake nickte verwirrt. Ich muss jetzt eine Weile gehen. Ich könnte den ganzen Tag unterwegs sein. Also hör mir gut zu, Junge, es ist wichtig. Wenn ich bei Sonnenuntergang nicht zurück bin, Angst leuchtet in Jakes Gesicht auf. Du lässt mich zurück. Der Revolvermann sah ihn nur an. Nein, sagte Jake nach einem Augenblick, das wirst du wohl nicht tun. Ich möchte, dass du dich nicht vom Fleck rührst, während ich weg bin. Und wenn du dich komisch fühlst, in irgendeiner Weise seltsam, dann nimmst du diesen Knochen und hältst ihn in den Händen. Hass und Ekel huschten über Jakes Gesicht, verbunden mit Bestürzung. Das kann ich nicht, das kann ich einfach nicht. Du kannst. Es könnte sein, dass du es musst, besonders am Nachmittag. Es ist wichtig. Kapiert? Warum musst du weggehen? platzte Jake heraus. Ich muss eben. Der Revolvermann bekam einen erneuten, faszinierenden Eindruck von dem Stahl, der unter der Oberfläche des Jungen lag und der so rätselhaft war wie seine Geschichte. Er würde aus einer Stadt kommen, wo die Häuser so hoch waren, dass sie tatsächlich an den Wolken kratzten. Na gut, sagte Jake. Der Revolvermann legte den Kieferknochen behutsam neben die Überreste des Feuers, wo er wie ein verwittertes Fossil, welches nach einer Nacht von 5000 Jahren wieder das Tageslicht erblickt, aus dem Gras empor grenzte. Jake weikerte sich, ihn anzusehen. Sein Gesicht war blass und kläglich. Der Revolvermann überlegte, ob es sich für sie wohl auszahlen würde, wenn er den Jungen hypnotisierte und befragte, aber er kam zu dem Ergebnis, dass es wenig bringen würde. Er wusste ziemlich genau, dass der Geist des Steinrings ein Dämon war und wahrscheinlich auch ein Orakel. Ein Dämon ohne Gestalt, lediglich eine Art gestaltlose sexuelle Energie mit einem prophetischen Auge. Er fragte sich sardonisch, ob es sich nicht um die Seele von Sylvia Pitsen handeln könnte, der riesenhaften Frau, deren religiöser Eifer zur letzten Schießerei in Tal geführt hatte, aber er wusste, dass es nicht so war. Die Steine des Ringes waren uralt. Das Reich dieses speziellen Dämons war schon lange vor dem frühesten Schatten der Vorzeit abgesteckt worden. Aber der Revolvermann beherrschte die Formen des Sprechens recht gut und glaubte nicht, dass der Junge den Zauber des Kieferknochens würde anwenden müssen. Stimme und Verstand des Orakels würden mit ihm mehr als beschäftigt sein. Und der Revolvermann musste ungeachtet des Risikos bestimmte Dinge wissen. Und das Risiko war hoch. Doch für sich selbst und für Jake musste er gewisse Dinge mit aller Macht erfahren. Der Revolvermann machte den Tabaksbeutel auf, kramte darin, schob die getrockneten Blatthäcksel beiseite und fand schließlich ein winziges, in ein Stück weißes Papier eingewickeltes Objekt. Er wog es in der Hand und sah geistesabwesend zum Himmel hinauf. Dann packte er es aus und hielt den Inhalt, eine winzige, weiße Tablette mit Kanten, die vom Reisen schon arg abgescheuert waren, in der Hand. Jake sah ihn neugierig an. Was ist das? Der Revolvermann stieß ein kurzes Lachen aus. Der Stein der Weisen, sagte er. Cord hat uns immer die Geschichte erzählt, dass die alten Götter in die Wüste gepisst und so das Mescaline schaffen haben. Jake sah nur verwirrt rein. Eine Droge, sagte der Revolvermann, aber keine, die einen in Schlaf versetzt, eine, die einen kurze Zeit ganz aufweckt. Wie LSD stimmte der Junge eilfertig zu und sah da noch verwirrtert rein. Was ist das? Ich weiß nicht, sagte Jake. Ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, es stammt von Du weißt schon woher. Der Revolvermann nickte, aber er hatte seine Zweifel. Er hatte noch nie gehört, dass Mescaline als LSD bezeichnet wurde, nicht einmal in Mortons ältesten Büchern. Wird es dir schaden? Bisher hat es noch nie geschadet, sagte der Revolvermann, der sich der Ausflucht bewusst war. Gefällt mir nicht. Vergiss es. Der Revolvermann kauerte sich vor dem Wasserschlauch nieder, trank einen Mund voll und schluckte die Pille. Er spürte wie immer sofort eine Reaktion im Mund. Er schien vom Speichel überzufließen. Er nahm vor dem erloschten Feuer Platz. Wann geschieht etwas mit dir? fragte Jake. Noch eine ganze Weile nicht. Er sei still. Also war Jake still und verfolgte mit unverhohlenem Argwohn, wie der Revolvermann sich an das Ritual machte, seine Pistolen zu einigen. Er steckte sie wieder in die Halfter und sagte, dann hemmt Jake, zieh es aus und gib es mir. Jake zog das Hemd widerstrebend über den Kopf und gab es dem Revolvermann. Der Revolvermann holte eine Nadel hervor, die im Saum seiner Jeans steckte und einen Faden aus einer leeren Patronenhülse in seinem Gurt. Er fing an, einen langen Einriss in einem Hemdsärmel zuzunehmen. Als er fertig war und das Hemd zurückgab, konnte er spüren, wie das Mescalin zu wirken anfing. Sein Magen zog sich zusammen und er hatte den Eindruck, als würden sämtliche Muskeln seines Körpers eine Skaleneinheit angezogen werden. Ich muss gehen, sagte er und stand auf. Der Junge erhob sich halb, sein Gesicht war in Schatten der Sorge, doch dann ließ er sich wieder nieder. Sei vorsichtig, sagte er. Bitte, vergiss den Kieferknochen nicht, sagte der Revolvermann. Er legte Jake im Vorübergehen die Hand auf den Kopf und zerzauste das sandfarbene Haar. Die Geste entlockte ihm ein kurzes Lachen. Jake sah ihm mit besorgtem Lächeln nach, bis er im Weidensdschungel verschwunden war. Der Revolvermann schritt entschlossen auf den Ring aus Steinen zu und hielt nur einmal inne, um Wasser aus der Quelle zu trinken. Er konnte sein Spiegelbild in dem kleinen, von Moos- und Wasserlinien eingesäumten Teich sehen und betrachtete sich einen Augenblick so fasziniert wie Narziss. Die verstandesmäßige Reaktion setzte ein. Sie verlangsamte den Lauf seiner Gedanken, indem sie die Bedeutung eines jeden Einfalls und einer jeden Sinneswahrnehmung verstärkte. Alles nahm ein Gewicht und einen Umfang an, der bislang nicht zu erkennen gewesen war. Er hielt inne, stand wieder auf und sah durch das verfilzte Geflecht der Weiden. Ein goldener, staubiger Strahl, Sonnenlicht fiel schräg herab und er beobachtete einen Moment das Spiel der winzigen Splitter und Staubkörnchen, bevor er weiterging. Die Droge hat ihn häufig verstört. Sein Ich war zu stark oder vielleicht zu schlicht. Freude daran zu empfinden, wenn es überschattet und zurückgeschält und zur Zielscheibe einfühlsamerer Emotionen gemacht wurde, die ihn kitzelten wie die Schnurrhaare einer Katze. Aber diesmal fühlte er eine große Ruhe. Das war gut. Er betrat die Lichtung und schritt ohne zu zögern in den Kreis. Dort blieb er stehen und ließ seinen Gedanken freien Lauf. Ja, es kam jetzt schneller, fester. Das Gras schrie ihm grün entgegen. Er hatte den Eindruck, er würde überall an Fingern und Handflächen grüne Farbe haben, wenn er sich bückte und mit den Händen hindurchstrich. Er widerstand einem schalkhaften Drang, das Experiment auszuprobieren. Aber er hörte keine Stimme des Orakels, keine sexuelle Erregung. Er trat vor den Altar und stand einen Augenblick davor. Es war ihm fast unmöglich, zusammenhängend zu denken. Seine Zähne fühlten sich seltsam im Kopf an. Die Welt enthielt zu viel Licht. Er kletterte auf den Altar und legte sich zurück. Sein Verstand wurde zu einem Dschungel voll seltsamer Gedankenpflanzen, die er vorher niemals gesehen oder auch nur vermutet hatte, einem weiden Dschungel, der um eine Meskalinquelle herum gewachsen war. Der Himmel war Wasser und er hing freischwebend darüber. Der Gedanke versetzte ihm ein Schwindelgefühl, das fern und unwichtig schien. Pferse eines alten Gedichtes fielen ihm ein, aber kein Kinderlied, nein. Seine Mutter hatte Drogen und ihre Notwendigkeit gefürchtet, wie sie Kort und die Notwendigkeit gefürchtet hatte, dass er die Jungen schlug. Dieser Vers stammte aus einer der Ansiedlungen im Norden, wo immer noch Menschen inmitten von Maschinen lebten, die für gewöhnlich nicht funktionierten und die ab und zu Menschen verschlangen, wenn sie doch funktionierten. Der Vers wurde immer wieder heruntergeleiert und erinnerte ihn auf eine zusammenhanglose Weise, die typisch für die Wirkung des Meskalin war, an den Schnee, der in einer Glaskugel gefallen war, die er als Kind gehabt hatte, geheimnisvoll und halb fantastisch, fern von des Menschen Zugriff ruht, das Seltsame, die Höllen glut. In den Bäumen, die über die Lichtung hingen, waren Gesichter. Er betrachtete sie voll abstrakter Faszination. Dort war ein grüner, sich windender Drache, dort eine Waldnymfe mit lockenden Zweigenarmen, dort ein lebender, von Schleim überwucherter Totenschädel. Gesichter, Gesichter. Plötzlich bog sich das Gras auf der Lichtung und wogte. »Ich komme, ich komme.« »Ein vages Regen seines Fleisches, wie tief bin ich gesunken«, dachte er. »Einst liebkoste ich Susan im süßen Heu und jetzt dieses hier.« Sie preiste sich auf wie in ein Leib aus Wind, eine Brust aus plötzlich wohlriechendem Jasmin-Rosen- und Geißblatt. »Sprich deine Prophezeiung«, sagte er. Sein Mund fühlte sich an, als wäre er voll Metall. Ein Seufzen, ein leises Weinen, die Genitalien des Revolvermannes fühlten sich zusammen geschrumpelt und hart an. Über sich und jenseits der Gesichter in den Bäumen konnte er die Berge sehen, hart und brutal und voller Zähne. Der Leib drückte sich gegen ihn, rang mit ihm, er spürte, wie er die Hände zu Fäusten ballte. Sie hatte ihm eine Vision von Susan geschickt. Susan war über ihm, die liebreizende Susan am Fenster, die mit über Schultern und Rücken fallendem Haar auf ihn wartete. Er wandte den Kopf ab, doch ihr Gesicht folgte ihm. Jasmin, Rosen, Geißblatt, altes Heu, der Geruch der Liebe, liebe mich. Die Prophezeiung, sagte er. Bitte, weinte das Orakel, sei nicht so kalt, es ist immer so kalt hier. Hände glitten über seinen Körper, betasteten ihn, setzten ihn in Brand, lockten ihn, zogen ihn, eine schwarze Spalte, die ultimate Hure, feucht und warm. Nein, trocken, kalt, steril. Zeig eine barmherzige Regung, Revolvermann. Ach, bitte, ich flehe dich an, Barmherzigkeit. Hättest du Barmherzigkeit mit dem Jungen? Welchem Jungen? Ich kenne keinen Jungen. Ich brauche keinen Jungen. Oh, bitte, Jasmin, Rosen, Geißblatt, trockenes Heu mit seiner Ahnung von Sommerklee, aus uralten Urnen gegossenes Öl, Lust für das Fleisch. Danach, sagte er, jetzt, bitte, jetzt. Er ließ seinen Verstand als Antithese von Gefühlen auf sie eindringen. Der Leib, der über ihm hing, erstarrte und schien zu schreien. Zwischen seinen Schläfen fand ein kurzes, heftiges Tauziehen statt. Sein Verstand war das graue und faserige Tau. Lange Augenblicke war außer dem leisen Hauchen seines Atems und der leichten Brise, welche die Gesichter in den Bäumen bewegte, Blinzeln und Grimassen schneiden ließ, nichts zu hören. Kein Vogelsang. Ihr Griff lockerte sich, wieder ein leises Schluchzen zu hören. Jetzt muß es schnell gehen, sonst würde sie ihn verlassen. Jetzt zu bleiben würde eine Schwächung für sie bedeuten, vielleicht sogar ihre ureigene Art von Tod. Er spürte bereits, wie sie sich zurückzog, um den Kreis aus Steinen zu verlassen. Der Wind wogte gequält durch das Gras. »Prophezeiung«, sagte er, ein schmuckloses Substantiv. Ein Schluchzen des Müdes seufzen. Er hätte ihr beinahe die Barmherzigkeit gewähren können, um die sie bat, aber da war Jake. Wäre er gestern Nacht etwas später gekommen, hätte Jake wahnsinnig oder tot sein können. »Dann schlafe!« »Nein!« »Also Halbschlaf!« Der Revolvermann betrachtete die Gesichter in den Bäumen. Dort wurde zu seiner Unterhaltung ein Schauspiel gegeben. Welten stiegen vor ihm auf und stürzten wieder. Reiche wurde auf glitzerndem Sand erbaut, wo Maschinen für die Ewigkeit in abstrakter, elektronischer Ekstase arbeiteten. Reiche gingen unter und fielen. Räder, die sich wie stumme Flüssigkeit gedreht hatten, liefen langsamer, fingen an zu quietschen, fingen an zu kreischen, blieben stehen. Sand erstickte die Edelstahlabflüsse konzentrischer Straßen unter dunklem Himmel und über alles wehte der sterbende Wind der Veränderung hinweg und trug den Zimtduft des späten Oktobers mit sich. Der Revolvermann sah zu, wie die Welt sich weiterdrehte und versank in Halbschlaf. Drei, das ist eine Schicksalszahl. Drei. Ja, drei ist mystisch. Drei ist im Herzen des Mantras. Welche drei? Wir sehen nur zum Teil, solchermaßen ist der Spiegel der Weissagung verdunkelt. Sag mir, was du kannst. Der Erste ist jung und dunkelhaarig. Er steht am Rande von Raub und Mord. Ein Dämon hat von ihm Besitz ergriffen. Der Name des Dämons heißt Heroin. Was ist das für ein Dämon? Ich kenne ihn nicht. Nicht einmal aus Kindergeschichten. Wir sehen nur zum Teil, solchermaßen ist der Spiegel der Weissagung verdunkelt. Es gibt andere Welten, Revolvermann, und andere Dämonen. Diese Gewässer sind tief. Der Zweite. Sie kommt auf Rädern. Ihr Verstand ist hart wie Stahl. Doch ihr Herz und ihre Augen sind weich. Mehr sehe ich nicht. Der Dritte. In Ketten. Der Mann in Schwarz. Wo ist er? Na, du wirst mit ihm sprechen. Wovon werden wir sprechen? Von dem Turm. Der Junge. Jake. Erzähl mir von dem Jungen. Der Junge ist eine Pforte zum Mann in Schwarz. Der Mann in Schwarz ist eine Pforte zu den Dreien. Die Drei sind dein Weg zum dunklen Turm. Wie, wie kann das sein? Warum muss es sein? Wir sehen nur zum Teil. Solchermaßen ist der Spiegel Gott verfluchtig. Kein Gott hat mich verflucht, wird nicht vor, Lauting. Ich bin stärker als du. Wie nennt man dich? Sternendirne? Hure der Winde? Manche leben von der Liebe, welche zu den alten Städten kommt, selbst in so traurigen und bösen Zeiten. Manche Revolvermann leben von Blut. Sogar wie ich weiß vom Blut, kleiner Jungen, kann er nicht verschont werden. Doch wie? Lass ab, Revolvermann, brich dein Lager ab und reise nach Westen. Im Westen besteht noch Nachfrage nach Männern, die von der Kugel leben. Ich bin durch meines Vaters Pistolen und durch Mortens Verrat gebunden. Morten ist nicht mehr. Der Mann in Schwarz hat seine Seele verschlungen. Das weißt du. Ich bin gebunden. Dann bist du verflucht. Benütze mich für deine Zwecke, Hure. Eifer. Der Schatten schwang sich über ihn, umhüllte ihn. Plötzliche Ekstase, welche lediglich von einer Milchstraße der Schmerzen unterbrochen wurde, so schwach und hell wie uralte Sterne, die im Untergang rot werden. Auf dem Höhepunkt ihres Liebesaktes kamen ungebetene Gesichter zu ihm. Sylvia Pitsen, Alice, die Frau Stahl, Susan, Eileen, hundert andere. Und schließlich, eine Ewigkeit später, stieß er sie von sich. Er war wieder bei klarem Verstand, müde bis auf die Knochen und voller Ekel. Nein, es ist doch nicht genug. Lass mich in Ruhe, sagte der Revolvermann. Er richtete sich auf und wäre bei nahe von Maltar gestürzt, bevor er auf die Füße kam. Sie faßte ihn zögernd an. Geisblatt, Jasmin, duftendes Rosenöl. Um das stieß sie heftig von sich und fiel auf die Knie. Er richtete sich strauchelnd auf und torkelte trunken zum Rand des Kreises. Er taumelte hinaus und spürte, wie ihm eine gewaltige Last von den Schultern fiel. Er holte erschauernd und schluchzend Atem. Als er sich entfernte, konnte er spüren, wie sie an den Gitterstäben ihres Gefängnisses stand und ihm nachsah, wie er von ihr ging. Er fragte sich, wie lange es dauern mochte, bis wieder jemand die Wüste durchquerte und sie hungrig und allein hier vorfand. Einen Augenblick fühlte er sich zwergenhaft angesichts der Möglichkeiten der Zeit. Du bist krank! Jake sprang auf, als der Revolvermann zwischen den letzten Bäumen hervorkam und ins Lager wankte. Jake hatte zusammengekauert vor den Überresten des winzigen Feuers gehockt, hatte den Kieferknochen im Schoß gehabt und untröstlich an den Knochen des Kaninchens genagt. Nun lief er mit einem besorgten Ausdruck auf den Revolvermann zu, da Roland das volle hässliche Gewicht seines bevorstehenden Verrats spüren ließ, der, wie er spürte, nur der Erste von vielen sein mochte. Nein, sagte er, nicht krank, nur müde, ausgelaugt. Er deutete abwesend auf den Kieferknochen. Den kannst du wegwerfen. Jake warf ihn rasch und heftig weg und wischte sich anschließend die Hände an seinem Hemd ab. Der Revolvermann setzte sich viel beinahe nieder. Er spürte die schmerzenden Gelenke und den schwerfälligen trägen Verstand, die unliebsamen Nachwirkungen des Mescalins. Auch an seine Lenden pochte ein dumpfer Schmerz. Er drehte sich mit sorgfältigen, gedankenlosen Bewegungen in eine Zigarette. Jake sah ihm zu. Der Revolvermann verspürte den plötzlichen Impuls, ihm zu sagen, was er erfahren hatte, doch dann verwarf er den Gedanken voller Entsetzen. Er fragte sich, ob ein Teil von ihm Verstand oder Seele nicht im Verfall begriffen waren. »Wir schlafen heute Nacht hier«, sagte der Revolvermann. »Morgen klettern wir. Ich gehe später ein Stück weg und sehe zu, ob ich uns etwas zum Essen erlegen kann. Aber jetzt muss ich schlafen. Okay? Klar.« Der Revolvermann nickte und lehnte sich zurück. Als er erwachte, fielen lange Schatten über die kleine, grasbewachsene Lichtung. »Wach ein Feuer«, sagte er zu Jake und warf ihm Feuerstein und Stahl zu. »Könnst du damit umgehen?« »Ja, ich glaube schon.« Der Revolvermann schritt zum Weidenheim, dann nach links an ihm entlang. An einer Stelle, wo sich der Wald zu einer breiten, grasbewachsenen Schneise öffnete, trat er in den Schatten zurück und blieb still stehen. Er konnte leise aber deutlich das Klick, 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 Klick hören, während Jake Funken schlug. Er stand 10, 15, 20 Minuten, ohne sich zu bewegen. Dann kamen drei Kaninchen und der Revolvermann zog. Er erlegte die beiden fettesten, häutete sie, weidete sie aus und trug sie ins Lager. Jake hatte das Feuer entfacht. Das Wasser kochte bereits darüber. Der Revolvermann nickte ihm zu. »Gute Arbeit!« Jake errötete vor Freude und gab ihm schweigend Feuerstein und Stahl zurück. Während der Eintopf kochte, nutzte der Revolvermann das letzte Tageslicht, um zum Weidenhain zurückzugehen. In der Nähe des Teiches schlug er Reben ab, die am sumpfigen Ufer des Wassers wuchsen. Später, wenn das Feuer zu Kohlen niedergebrannt war und Jake schlief, würde er sie zu Seilen flechten, die später vom begrenzten Nutzen sein konnten. Aber irgendwie glaubte er nicht, dass ihnen das Klettern besonders schwer fallen würde. Er empfand ein Gefühl der Schicksalshaftigkeit, das er nicht einmal mehr als seltsam betrachtete. Die Weinreben bluteten grünen Saft auf seine Hände, während er sie zu dem wartenden Jake trug. Sie standen mit der Sonne auf und packten innerhalb einer halben Stunde zusammen. Der Revolvermann hoffte, er könnte noch ein Kaninchen schießen, wenn diese sich auf der Schneise zum Fressen einfanden, aber die Zeit war knapp und es zeigte sich keins. Das Bündel mit ihren verbleibenden Lebensmitteln war jetzt so leicht, dass Jake es mühelos tragen konnte. Er war kräftiger geworden, der Junge. Das konnte man sehen. Der Revolvermann trug das Wasser, das er frisch an einer der Quellen geschöpft hatte. Die drei Rebenseile schlang er sich um den Bauch. Sie machten einen großen Bogen um den Kreis aus Steinen. Der Revolvermann befürchtete, der Junge könnte neuerliche Angst empfinden, doch als sie auf einer felsigen Anhöhe darüber vorbeigingen, warf Jake ihm lediglich einen flüchtigen Abschiedsblick zu und sah dann einen im Wind schwebenden Vogel nach. Schon bald waren die Bäume weniger hoch und saftig, die Stämme waren gekrümmt und die Wurzel schienen in einer gequälten Jagd nach Wasser mit dem Boden zu ringen. Alles ist zu alt, sagte Jake düster, als sie eine Rast machten. Gibt es hier nichts, Junges? Der Revolvermann lächelte und stieß Jake mit dem Ellbogen an. Du bist doch jung, sagte er. Wird das Klettern schwer sein? Der Revolvermann sah ihn eigentümlich an. Die Berge sind hoch. Glaubst du nicht, dass das Klettern schwer werden wird? Jake sah ihn mit umwölkten und verwirrten Augen an. Nein. Sie gingen weiter. Die Sonne stieg zum Zenit, schien dort kürzer zu verweilen als während der ganzen Durchquerung der Wüste und zog dann weiter und gab ihnen ihre Schatten zurück. Felsgesimse ragten aus der Erde empor wie die Arme gigantischer, im Erdreich vergrabener Lehnstühle. Das kümmerliche Gras wurde gelb und verbrannt. Schließlich versperrte ihnen ein tiefer, schornsteinartiger Riss den Weg und sie erklommen einen niederen, verwitterten Felsvorsprung um, um sie herum und über sie hinweg zu gelangen. Der uralte Granit waren abschnittliche Borsten, die stufenähnlich waren und das Klettern ging leicht vonstatten, wie sie beide intuitiv geahnt hatten. Auf der etwas mehr als einem Meter breiten Kruppe blieben sie stehen und sahen über das abfallende Land zur Wüste zurück, die sich wie eine riesige gelbe Pote um das Hochland legte. Weiter entfernt gleiste sie wie ein weißes Schild, das das Auge blendete und verbarg sich noch weiter entfernt hinter waberndem Hitzeflimmern. Der Revolvermann verspürte Gelindes Erstaunen darüber, dass diese Wüste ihn um ein Haar umgebracht hätte. Von der Stelle, wo sie im Kühlen standen, machte die Wüste sicher einen momentanen Eindruck, aber keinen tödlichen. Sie wandten sich wieder der Aufgabe des Kletterns zu, kletterten über an ein Mikado-Spiel gemahnete Felswände und hasteten niedergekauert geneigte Felsflächen empor, in denen Quarz und Glimmer funkelten. Der Felsen fasste sich angenehm warm an, aber die Luft war merklich kühler geworden. Am Spätnachmittag hörte der Revolvermann leises Donnergrollen, doch die steile Silhouette der Berge verbarg den Regen auf der anderen Seite nach. Als die Schatten purpurn wurden, lagerten sie im Überhang eines vorspringenden Felsplateaus. Der Revolvermann verankerte ihre Decke oben und unten und schuf so einen behelfsmäßigen Windfang. Sie saßen an dessen Rand und sahen zu, wie der Himmel eine Decke über die Welt breitete. Jake ließ die Beine über den Vorsprung baumeln. Der Revolvermann drehte seine abendliche Zigarette und sah Jake halbbelustigt an. Dreh dich nicht im Schlaf herum, sagte er, sonst wirst du in der Hölle aufwachen. Werde ich nicht, antwortete Jake ernst. Meine Mutter hat gesagt... Er verstummte. Was hat sie gesagt? Dass ich wie ein Toter schlafe, beendete Jake seinen Satz. Er sah den Revolvermann an und dieser sah, dass der Mund des Jungen zitterte, so sehr bemühte er sich, Tränen zurückzuhalten. Nur ein Junge, dachte er. Und der Schmerz durchbohrte ihn wie der Eispickel, den einem zu viel kaltes Wasser manchmal in die Stirn treiben kann. Nur ein Junge. Warum? Dumme Frage. Wenn einen an Leib oder Seele verletzter Junge Kort diese Frage gestellt hatte, dieser uralten, mitgenommenen Kampfmaschine, deren Aufgabe es gewesen war, den Söhnen von Revolvermännern die Anfänge dessen beizubringen, was sie wissen mussten, hatte Kort geantwortet, warum ist ein krummer Buchstabe, der nicht gerade gemacht werden kann. Kümmere dich nicht um das Warum, steh einfach auf, dumm Kopf, steh auf, der Tag ist noch jung. Warum bin ich hier? fragte Jake. Warum habe ich alles vergessen, was vorher war? Weil der Mann in Schwarz dich hierher geholt hat, sagte der Revolvermann, und wegen des Turms. Der Turm steht an einer Art Energiebrennpunkt in der Zeit. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht, sagte der Revolvermann, aber es ist etwas geschehen, nur in meiner eigenen Zeit. Die Welt hat sich weiter gedreht, pflegen wir zu sagen, das haben wir stets gesagt, aber jetzt dreht sie sich schneller. Etwas ist mit der Zeit geschehen. Sie saßen schweigend nebeneinander. Ein leichter, aber dennoch beißender Wind zupft an ihren Beinen. Irgendwo in einer Felsspalte erzeugte er ein hohles Huuuuh. Woher kommst du? fragte Jake. Aus einem Land, das nicht mehr existiert. Kennst du die Bibel? Jesus und Moses? Klar doch. Der Revolvermann lächelte. Ganz recht. Mein Land hatte einen biblischen Namen. Es hieß Neukanaan. Das Land, wo Milch und Honig fließen. Im biblischen Kanaan sollte es so große Trauben gegeben haben, dass die Menschen sie auf Schlitten transportieren mußten. So groß wurden unsere nicht, aber es war ein fruchtbares Land. Ich weiß von Odysseus, sagte Jake zögernd. Kam ihr auch in der Bibel vor? Vielleicht, sagte der Revolvermann. Die Schrift ging verloren. Mit Ausnahme der Teile, die ich auswendig lernen mußte. Aber die anderen... Es gibt keine anderen, sagte der Revolvermann. Ich bin der Letzte. Ein kleiner, siechender Mond ging auf und warf seinen schlitzäugigen Blick in das Durcheinander der Felswände, in dem sie saßen. War's schön? Deine Heimat? Dein Land? Wunderschön, sagte der Revolvermann abwesend. Es gab Felder und Flüsse und Morgennebel. Aber das ist nur hübsch. Meine Mutter pflegte das zu sagen. Und dass das einzig, wirklich Schöne Ordnung und Liebe und Licht sind. Jake gab einen unverbindlichen Laut von sich. Der Revolvermann rauchte und dachte daran, wie es gewesen war. Die Nächte im riesigen Mittelsaal, hunderte prunkvoll gekleideter Gestalten, die im langsamen, gemessenen Walzerschritt gingen oder mit den schnelleren, leichtfüßigeren Bewegungen der Poll kamen, in seinen armen Aileen, deren Augen strahlender als die kostbarsten Edelsteine waren, der Schein der kristallgeschmückten elektrischen Lichter, das sich in den frisch frisierten Haaren der Kurtisanen und ihrer halb zynischen Freier brach. Der Saal war riesig gewesen. Eine Insel des Lichts, deren Alter unermesslich war wie das des ganzen mittleren Palastes, der aus beinahe 100 aus Stein gebauten Schlössern bestand. Zwölf Jahre war es her, seit er ihn zum letzten Mal gesehen hatte, und als er ihn endgültig hinter sich gelassen und das Gesicht abgewendet und die erste Spur des Mannes in Schwarz verfolgt hatte, da hatte Roland großes Leid empfunden. Schon damals, vor zwölf Jahren, waren die Mauern eingestürzt gewesen, wuchs Unkraut in den Gärten, nisteten Fledermäuse zwischen den größten Balken des Mittelsaales, halt das leise Huschen und Zwitschern von Schwalben durch die Galerien. Die Wiesen, wo Kurt in den Bogenschießen und Pistolenschießen und die Falkenjagd beigebracht hatte, waren Heu und Timotheusgras und wilden Reben gewichen. In der riesigen und hallenden Küche, wo Hex, der einst seinen eigenen schäumenden und wohlschmeckenden Hof gehalten hatte, hatte sich eine groteske Kolonie langsamer Mutanten eingenistet, die ihn aus der barmherzigen Dunkelheit von Speisekammern und gewaltigen Säulen heraus angeglotzt hatten. Der warme, vom beißenden Geruch beratenen Rind- und Schweinefleisches erfüllte Dampf war der Klammenfeuchtigkeit von Moos gewichen und in den Ecken, wo nicht einmal die langsamen Mutanten sich hinwagten, wuchsen riesige weiße Pilze. Die gewaltige Eichentür des Kellers stand offen und von dort war der durchdringendste Geruch von allen gekommen, ein Geruch, der mit seiner platten Endgültigkeit sämtliche harten Tatsachen von Verfall und Auflösung zu symbolisieren schien, der ätzende, scharfe Geruch von Wein, der zu Essig geworden war. Es hatte keine Mühe gekostet, das Gesicht gen Süden zu wenden und das alles hinter sich zu lassen, aber es hatte ihm im Herzen wehgetan. War Krieg? fragte Jake. Noch besser, sagte der Revolvermann und schnippte die letzte Glut seiner Zigarette fort. Es war eine Revolution. Wir haben die Schlacht gewonnen und den Krieg verloren. Niemand hat den Krieg gewonnen. Es sei denn die Plünderer. Es muss noch Jahre später reichlich zu Hohen gegeben haben. Ich wünschte mir, ich hätte dort gelebt, sagte Jake sehnsüchtig. Es war eine andere Welt, sagte der Revolvermann. Und jetzt ist Schlafenszeit. Der Junge, der nur noch ein dunkler Schatten war, drehte sich auf die Seite und kuschelte sich unter eine lose über ihn geworfene Decke. Der Revolvermann saß noch eine Stunde Wache bei ihm und hing seinen langsamen, ernsten Gedanken nach. Dieses Meditieren war etwas Neues für ihn, etwas Ungewöhnliches, etwas auf eine melancholische Weise Angenehmes, aber dennoch völlig ohne praktischen Wert. Für Jakes Probleme gab es keine andere Lösung als die, welche das Orakel vorhergesagt hatte. Und das war schlichtweg unmöglich. Die Situation mochte etwas Tragisches an sich haben, aber das sah der Revolvermann nicht. Er sah nur die schicksalhafte Vorherbestimmung, die immerzu da gewesen war. Schließlich gewann sein natürlicherer Charakter wieder die Oberhand und er schlief tief und traumlos. Am folgenden Tag fiel das Klettern schwerer, während sie sich weiter auf das schmale V des Gebirgspasses zuarbeiteten. Der Revolvermann bewegte sich gemächlich, immer noch ohne Eile. Auf dem harten Gestein unter ihnen war keine Spur des Mannes in Schwarz zu sehen, aber der Revolvermann wusste, dass er vor ihnen diesen Weg genommen hatte, nicht nur aufgrund der Route seines Aufstieges, als er und Jake ihn winzig und insektenähnlich vom Vorgebirge aus gesehen hatten. Sein Geruch wurde von jeder kalten Windböe heruntergetragen. Es war ein öliger, zynischer Geruch, der in seiner Nase so bitter schmeckte wie das Aroma des Teufelsgrases. Jakes Haar war viel länger geworden und lockte sich am Halsansatz. Er kletterte verbissen und bewegte sich sicher und ohne erkennbare Höhenangst, wenn sie Klüfte überquerten oder sich ihren Weg an Felsüberhängen hinaufbanden. Er war schon zweimal an Stellen hinaufgeklettert, die der Revolvermann nicht bezwingen konnte. Dort hatte Jake eins der Seile verankert, so dass sich der Revolvermann Hand für Hand hatte hochziehen können. Am darauf folgenden Morgen kletterten sie durch eine kalte, klampfeuchte Wolkenbank, die die Sicht auf die darunterliegenden Berghänge verbarg. In den tieferen Felsnischen lag fester, körniger Schnee. Er glitzerte wie Quarz und seine Beschaffenheit war so trocken wie Sand. An diesem Nachmittag fanden sie einen einzigen Fußabdruck in einem der Schneeflecken. Jake betrachtete ihn einen Augenblick voll entsetzter Faszination, dann sah er auf, als rechnete er damit, den Mann in Schwarz selbst zu sehen, der in seinem eigenen Fußabdruck Gestalt annahm. Der Revolvermann tippte ihm auf die Schulter und deutete geradeaus, Gehe, der Tag geht zu Ende. Später schlugen sie im letzten Tageslicht ihr Lager auf einem breiten, flachen Sims nordöstlich des Passes auf, der ins Herz des Gebirges hineinschnitt. Die Luft war eisig kalt. Sie konnten die Wölkchen ihres Atems sehen und das feuchte Donnergrollen im rot-purpernen Abendrot war so realistisch und ein wenig irrsinnig. Der Revolvermann dachte, der Junge könnte anfangen, ihm Fragen zu stellen, aber Jake stellte keine Fragen. Der Junge schlief fast auf der Stelle ein. Der Revolvermann folgte seinem Beispiel. Er träumte wieder von dem dunklen Ort in der Erde, dem Kerker, und von Jake als heiligen Bild aus Alabaster mit einem Nagel durch die Stirn. Er erwachte stöhnend und griff instinktiv nach dem Kieferknochen, der nicht mehr da war, und errechnete damit, das Gras des uralten Heinz zu spüren. Stattdessen spürte er Felsen und die dünne, kalte Höhenluft in den Lungen. Jake schlief neben ihm, aber sein Schlaf war unruhig. Er warf sich hin und her und murmelte unverständliche Worte und jagte seine eigenen Phantome. Der Revolvermann legte sich schweren Herzens nieder und schlief ebenfalls wieder. Sie waren eine weitere Woche unterwegs, bevor sie das Ende vom Anfang erreichten. Für den Revolvermann ein bewegter, zwölf Jahre dauernder Prolog, vom endgültigen Untergang seiner Heimat bis zum Auserwählen der anderen drei. Für Jake war das Tor ein seltsamer Tod in einer anderen Welt gewesen. Für den Revolvermann war es ein noch seltsamerer Tod gewesen. Die endlose Jagd nach dem Mann in Schwarz durch eine Welt ohne Karten oder Erinnerung. Cuthbert und die anderen waren nicht mehr. Alle dahin. Randolph, Jamie und Curry, Eileen, Susan, Morton, ja, auch ihn hatten sie nach unten gezerrt und Pistolenschüsse waren zu hören gewesen, doch selbst das hat einen bitteren Beigeschmack gehabt. Bis schließlich nur noch drei der alten Welt übrig geblieben waren, drei gleich grässliche Karten aus einem schrecklichen Terrorblatt. Der Revolvermann, der Mann in Schwarz und der dunkle Turm. Eine Woche nachdem Jake den Fußabdruck gesehen hatte, sahen sie den Mann in Schwarz einen kurzen Augenblick der Zeit. In diesem Augenblick war dem Revolvermann, als könnte er die tiefe Bedeutung des dunklen Turms selbst beinahe begreifen, denn dieser Augenblick schien sich zur Ewigkeit zu dehnen. Sie gingen weiter nach Südwesten und kamen an einen Punkt, etwa auf halbem Weg durch das zyklopenhafte Gebirgsmassiv und gerade als das Vorankommen zum ersten Mal wirklich schwierig zu werden schien, die scheinbar vorspringenden eisbedeckten Simse und steilen Felsvorsprünge über ihnen weckten ein unangenehmes Schwindelgefühl in dem Revolvermann, schritten sie wieder am Rand des schmalen Passes abwärts. Ein eckiger, zickzackförmiger Pfad führte sie auf den Grund der Schlucht, wo ein an den Ufern vereister Gebirgsbach sich mit wilder, schiefergrauer Wildheit aus dem Hochland herab ergoss. An diesem Nachmittag hielt der Junge inne und sah den Revolvermann an, der angehalten hatte, um sich in dem Gebirgsbach das Gesicht zu waschen. »Ich rieche ihn,« sagte Jake. »Ich auch.« Vor ihnen hatte der Berg seine letzte Verteidigung aufgebaut, eine riesige, unbezwingbare Granitplatte, welche bis in Wolken verhangene Unendlichkeiten anstieg. Der Revolvermann rechnete jeden Augenblick damit, dass eine Biegung des Baches sie zu einem tiefen Wasserfall und unbesteigbar glattem Fels bringen würde, Sackgasse. Doch die Luft hier besaß die seltsam vergrößernde Eigenschaft, die hochgelegenen Orten eigen ist, und es dauerte noch einen ganzen Tag, bis sie das gewaltige Granitantlitz erreichten. Der Revolvermann verspürte wieder das grauenhafte Ziehen der Erwartung, das Gefühl, dass endlich alles innerhalb seiner Reichweite lag. Am Ende mußte er sich zurückhalten, um nicht den Laufschritt zu verfallen. Warte! Der Junge blieb unvermittelt stehen. Sie befanden sich vor einer scharfen Haarnadelkurve des Baches. Er schäumte und gischtete mit Macht um den erodierten Hang eines riesigen Sandsteinblocks herum. Sie waren den ganzen Morgen im Schatten des Gebirges dahingeschritten, während die Schlucht immer schmaler geworden war. Jake zitterte heftig. Sein Gesicht war blass geworden. Was ist denn los? Lass uns umkehren, flüsterte er. Lass uns rasch umkehren. Das Gesicht des Revolvermannes war hölzern. Bitte? Das Gesicht des Jungen war verzerrt. Sein Kiefer zitterte vor unterdrücktem Schmerz. Sie konnten sogar durch die Feldschicht ein Donnern hören, das so konstant wie Maschinen in der Erde klang. Der Ausschnitt des Himmels, den sie noch sehen konnten, hatte über ihn eine turbulente gotische Graufärbung angenommen. Warme und kalte Luftströmungen trafen aufeinander und bekämpften sich. Bitte! Bitte! Der Junge hob eine Forst, als wollte er dem Revolvermann auf die Brust schlagen. Nein! Das Gesicht des Jungen nahm einen verwunderten Ausdruck an. Du wirst mich umbringen! Er hat mich das erste Mal umgebracht! Und du wirst mich jetzt umbringen! Der Revolvermann spürte die Lüge auf den Lippen. Er sprach sie aus. Dir wird nichts geschehen und eine noch größere Lüge. Ich werde aufpassen. Jakes Gesicht wurde grau, er sagte nichts mehr. Er streckte widerstrebend die Hand aus und er und der Revolvermann gingen um die Haarnadelkurve herum. Sie standen der letzten steilen Felswand und dem Mann in Schwarz von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Er stand nicht mehr als sechs Meter über ihnen, direkt rechts neben dem Wasserfall, der sich aus einem großen zerklüfteten Loch im Felsen ergoss. Unsichtbarer Wind zerrte und zupfte an seinem Kapuzengewand. Er hielt einen Stab in einer Hand. Die andere Hand streckte er ihnen zu einem spöttischen Willkommensgruß entgegen. Er wirkte wie ein Prophet und speziell auf dem Felsgesimse unter dem dahinrasenden Himmel wie ein Prophet des Untergangs. Seine Stimme war die Stimme von Jeremias. Revolvermann, wie genau du die alten Prophezeiungen erfüllst. Guten Tag und guten Tag und guten Tag. Er lachte und das Lachen hallte über das Donnern des Wasserfalls. Der Revolvermann hatte ohne nachzudenken und offenbar ohne ein Klicken motorischer Relais die Pistolen gezogen. Der junge kraute rechts hinter ihm ein winziger Schatten. Roland feuerte dreimal, bevor er seine verräterischen Hände unter Kontrolle bringen konnte. Die Echos warfen ihre Bronzetöne gegen das Felsental, das sie umgab, und übertönten das Tosen das Tosen Wind und Wasser. Ein Granitschauer stob über den Kopf des Mannes in schwarzen Weg, eins weiter links von seiner Kapuze, ein dritter rechts von ihm. Er hatte dreimal sauber daneben geschossen. Der Mann in schwarz lachte, ein volles herzliches Lachen, das die verklingenden Echos der Schüsse herauszufordern schien. Würdest du alle deine Antworten so leichtfertig umbringen, Revolvermann? Komm herunter, sagte der Revolvermann, ringsumher sind überall Antworten. Wieder dieses laute höhnische Lachen. Ich habe keine Angst vor deinen Kugeln, Roland. Deine Vorstellung von Antworten macht mir Angst. Komm herunter! Auf der anderen Seite glaube ich, sagte der Mann in schwarz, auf der anderen Seite werden wir viel zu reden haben. Sein Blick fiel auf Jake und er fügte hinzu. Nur wir beide. Jake wich mit einem leisen, wimmernden Schrei vor ihm zurück und der Mann in schwarz drehte sich herum. Sein Gewand flatterte in der grauen Luft wie Fledermausflügel. Er verschwand in der Öffnung im Berg, als er das Wasser mit ungezügelter Wucht hervorschoss. Der Revolvermann nahm alle Willenskraft zusammen und schoss keine Kugel hinter mir her. Würdest du alle deine Antworten so leicht fertig umbringen, Revolvermann? Nur das Geräusch von Wind und Wasser war noch zu hören. Ein Geräusch, das seit Jahrtausenden an diesem Ort hat ihn ausgelacht. Auf der anderen Seite werden wir viel zu reden haben. Der Junge sah ihn mit dümmlich unterwürfigen Schafsaugen an, er zitterte am ganzen Körper. Einen Augenblick sah der Revolvermann das Gesicht von Alice, dem Mädchen aus Thall, über dem Gesicht des Jungen. Die Narbe leuchtete wie eine stumme Anklage, und er empfand wütende Abscheu vor beiden. Erst viel später fiel ihm ein, dass die Narbe auf Alice's Stirn und der Nagel, den er in seinen Träumen durch Jakes Stirn gebohrt gesehen hatte, beide an derselben Stelle waren. Jake schien eine Ahnung seiner Gedanken zu spüren, und ein Stöhnen entrang sich seiner Kehle, aber es war nur kurz. Er versiegelte es hinter seiner zusammengepressten Lippen. Er hatte das Zeug zu einem prachtvollen Mann, vielleicht sogar zu einem eigenständigen Revolvermann, wenn er nur genügend Zeit hatte. Nur wir beide. Der Revolvermann verspürte in einer tiefen, unbekannten Höhle seines Körpers einen großen, unheiligen Dorst, einen Dorst, den kein Wein löschen konnte. Welten erzitterten fast in Reichweite seiner Finger, und er bemühte sich auf eine instinktive Weise, sich nicht korrumpieren zu lassen, ob schon er an seinem kühleren Denken wußte, dass dieses Bemühen vergeblich war und es immer sein würde. Es war Mittag. Er sah auf und ließ das wolkenverhangene rastlose Tageslicht ein letztes Mal auf die nur allzu verletzliche Sonne seiner eigenen Rechtschaffenheit scheinen. Niemand bezahlt jemals mit Silberlingen dafür, dachte er. Der Preis eines jeden Bösen, notwendig oder unnötig, wird stets vom Fleisch bezahlt. Komm mit mir oder bleib, sagte der Revolvermann. Der Junge sah nur stumm an und für den Revolvermann hörte er in diesem letzten und entscheidenden Augenblick, da er sich von einem moralischen Prinzip freimachte, endgültig auf Jake zu sein und wurde nur zu dem Jungen, einer Unperson, die man herumschieben und benutzen konnte. Etwas schrie in der windigen Stille. Er und der Junge hörten es beide. Der Revolvermann machte den Anfang. Und Jake folgte ihm nach einem Augenblick. Sie erklommen gemeinsam den zerklüfteten Fels neben dem Wasserfall, der kalt wie Stahl war und blieben dort stehen, wo der Mannen schwarz vor ihnen gestanden hatte. Dann traten sie und ich und ich Wir waren none of us had passed from the time of children. Wenn wir getroffen wurden, Kurt would have stript us. Der Revolvermann fuhrendes Licht weiter durch nachtschwarze kammern. Es fand einmal jährlich im großen Saal statt, fuhr der Revolvermann fort. Wir nannten ihn Saal, der Großväter, aber es war nur der große Saal. Das ist in alten Zeiten die Begrüßung des Frühlings war, aber die Zivilisation, du weißt ja. Er verstummte, weil er außerstande war, die diesem mechanischen Substantiv innewohnende Veränderung zu beschreiben, den Tod des Romantischen und seine sterile weltliche Bedeutung nur durch den gezwungenen Atem von Flitter und Zeremoniell zu leben. Die geometrischen Schritte der Brautwerbung beim Tanz in der Osternacht im großen Saal, welche das aufgeregte Trippeln der Liebe verdrängt hatten, an das er sich nur vage und intuitiv erinnern konnte. Hohles Pathos anstelle von bedeutungsvollen und mitreißenden Leidenschaften, die einst mal die Seelen ausgelöscht haben mochten. Sie haben etwas Dekadentes daraus gemacht, sagte der Revolvermann, ein Schaustück, ein Spiel. Seine Stimme drückte das unbewusste Missfallen des Asketen aus. Wäre Härte und Trauer, aber sein essentieller Ausdruck war nicht gewichen oder verwässert worden. Der Mangel an Fantasie, den dieses Gesicht noch ausdrückte, war bemerkenswert. Aber der Ball, sagte der Revolvermann, der Ball, der Junge sagte nichts. Fünf schwere Lüster aus Kristall befanden sich dort, schweres Glas mit elektrischem Licht, nicht als Licht, eine Insel, eine Insel aus Licht. Wir fällig waren, aber wir waren noch jungen. Wir waren über allem und konnten darauf hinunter sehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass einer von uns etwas sagte. Wir sahen nur zu und wir sahen stundenlang zu. Unten stand ein großer Tisch aus Stein, wo die Revolvermänner und ihre Frauen saßen und den Tänzern zusahen. Einige der Revolvermänner tanzten, aber nur wenige. Das waren die Jüngeren. Die anderen saßen nur da und mir schien, als wären sie im grellen Licht, in dem zivilisierten Licht von großer Verlegenheit erfüllt. Sie waren die Geachteten, die Gefürchteten, die Wächter. Aber in der Menge der Kavaliere mit ihren sanften Damen schienen sie wie Stallknechte zu sein. Vier kreisrunde Tische waren mit Speisen beladen und sie drehten sich ständig. Die Köche kamen und gingen von sieben Uhr abends bis drei Uhr morgens ohne Unterlass. Die Tische drehten sich wie Uhren und wir konnten gegrilltes Schweine und Rindfleisch, Hummer, Hähnchen und Bratäpfel riechen. Es gab Eis und Süßigkeiten. Es gab große flambierte Fleischspieße und Morten saß neben meiner Mutter und meinem Vater. Das konnte ich selbst so hoch droben und sie kam lächelnd auf ihn zu. Es war ein Augenblick des Übergangs, Junge, eine Zeit, wie sie im Turm selbst herrschen muss, wenn Dinge zusammenkommen und halten und Energie in der Zeit erzeugen. Mein Vater hatte die Macht übernommen, er war auserwählt und anerkannt worden. Morten war der Anerkenner, mein Vater der Lenker. Und seine Frau, meine Mutter, ging zu ihm, das Bindeglied zwischen beiden. Verräterin, mein Vater war der letzte Herr des Lichts. Der Revolvermann betrachtete seine Hände, der Junge sagte immer noch nichts. Sein Gesicht war lediglich nachdenklich. Ich kann mich erinnern, wie sie tanzten, sagte der Revolvermann leise, meine Mutter und Morten der Zauberer. Ich erinnere mich, wie sie tanzten, wie sie sich langsam einander zu- und voneinander wegtreten und den alten Schritten des Brautwahl Rituals folgten. Er sah den Jungen lächelnd an, aber weißt du, das bedeutete nichts, denn die Macht war auf eine Weise übertragen worden, die keiner von ihnen kannte, aber alle verstanden, und meine Mutter gehörte dem Besitzer und Former dieser Macht mit Haut und Haaren. War es nicht so? Sie ging zu ihm, als der Tanz vorbei war nicht und hielt seine Hand, applaudierten sie? Halt, der sah nicht vom Beifall wieder, als diese Weichlinge und ihre sanften Damen ihm applaudierten und ihn hoch lieben ließen? War es nicht so? Bitteres Wasser tröpfelte fern in der Dunkelheit. Der Junge sagte nichts. Ich erinnere mich, wie sie tanzten, sagte der Revolvermann. Ich erinnere mich, wie sie tanzten. Er sah zu der unebenmäßigen Felddecke empor und erschien einen Augenblick, als würde er sie anschreien, sie lästern, sie in blinder Wut herausfordern, diese stumpfsinnigen Tonnen gefüllosen Granits, die ihre winzigen Leben in ihren Eingeweiden aus Steinparken. Welche Hand kann das Messer gehalten haben, das meinem Vater den Tod brachte? Ich bin müde, sagte der Junge sehnsüchtig. Der Revolvermann verfiel in Schweigen und der Junge legte sich nieder und schob eine Hand zwischen Wange und Fels. Die winzige Flamme vor ihnen flackerte. Der Revolvermann drehte sich eine Zigarette. Ihm war, als könnte er im zynischen Saal seine Erinnerung die Kristallinnen Leuchter immer noch sehen, als könnte er den leeren Schrei der Ehrenbezeugung in einem ausgebluteten Land Tören, das schon damals hoffnungslos gegen ein graues Meer der Zeit gestanden hatte. Die Insel des Lichts schmerzte ihn bitterlich und er wünschte sich, er wäre niemals Zeuge geworden, wie sein Vater zum Hahnrei gemacht worden war. Er blies Rauch aus Mund- und Nasenlöchern heraus und sah auf den Jungen hinab. Wie wir für uns selbst große Kreise in der Erde ziehen, dachte er, wie lange bis wir wieder Tageslicht sehen. Er schlief ein. Nachdem sein Atem langgezogen und gleichmäßig und regelmäßig geworden war, machte der Junge die Augen auf und betrachtete den Revolvermann mit einem Ausdruck, der Liebe gleich kam. Das letzte Licht des Feuers brach sich einen Augenblick in der Pupille und ertrank dort. Er schlief wieder ein. Der Revolvermann hatte einen Großteil seines Zeitgefühls in der unveränderlichen Wüste verloren. Den Rest verlor er hier in diesen lichtlosen Gängen unter den Bergen. Keiner der beiden hatte eine Möglichkeit die Zeit zu bestimmen und das Konzept von Stunden wurde bedeutungslos. In gewissem Sinne standen sie außerhalb der Zeit. Ein Tag hätte eine Woche sein können oder eine Woche ein Tag. Sie wanderten, sie schliefen, sie aßen wenig. Ihr einziger Begleiter war das konstante Rauschen des Wassers, das sich seinen nagenden Weg durch den Fels bohrte. Sie folgten ihm und tranken aus einer flachen mineralreichen Tiefe. Manchmal glaubte der Revolvermann unter seiner Oberfläche flüchtige schwebende Lichter Grableuchten gleich zu erkennen, aber er ging davon aus, dass sie lediglich Projektionen seines Gehirns waren, das noch nicht vergessen hatte, wie Licht aussah. Der Entfernungsmesser an seinem Kopf führte sie unablässig voran. Der Pfad neben dem Fluss, denn es war ein Pfad, ein glatter, leicht konkaver Pfad, führte stetig aufwärts zum Ursprung des Flusses. Sie fanden in regelmäßigen Abständen runde Feldsäulen mit darin versenkten Ringen. Vielleicht waren hier der einst Ochsen oder Kutschenpferde angezäumt worden. An jeder befand sich ein Stahldeckel, unter dem sich eine elektrische Taschenlampe befand. Doch diese waren alle ohne Leben und Licht. Während der dritten Ruheperiode vor dem Schlafen wanderte der Junge ein Stück weg. Der Revolvermann konnte leise Geröll Lawinen hören, während er sich vorsichtig bewegte. Vorsicht, sagte er, du siehst nicht, wo du dich befindest. Ich krieche, es ist, Nanu, was ist denn? Der Revolvermann kauerte sich nieder und legte eine Hand auf den Pistolengriff. Eine kurze Pause. Der Revolvermann strengte seine Augen überflüssigerweise an. Ich glaube, es ist eine Eisenbahn, sagte der Junge zweifelnd. Der Revolvermann stand auf und schritt vorsichtig in die Richtung, aus der Jakes Stimme gekommen war, wobei er mit einem Fuß behutsam auftrat, um nach Fallgruben zu tasten. Hier! Eine ausgestreckte Hand glitt katzenpfoten gleich über das Gesicht des Revolvermannes. Der Junge war sehr gut im Dunkeln, besser als der Revolvermann selbst. Seine Augen schienen sich zu weiten, bis keine Farbe mehr in ihnen war. Das sah der Revolvermann, als er ein sperrliches Licht entzündete. In diesem Schoß aus Stein gab es keinen Brennstoff und ihr knapper Vorrat schwand rapide zu Asche. Manchmal war der Drang, ein Licht anzuzünden, fast unersättlich. Der Junge stand neben einer gekrümmten Felswand, an der parallele Metallstäbe in die Dunkelheit hineinführten. Auf jedem befand sich eine schwarze Kugel, die einstmals ein elektrischer Leiter gewesen sein mochte. Daneben und darunter nur Zentimeter über dem Felsboden waren Schienen aus hellem Metall. Was mochte früher auf diesen Schienen gefahren sein? Der Revolvermann konnte sich lediglich schwarze elektrische Geschosse vorstellen, die so wie Dämonen. Er war einmal einem Einsiedler begegnet, der eine quasi religiöse Macht über eine erbarmenswerte Herde von Kuhhirten erlangt hatte, weil er im Besitz einer uralten Benzinpumpe gewesen war. Der Einsiedler hatte neben dieser Pumpe gekauert, einen Arm fest um sie geschlungen und wilde, vulgäre, mürrische Predigten gehalten. Gelegentlich hatte er den immer noch strahlend glänzenden Füllstutzen, der sich an einem verrotteten Gummischlauch befunden hatte, zwischen die Beine gehalten. Auf der Pumpe selbst stand in deutlich lesbaren, wenn auch rostfleckigen Buchstaben ein Schriftzug von unbekannter Bedeutung, Emmerko bleifrei. Emmerko war zum Totem eines Donnergottes geworden und ihm hatten sie durch das halb irre Abschlachten von Schafen gedient. Wracks, dachte er, nur übersinnlose Wracks in Sand, der einst ein Meer gewesen war. Und jetzt eine Eisenbahn. Wir folgen ihr, sagte er. Der Junge sagte nichts. Der Revolvermann löschte das Licht und sie schliefen. Als der Revolvermann erwachte, war der Junge bereits auf. Er saß auf einer der Schienen und beobachtete ihn blicklos in der Dunkelheit. Sie folgten den Schienen wie Blinde, der Revolvermann voraus, der Junge hinterher. Sie glitten mit einem Fuß an der Schiene entlang, ebenfalls wie Blinde. Das unablässige Rauschen des Flusses zu ihrer Rechten war ihr ständiger Begleiter. Sie sagten nichts. Und das blieb drei Perioden des Wachseins so. Der Revolvermann spürte keinen Drang, zusammenhängend zu denken oder zu planen. Sein Schlaf war traumlos. Während der vierten Periode des Wachseins auf der anderen Seite ging, stieß mit das Stirn dagegen und fiel schreiend zu Boden. Der Revolvermann machte sofort Licht. Alles in Ordnung? Die Worte hörten sich scharf, beinahe gereizt an, und er zuckte zusammen. Ja, der Junge hielt sich behutsam den Kopf. Er schüttelte ihn einmal, um festzustellen, ob auch die Wahrheit gesagt hatte. Dann drehten sie sich beide um und sah nach, wogegen sie gestoßen waren. Es war ein Rechteck aus Metall, das stumm auf den Schienen saß. In seiner Mitte befand sich ein wippenähnlicher Griff. Der Revolvermann konnte nichts damit anfangen, aber der Junge wusste sofort Bescheid. Eine Dresine. Was? Dresine, sagte der Junge ungeduldig, wie in alten Filmen. Sieh her. Er zog sich hinauf und ging zum Griff. Es ein paar Zentimeter auf den Schienen. Geht etwas schwer, sagte der Junge, als wollte er sich für sie entschuldigen. Der Revolvermann zog sich selbst hinauf und drückte den Griff nieder. Die Dresine bewegte sich gehorsam vorwärts und blieb dann wieder stehen. Er konnte spüren, wie sich unter seinen Füßen eine Antriebswelle drehte. Diese Funktion freute ihn. Abgesehen von der Pumpe im Rasthaus war dies seit würde sie viel schneller ans Ziel bringen. Wieder der Kuss des Fluches, dachte er. Und er wusste, der Mann in Schwarz hatte gewollt, dass sie auch dies finden sollten. Hübsch, was? sagte der Junge, und seine Stimme war voller Grauen. Was sind Filme? fragte der Revolvermann. Jake antwortete nicht, und sie standen in schwarzer Stille wie in einer Gruft, aus der das Leben entflohen war. Der Revolvermann konnte das Arbeiten der Organe in seinem Körper und den Atem des Jungen hören, das war alles. Du stehst auf einer Seite, ich stehe auf der anderen, sagte Jake. Du musst allein drücken, bis sie wirklich gut läuft, dann kann ich dir helfen. Zuerst drückst du, dann drücke ich. Wir werden damit fahren, kapiert? Ich habe kapiert, sagte der Revolvermann. Er hatte die Hände hilflos und verzweifelt zu Fäusten geballt. Aber du musst allein drücken, bis sie wirklich gut rollt, wiederholte der Junge und sah ihn an. Der Revolvermann sah plötzlich lebhaft das Bild des großen Saales ein Jahr nach dem Frühlingsball vor sich, in den zerschmetterten, zerstörten Trümmern von Revolution, Bürgerkrieg und Invasion. Dem folgten die Erinnerung an Allie, die Frau mit der Narbe aus Tal, die von den Kugeln getroffen und gebeutelt wurde, die sie im Reflex töteten. Dann folgte Jamies im Tod blau angelaufenes Gesicht, dann das Weinende und Verzerrte von Susan. Alle meine alten Freunde, dachte der Revolvermann und lächelte grausam. Ich drücke, sagte der Revolvermann. Er fing an zu drücken. Sie rollten durch die Dunkelheit und jetzt ging es viel schneller, weil sie sich den Weg nicht mehr ertasten mussten. Nachdem die Trägheit eines vergessenen Zeitalters von der Dresine abgeschüttelt war, lief sie geschmeidig. Der Junge versuchte einen Teil beizusteuern und der Revolvermann gestattete ihm kurze Schichten. Aber er drückte weitgehend alleine, ein gewaltiges die Brust dehnendes auf und ab. Der Fluss war ihr Begleiter. Er war manchmal nahe zu ihrer Pfiff einer prähistorischen Kathedrale. Einmal verschwand sein Geräusch fast völlig. Die Geschwindigkeit und der Fahrtwind in ihren Gesichtern schien das Augenlicht zu ersetzen und versetzte sie wieder in einen Rahmen aus Zeit und Bezugspunkten. Der Revolvermann schätzte, dass sie mit einer Geschwindigkeit zwischen 10 und 15 Meilen pro Stunde vorankamen und zwar immer auf einem leichten, fast unmerklichen Aufwärtsweg, der ihnen auf täuschende Weise gegangen. Keiner machte sich Sorgen deswegen. Für den Revolvermann war die Spannung des bevorstehenden Höhepunktes so unmerklich und dennoch so wirklich und zunehmend wie die Erschöpfung vom Antreiben der Dresine. Sie waren dem Ende des Anfangs sehr nahe. Er fühlte sich wie ein Schauspieler, der Sekunden bevor der Vorhang sich hebt in der Mitte der Bühne steht. Er hatte seine Position bezogen und die erste Dialogzeile im Gedächtnis, während er das Publikum mit Programmen rascheln und auf Stühlen Rücken hörte. Er lebte mit einem zusammengekrampften dicken Klumpen unheiliger Vorahnungen im Bauch und begrüßte die Anstrengung, die ihm zu gesundem Schlaf verhalf. Der Junge sprach immer weniger, aber an ihrem Rastplatz, eine Schlafperiode bevor sie von den langsamen Mutanten angegriffen wurden, fragte er den Revolvermann beinahe schüchtern nach dessen erwachsen werden. Der Revolvermann hatte am Griff gelehnt und eine Zigarette aus seinem schwindenden Tabaks Vorrat im Mund gehabt. Er war am Rand seines gewohnheitsmäßig traumlosen Schlafes gewesen, als der Junge seine Frage gestellt hatte. Warum willst du das wissen? fragte er. Die Stimme des Jungen schien eigentümlich verstockt, als wollte er seine Verlegenheit verbergen. Einfach so. Und nach einer Pause fügte er hinzu, ich habe mir immer Gedanken über das Aufwachsen gemacht. Das meiste sind Lügen. Ich wurde nicht erwachsen, sagte der Revolvermann. Ich wurde nicht mit einem Mal erwachsen. Ich wurde es hier und dort entlang des Weges. Einmal sah ich, wie ein Mann gehängt wurde. Das war ein Teil davon. Auch wenn ich es damals nicht wusste. Vor zwölf Jahren habe ich ein Mädchen in einer Stadt namens Kingstown zurücklassen. Das war ein anderer Teil. Ich wusste nichts von den Teilen, wenn sie passierten. Erst später wurden sie mir klar. Ihm wurde mit einigem Unbehagen klar, dass er der Frage auswich. Ich denke, dass Erwachsen werden war auch ein Teil davon, sagte er fast widerstrebend. Es war formell, fast stilisiert, wie ein Tanz. Er lachte unangenehm. Wie die Liebe. Liebe und Tod waren mein Leben. Der Junge sagte nichts. Es war nötig, sich selbst im Kampf zu bewähren, fing der Revolvermann an. Sommer und Hitze. Der August war wie ein Vampirliebhaber über das Land gekommen, hatte Ländereien und Frucht der ansässigen Bauern vernichtet und die Felder der Residenzstadt weiß und steril gemacht. Im Westen einige Meilen entfernt und an der Grenze gelegen, die das Ende der Zivilisation war, hatten die Kämpfe bereits begonnen. Alle Meldungen waren schlecht und alle verloren jegliches Interesse angesichts der Hitze, die über dem Ort im Zentrum lag. Das Vieh trottete mit leeren Augen in den Pferchen des Marktes. Schweine grunzten lustlos und mag nichts von den Messern, die für den kommenden Herbst gewetzt wurden. Die Menschen stöhnten wegen Steuern und Erlassen, wie sie es immer getan hatten, aber hinter dem apathischen Passionsspiel der Politik herrschte nur Leere. Das Zentrum war ausgetreten wie ein Teppich, der gewaschen und getreten und geschüttelt und aufgehängt und getrocknet worden war. Die Leinen und Netzstränge, welche das letzte Juwel auf der Brust der Welt hielten, barsten in zwei. Die Dinge hatten müßig den oberen Flur dieses aus Stein erbauten Ortes entlang, der seine Heimat war und spürte alle diese Dinge, doch er verstand sie nicht. Auch er war leer und gefährlich. Es waren drei Jahre vergangen, seit man den Koch gehängt hatte, der stets etwas zu essen für hungrige Jungen gefunden hatte, und er war gewachsen. Jetzt war er 14 Jahre alt und nur in verblichene Jeans gekleidet und er besaß bereits den gewaltigen Brustumfang und die langen Beine, die den Erwachsenen charakterisieren sollten. Er hatte seine Unschulds noch, aber zwei der jüngeren Schlampen eines Kaufmannes aus der Weststadt hatten ein Auge auf ihn geworfen. Er hatte seine Reaktion gespürt und in diesem Augenblick spürte er sie noch stärker. Ob schon es in dem Flur kühl war, spürte er Schweiß auf dem Körper. Vor ihm befanden sich die Gemächer seiner Mutter und ernährte sich ihnen ungläubig, wollte aber nur an ihnen vorbei auf das Dach hinauf gehen, wo eine schwache Brise und die Freuden seiner eigenen Hand auf ihn warteten. Er hatte gerade die Tür hinter sich gelassen, als seine Stimme ihn rief Du, Junge, es war Morten, der Zauberer. Er war mit einer befremdlichen, beunruhigenden Beiläufigkeit gekleidet, schwarze Wippkorthosen, die fast so eng wie ein Trikot waren, und ein weißes Hemd, das bis über die Brust herab aufgeknöpft war. Sein Haar war zu Zorst. Der Junge sah ihn schweigend an. Komm mal rein, komm mal rein, steh nicht auf dem Flur herum, deine Mutter möchte mit dir reden. Er lächelte mit dem Mund, doch die Furchen seines Gesichtes drückten einen tieferen sardonischen Humor aus. Darunter war nur Kälte. Aber seine Mutter schien ihn nicht sehen zu wollen. Sie saß im zentralen Salon ihrer Gemäche auf einem Hocker am großen Fenster, aus dem man die heißen, kahlen Pflastersteine des Innenhofes sehen konnte. Sie hatte ein weites, formloses Gewand an und sah den Jungen nur einmal an, ein rasches, glitzerndes und reuevolles Lächeln wie Herbstsonne auf dem Wasser eines Baches. Während des restlichen Gespräches sah sie auf ihre Hände. Er sah sie nur noch sehr selten und die Gespenster von Wiegenliedern waren fast völlig aus seinem Gedächtnis verschwunden. Aber sie war eine geliebte Fremde. Er empfand eine formlose Furcht und geboren wurde ein unversöhnlicher Hass gegenüber Morten der rechten Hand seines Vaters. Oder war es umgekehrt? Und selbstverständlich hatte es schon immer Klatsch auf den Straßen gegeben, auch wenn er von ganzem Herzen glaubte, er hätte diesen Klatsch nicht gehört. Geht es dir gut? fragte sie ihn sanft und betrachtete ihre Hände. Morten stand neben ihr, seine schwere Hand ruhte beunruhigend nahe der Kreuzung ihrer weißen Schultern mit ihrem weißen Hals und er lächelte sie beide an. Seine braunen Augen waren beim Lächeln so dunkel, dass sie fast schwarz wirkten. Ja, sagte er, verläuft deine Ausbildung gut? Ich gebe mir Mühe, sagte er. Sie wussten beide, dass er nicht sprühend intelligent war, so wie Kuspert, oder auch nur schnell, so wie Jamie. Er war ein Arbeitstier und ein Keulenschwinger und David. Sie wusste, dass er einen Falken vernarrt war. Der Junge sah zu Morten auf, der immer noch väterlich auf alles herablächelte. Er hat sein bestes Alter hinter sich. Seine Mutter schien zusammen zu zucken. Einen Augenblick schien Mortens Gesicht finsterer zu werden, sein Griff um ihre Schulter fester. Dann sah sie hinaus ins heiße Weiß des Tages und alles war wieder beim Alten. Das ist eine Scharade, dachte er, ein Spiel. Aber wer spielt mit wem? Du hast eine Narbe auf der Stirn, sagte Morten, der immer noch lächelte. Möchtest du ein Kämpfer werden wie dein Vater, oder bist du einfach langsam? Dieses Mal zuckte sie zusammen. Beides, sagte der Junge. Er sah Morten unverwandt an und lächelte schmerzvoll. Selbst hier drin war es sehr heiß. Morten hörte plötzlich auf zu lächeln. Du kannst jetzt auf das Dach gehen. Ich glaube, du hast dort etwas vor. Aber Morten hatte ihn missverstanden, unterschätzt. Sie hatten die Niedersprache gesprochen, eine Parodie des Unformellen, aber nun donnerte der Junge in der Hochsprache. Meine Mutter hat mich noch nicht entlassen, lehnt's Mann. Morten verzog das Gesicht, als wäre er von einem Peitschenhieb getroffen worden. Der Junge hörte das ängstliche, schmerzvolle Stöhnen seiner Mutter. Sie nannte seinen Namen. Doch das schmerzvolle Lächeln im Gesicht des Jungen blieb, während er einen Schritt vorwärts trat. Wirst du mir ein Zeichen deiner Ergebenheit geben, Leensmann? Im Namen meines Vaters, dem du dienst? Morten sah ihn mit ungläubiger Fassungslosigkeit an. Geh, sagte Morten leise. Geh und bediene dich deiner Hand. Der Junge entfernte sich lächelnd. Als er die Tür geschlossen hatte und in die Richtung zurückging, aus der er gekommen war, hörte er das Wehklagen seiner Mutter. Es war der Ruf einer Banshee. Dann hörte er Morten lachen. Der Junge lächelte immer noch, während er zu seiner Prüfung ging. Jamie war von den Marktweibern zurückgekommen und als er den Jungen sah, der über den Übungsplatz ging, eilte er zu ihm, um Roland den jüngsten Klatsch von Blutvergießen und Aufruhr im Westen mitzuteilen. Doch er blieb stehen und seine Worte blieben ungesagt. Sie kannten einander seit der Kindheit und als Jungen hatten sie einander herausgefordert, miteinander gestritten und tausendfach die Mauern erforscht, in denen sie geboren worden waren. Der Junge stapfte an ihm vorbei, er starrte geradeaus, ohne zu sehen, das schmerzvolle Lächeln auf seinem Gesicht. Er ging auf Korts Hütte zu, wo die Rollos heruntergelassen waren, um die mörderische Hitze des Nachmittags abzuhalten. Korts schlief nachmittags, damit er seine abendlichen geilen Ausflüge in die labyrinthischen und schäbigen Bordelle der Unterstadt in vollen Zügen genießen konnte. Jamie spürte intuitiv, was geschehen würde, Dann fiel der hypnotische Bann von ihm ab und er lief schreiend auf das Hauptgebäude zu. Seine Schreie klangen dünn und kläglich in der Hitze. Auf die unsichtbare Art, die Jungen in Wohnt, hatten sie alle gewusst, dass dieser Junge der Erste von ihnen sein würde, der seine Grenzen ausprobierte. Aber es war zu früh. Das tückische Grinsen in Rollands Gesicht stimulierte ihn, wie die Neuigkeit von Kriegen, Revolutionen oder Hexerei es niemals gekonnt hätten. Dies waren mehr als Worte aus einem zahnlosen Mund, die über fliegenfleckigen Salatköpfen gesprochen wurden. Rolland schritt zur Hütte seines Lehrmeisters und trat die Tür auf. Sie flog nach hinten, prallte gegen die schmucklos verputzte Wand und schnellte wieder zurück. Er war noch nie hier gewesen. Die Eingangstür öffnete sich in eine sperrliche Küche, die kühl und braun war. Ein Tisch, zwei Lehnstühle, zwei Schränke. Verblichener Linoleumboden mit schwarzen ausgetretenen Spuren vom Kühlschrank im Boden zur Theke, wo die Messer hingen, zum Tisch. Dies war die Privatsphäre eines Mannes der Öffentlichkeit. Die letzte verblasste Nüchternheit eines gewalttätigen mitternächtlichen Tunigguts, der die jungen dreier Generationen auf seine Derbeart geliebt und einige zu Revolvermännern gemacht hatte. Kort! Er trat gegen den Tisch, der durch den Raum gegen den Schrank flog. Messer fielen wie funkelnde Mikado-Stäbchen von der Wandhalterung. Im Nebenzimmer war eine träge Bewegung zu hören, ein schlaftrunkenes Reuspern. Der Junge trat nicht ein, denn er wusste, dass es Schau war. Kort war im anderen Zimmer der Hütte sofort aufgewacht und stand mit einem wachsamen Auge neben der Tür und war bereit, dem unvorsichtigen Eindringling den Hals umzudrehen. Kort! Ich will dich sehen, Lehnsmann! Jetzt sprach er die Hochsprache und Kort stieß die Tür auf. Er hatte nur dünne Unterhosen an, ein vierschrötiger Mann mit krummen Beinen, der von Kopf bis Fuß mit Narben übersät war und dicke Muskelpakete hatte und einen runden vorgewölbten Bauch. Der Junge wusste aus Erfahrung, dass er federnd wie Stahl war. Das eine unversehrte Auge betrachtete ihn aus dem zerschlagenen haarlosen Kopf. Der Junge salutierte formell. Bringe mir nichts mehr bei, Lehnsmann. Heute werde ich dir etwas beibringen. Du bist früh dran, Küken, sagte er beiläufig, doch auch er benutzte die Hochsprache. Fünf Jahre zu früh, würde ich sagen, ich frage dich nur einmal, möchtest du zurücktreten? Der Junge Lächeln. Das genügte Kurt, der dieses Lächeln schon auf einem Strich blutgetränk der Felder der Ehre und Unehre unter scharlachroten Himmeln gesehen hatte, als Antwort. Vielleicht war es die einzige Antwort, die er geglaubt hätte. Zu schade, sagte der Lehrer abwesend. Du warst mein vielversprechendster Schüler. Der Beste seit zwei Dutzend Jahren, möchte ich sagen. Es wird wehtun, dich gebrochen und in einer Sackgasse zu sehen. Aber die Welt hat sich weiter gedreht. Schlechte Zeiten sind im Sattel. Der Junge sagte immer noch nichts und wäre auch keiner zusammenhängenden Erklärung fähig gewesen, wäre eine verlangt worden. Aber das grässliche Lächeln wurde zum ersten Mal sanfter. Doch du hast das richtige Blut in dir, sagte Kurt feierlich, ob im Westen und Aufruhr und anerkenne deinen Befehl und beuge mich ihm jetzt, wenn auch niemals wieder von ganzem Herzen. Und Kurt, der ihn geschlagen, getreten, blutengelassen, verflucht, verspottet und ihn den Ausbund der Syphilis genannt hatte, ließ sich auf ein Knie nieder und senkte den Kopf. Der Junge berührte das ledrige, verwundbare Fleisch seines Halses verwundert. Steh auf, Lensmann, in Liebe. Kurt stand langsam auf und hinter der gleichgültigen Maske seiner entstellten Züge mochte Kummer verborgen sein. Dies ist Verschwendung. Tritt zurück, Junge. Ich breche meinen eigenen Schwur. Tritt zurück und warte. Der Junge sagte nichts. Nun gut, Korts Stimme wurde trocken und geschäftsmäßig. Eine Stunde, die Waffe deiner Wahl. Bringst du deinen Stock mit? Wie immer. Wie viele Stöcke wurden ihr genommen, Kurt? Was auf dasselbe hinaus lief wie die Frage, wie viele Jungen haben den Hof hinter dem großen Saal betreten und kehrten als Revolvermanns Lehrlinge zurück? Heute wird mir kein Stock genommen werden, sagte Kurt langsam. Das bedauere ich. Es gibt nur dieses eine Mal, Junge. Die Strafe für Übereifrigkeit ist dieselbe Strafe wie die für Untauglichkeit. Kannst du nicht warten? Der Junge dachte an Morten, der groß wie ein Gebirge über ihm gestanden hatte. Nein. Nun gut, welche Waffe wählst du? Der Junge sagte nichts. Kurz lächeln entblößt eine Reihe schiefer Zähne. Ein kluger Anfang. In einer Stunde. Dir ist klar, dass du aller Wahrscheinlichkeit die anderen, deinen Vater und diesen Ort nie wiedersehen wirst. Ich weiß, was Verbannung bedeutet, sagte er leise. Geh jetzt. Der Junge ging, ohne sich noch einmal umzudrehen. Der Keller der Scheune war trügerisch kühl, feucht, nach Spinnweben und Schwitzwasser riechend. Er wurde vom allgegenwärtigen Sonnenlicht erhellt, spürte die Hitze des Tages jedoch nicht. Hier hielt der Junge den Falken. Und der Falke schien sich wohlzufühlen. David war alt und jagte nicht mehr am Himmel. Sein Gefieder hatte den animalischen Glanz von vor drei Jahren verloren, aber die Augen waren noch so stechend und reglos wie eh und je. Man kann mit einem Falken keine Freundschaft schließen, sagten sie, es sei denn, man ist selbst ein Falke, allein und nur ein Fremder im Land, ohne Freunde oder das Bedürfnis, welche zu haben. Der Falke zollte los, um zu hoffen, wusste er es nur, dass er selbst ein Jünger war. Ei, sagte er und streckte den Arm zu der an Stricken hängenden Sitzstange aus. Der Falke kletterte auf den Arm des Jungen und blieb dort reglos und ohne Haube sitzen. Der Junge griff mit der anderen Hand in die Tasche und holte ein Stück Dörrfleisch heraus. Der Falke es gesehen hätte, aber Cord glaubte auch nicht, dass die Zeit des Jungen gekommen war. Ich glaube, heute wirst du sterben, sagte er, ohne mit dem Streichen aufzuhören. Ich glaube, du wirst zum Opfer gemacht werden, wie die vielen kleinen Vögel, mit denen wir dich abgerichtet haben. Erinnerst du dich? Nein? Das macht nichts. Nach dem heutigen Tag bin ich der Falke. David saß stumm und ohne zu blinzeln auf seinem Arm. Es war ihm einerlei, ob er lebte oder starb. Du bist alt, sagte der Junge nachdenklich, und vielleicht nicht mein Freund. Noch vor einem Jahr hättest du lieber meine Augen gehabt, als dieses Stück Fleisch. Ist es nicht so? Cord würde lachen, aber wenn wir ihm nahe genug kommen, was ist es, Vogel, Alter oder Freundschaft? David sagte es nicht. Der Junge zog ihm die Haube auf und nahm die Leine, die um das Ende von Davids Stange geschlungen war. Sie verließen die Scheune. Der Hof hinter dem großen Saal war eigentlich überhaupt kein Hof, sondern nur ein grüner Korridor, dessen Mauern von verfilzten dichten Hecken gebildet wurden. Er wurde schon seit undenklichen Zeiten für das Ritual des Erwachsenwerdens wegen Hand herbeigeführten Stichwunde gestorben war. Viele Jungen hatten den Hof am Ostende, wo der Lehrmeister stets eintrat, als Männer wieder verlassen. Das Ostende lag im Angesicht des großen Saales und all der Zivilisation und der Intrigen der erleuchteten Welt. Viele waren blutig und geschlagen vom Westende fortgekrochen, wo die Jungen stets eintraten und waren für immer Jungen geblieben. Der Westen lag den Bergen die Wüste. Der Junge, der ein Mann wurde, gelangte von Dunkelheit und Unwissenheit zu Licht und Verantwortung. Die Jungen, die geschlagen worden waren, konnten sich nur immer weiter und weiter zurück ziehen. Der Korridor war so glatt und eben wie ein Spielfeld. Er war genau 50 Meter lang. Normalerweise drängten sich gespannte Zuschauer und Verwandte an beiden Enden, denn das Ritual wurde für gewöhnlich mit großer Präzision geplant. Das übliche Alter war 18. Diejenigen, die ihre Prüfung im Alter von 25 Jahren nicht abgelegt hatten, versanken normalerweise in Vergessenheit und wurden freisassen, weil sie nicht imstande waren, sich dem brutalen Alles oder Nichts der Prüfung zu stellen. Aber an diesem Tage waren nur Jamie, Cuthbert, Alan und Thomas anwesend. Sie kauerten mit aufgesperrten Mündern und eindeutig entsetzt am jungen Ende. Deine Waffe, Dummkopf, flüsterte Cuthbert gequält, du hast deine Waffe vergessen. Ich habe sie, sagte der Junge abwesend. Er fragte sich am Rande, ob die Kunde von dem hier schon ins Hauptgebäude gedrungen war, zu seiner Mutter und zu Morten. Sein Vater war auf der Jagd und wurde erst in Wochen zurück erwartet. Er empfand deswegen ein Cuth ist hier, ertönte eine Stimme vom anderen Ende des Flurs und Cuth, der ein kurzes Unterhemd trug, trat herein. Ein schweres Lederband zierte seine Stirn, das den Schweiß von den Augen fernhalten sollte. Er hielt einen Stock aus Eisenholz in der Hand, der an einem Ende spitz und am anderen schaufelartig verbreitert und klobig war. Er begann mit der Litanei, die sie alle, die vom blinden Blut ihrer Väter auserwählt worden waren, seit ihrer frühesten Kindheit kannten, als sie sie in Vorbereitung auf den Tag, da sie mit Glück zu Männern werden würden, gelernt hatten. Bist du mit ernster Absicht hierher gekommen, Junge? Ich bin mit ernster Absicht gekommen, Lehrmeister. Bist du als aus deines Vaters Haus Ausgestoßener gekommen? So bin ich gekommen, Lehrmeister. Und er würde ausgestoßener bleiben, bis er Kort besiegt hätte. Besiegte Kort ihn, würde er für immer ausgestoßener bleiben. Bist du mit deiner erwählten Waffe gekommen? So bin ich gekommen, Lehrmeister. Welches ist deine Waffe? Das war der Vorteil des Lehrmeisters, seine Möglichkeit, die Kampfweise der Schlinge dem Speer oder dem Netz anzupassen. Meine Waffe ist David, Lehrer. Kort hielt kurz inne. Du forderst mich also heraus, das tue ich, dann sei geschwind. Und Kort trat in den Korridor, wobei er den Stab von einer Hand in die andere wechselte. Die Jungen seufzten flatternd wie Vögel, während ihr Gefährte ihm entgegentrat. Meine Waffe ist David, Lehrmeister. Erinnerte sich Kort. Hatte er es völlig begriffen? Wenn ja, dann war wahrscheinlich alles verloren, alles hing von der Überraschung ab und von dem, was der Falke eben noch in sich hatte. Würde er nur des interessiert auf dem Arm des Jungen sitzen, während Kort ihn mit dem Eisenholz dumm prübelte oder zum hohen heißen Himmel emporfliegen? Sie näherten sich einander und der Junge löste die Haube mit gefühllosen Fingern. Sie fiel ins dann jetzt auf ihn rief der Junge und hob den Arm und David flog wie eine lautlose braune Kugel los. Seine stumme Flügel schlugen einmal, zweimal, dreimal, dann prallte er in Korts Gesicht, seinen Schnabel und seine Krallen suchten. Hi Roland! schrie Kussberg begeistert. Kort, der aus dem Gleichgewicht gekommen war, taumelte rückwärts. Er hob den Eisenholzstab und fuchtelte wirkungslos damit in der Luft über seinem Kopf herum. Der Falke war ein entfesseltes, verschwommenes Federbündel. Der Junge schnellte vorwärts, er streckte den Arm mit angewinkeltem Ellbogen im Gelenk wie einen Keil vor sich. Trotzdem war Kort beinahe zu schnell für ihn. Der Vogel verdeckte 90% seines Sebereis, doch das Eisenholz schnellte mit dem flachen Ende zuerst in die Höhe und Kort vollführte David fiel verkrümmt und mit gebrochenen Knochen von ihm ab. Ein Flügel schlug heftig auf den Boden. Seine kalten Raubvogelaugen sahen kalt in das blutüberströmte Gesicht des Lehrmeisters. Korts schlimmes Auge wölbte sich blind aus der Höhle. Der Junge trat nach Korts Schläfe und landete einen wuchtigen Treffer. Das hätte das Ende sein sollen. Sein Bein war taub vom einzigen Hieb Korts. Aber es hätte dennoch das Ende sein sollen. Aber es war es nicht. Korts Gesicht wurde einen Augenblick schlaff, doch dann sprang er und griff nach dem Fuß des Jungen. Der Junge schnellte zurück und stolperte über seine eigenen Füße. Er fiel zu Boden. Er hörte aus weiter Ferne den Klang von Jamies Aufschrei. Kurt war aufgestanden und bereit, sich auf ihn fallen zu lassen und der Sache ein Ende zu machen. Er hatte seinen Vorteil verloren. Sie sahen einander einen Augenblick an. Der Lehrmeister, von dessen linker Gesichtshälfte Blut troff, und der das schlimme Auge jetzt bis auf einen weißen Schlitz geschlossen hatte, über seinem Schüler. Heute Nacht würde Kurt nicht in die Bordelle gehen können. Etwas riss heftig an der Hand des Jungen. Es war David, der Falk, der blindwütig pickte. Beide Flügel waren gebrochen. Es war unglaublich, dass er noch lebte. Der Junge hob ihn auf einen Stein. Er achtete nicht auf den pickenden hackenden Schnabel, der ihm das Fleisch in Streifen vom Handgelenk riss. Als Kurt mit ausgebreiteten Armen auf ihn niederfiel, warf der Junge den Falken hoch. Hei, David, Töte! Dann verdunkelte Kurt das Licht der Sonne und warf sich auf ihn. Der Vogel wurde zwischen sie gequetscht und der Junge spürte einen schwieligen Daumen, der nach seiner Augenhöhle tastete. Er wandte den Kopf ab und zog gleichzeitig den Fuß an, damit er Kurt nach seinem Schritt tastendes Knie abwehren konnte. Seine eigene Hand schlug dreimal heftig nach Korts Halswirbel. Es war, als würde er auf schwieligen Fels schlagen. Dann stieß Kurt ein belegtes Grunzen aus. Sein Körper erschauerte. Der Junge sah aus dem Augenwinkel wie eine Hand nach dem Stock tastete und er kickte ihn mit einer federnden Bewegung seines Fußes außer Reichweite. David hatte eine Klaue in Korts rechtes Ohr geschlagen. Die andere zerkratzte die Wange des Lehrmeisters gnadenlos und verwandelte sie in eine Ruine. Warmes Blut, das nach grünspanigem Kupfer schmeckte, troff ihm ins Gesicht. Korts Faust schlug einmal nach dem Vogel und brach ihm den Rücken. Noch einmal und der Hals stand in einem unnatürlichen Winkel ab. Doch die Klaue ließ nicht los. Es war kein Ohr mehr da. Nur noch ein rotes Loch, das in Korts Schädel hinein führte. Der dritte Schlag hieb den Vogel beiseite und klärte Korts Gesichtsfeld. Der Junge schlug mit der Handkante auf Korts Nase und brach den dünnen Nasenrücken Blut spritzte. Korts tastende blinde Hand zerrt an den Gesäßbacken des Jungen und Roland rollte sich weg ohne zu sehen wohin fand Korts Stock und richtete sich auf die Knie auf. Auch Kort kam grinsend auf die Knie Sein Gesicht war blutverschmiert Das sehende Auge rollte wie irrsinnig in seiner Höhle Die Nase war in einem unappetitlich schiefen Winkel geschlagen worden Beide Wangen waren nur noch Fleischwetzen Der Junge hielt den Stock wie ein Baseballspieler der auf den Wurf wartet Korts täuschte zweimal an und stürmte dann direkt auf ihn zu Der Junge war bereit Der Eisenholz Stab kreiste in einem weiten Bogen und traf Korts Kopf mit einem dumpfen Aufschlag Korts fiel auf die Seite und sah den Jungen mit einem benebelten blinden Blick an Ein dünner Speichelfaden troff ihm aus dem Mund Ergib sich oder stirb sagte der Junge Sein Mund war mit feuchter Baumwolle gefüllt Und Kurt lächelte Er hatte das Bewusstsein fast völlig verloren und hinterher sollte er fast eine Woche lang in der Schwärze eines Komas in seiner Hütte liegen und versorgt werden Doch nun hielt er mit aller Kraft seines mitleidlosen schattenlosen Lebens durch Ich ergebe mich Revolvermann Ich ergebe mich lächelnd Korts sehendes Auge fiel zu Der Revolvermann schüttelte ihn sanft aber beharrlich Die anderen standen jetzt um ihn und spürten die neu aufgetane Kluft Doch das war nicht so seltsam wie es hätte sein können Denn zwischen diesem Jungen und den anderen hatte stets eine Kluft geklafft Flatternd und schwach öffnete Kort wieder das Auge Der Schlüssel sagte der Revolvermann Mein Geburtsrecht Lehrmeister Ich brauche es Sein Geburtsrecht waren die Pistolen Nicht die schweren von Sandelholz Verstärkten seines Vaters aber dennoch Pistolen Für alle verboten abgesehen von einigen wenigen die letzte endgültige Waffe Die Waffen seiner Lehrzeit schwere klobige Waffen aus Stahl und Nickel hingen in der tiefen Geruft unter den Baracken wo er sich nun nach uraltem Gesetz aufhalten durfte fern von der Mutterbrust Sie hatten seinen Vater durch seine Lehrzeit begleitet und sein Vater regierte heute wenigstens Ist es so beängstigend murmelte Cord wie im Schlaf so drängend das habe ich befürchtet und doch du hast gesiegt der Schlüssel der Falke ein großartiger Schachzug eine gute Waffe wie lange hast du dazu gebraucht dieses Miststück abzurichten ich habe David nicht abgerichtet ich wurde sein Freund der Schlüssel unter meinem Gürtel Revolvermann das Auge fiel wieder zu der Revolvermann griff unter Korts Gürtel er spürte den schweren Druck des Bauches dessen Muskeln jetzt erschlafft waren und ruhten der Schlüssel war in einem Messingring er hielt ihn an der Hand umklammert und widerstand dem verrückten Wunsch ihn als Salud seines Sieges himmelwärts zu halten er stand auf und drehte sich endlich zu den anderen um als Korts Hand nach seinem Fuß tastete einen Augenblick fürchtete der Revolvermann einen letzten Angriff und verkrampfte sich aber Korts sah lediglich zu ihm auf und winkte mit einem blutverschmierten Finger ich werde jetzt schlafen flüsterte Kort ruhig vielleicht für immer das weiß ich nicht ich bringe dir nichts mehr bei Revolvermann du hast mich überwunden zwei Jahre jünger als mir geben welchen ungeduldig warte überraschung stieß das wort aus ihm heraus lass das wort und die legende dir vorauseilen es gibt menschen die beides verbreiten werden sein Auge sah über die schulter des Revolvermann möglicherweise narren lass das wort dir vorauseilen lass deinen Schatten wachsen lass ihm einen Bart wachsen er lächelte grotesk mit der Zeit vermögen Worte selbst einen Zauberer zu verzaubern verstehst du was ich meine Revolvermann ja wirst du meinen letzten Rat befolgen der Revolvermann wippte auf den Absätzen auf und ab eine sperrliche nachdenkliche Haltung die bereits den Schatten des Mannes warf er sah zum Himmel dessen Farbe wurde dunkler purpurn die Hitze des Tages ließ nach und Gewitter Wolken im Westen kündeten von Regen Blitze stachen auf die ungeschützten Flanken des Vorgebirges herab das sich in einigen Meilen Entfernung erhob dahinter befand sich das Gebirge und dahinter die hochschießenden Fontänen von Blut vergießen und Unvernunft er war müde müde bis auf die Knochen und noch tiefer er sah Kort wieder an heute Nacht werde ich meinen Falken begraben Lehrmeister und später werde ich in die Unterstadt gehen und jene in den Bordellen informieren die deine Haaren Kort öffnete die Lippen zu einem schmerzverzerrten Lächeln und dann schlief er ein der Revolvermann stand auf und drehte sich zu den anderen herum macht eine Ware und tragt ihn in sein Haus dann hol deine Krankenschwester nein zwei Krankenschwestern klar sie sahen ihn immer noch an und waren in einem verzauberten Augenblick gefangen der noch nicht unterbrochen werden konnte sie suchten immer noch nach einer flammenden Corona und einer wehrwolfhaften Verwandlung seiner Gesichtszöge zwei Krankenschwestern wiederholte der Revolvermann und dann lächelte er sie lächelten auch du gottverdammter Pferdetreiber rief Kuspert plötzlich grinsend du hast für den Rest von uns nicht mehr genügend Fleisch übrig gelassen dass wir den Knochen abnagen können die Welt wird sich morgen nicht gleich weiter drehen sagte der Revolvermann und zitierte das alte Sprichwort mit einem Lächeln Ellen Dutranasch beweg dich Ellen machte sich daran die Bahre zu fertigen Thomas und Jamie gingen gemeinsam zum Hauptgebäude und zum Krankenhaus der Revolvermann und Kuspert sahen einander an sie hatten sich ihm am nächsten gestanden so nah es die unterschiedlichen Schattierungen ihres Charakters zuließen ein abschätzendes deutliches Licht leuchtet in Kusperts Augen und der Revolvermann bezwang nur unter großen Mühen das Bedürfnis ihm zu sagen er solle sich erst in einem Jahr oder besser in 18 Monaten selbst der Prüfung stellen wenn er nicht nach der Revolvermann war der Überzeugung dass er es nicht wagen konnte ohne dabei einen Tonfall anzunehmen den man nur als väterlich herablassend bezeichnen konnte ich fange an Ränke zu schmieden dachte er und war ein wenig abgestoßen dann dachte er an Morten und an seine Mutter und er lächelte seinem Freund ein heuchlerisches Lächeln zu ich werde der Erste sein dachte er und wusste es zum ersten Mal sicher ob schon er auf besinnliche Weise schon häufig darüber nachgedacht hatte ich werde der Erste sein gehen wir sagt er mit Vergnügen Revolvermann sie verließen den Hof durch das Ostende des heckengesäumten Korridors Thomas und Jamie kamen bereits mit den Krankenschwestern zurück sie sahen in den schweren Weißen über der Brust mit einem roten Kreuz versehenen Kleidern wie Gespenster aus soll ich dir mit dem Falken helfen fragte Kruzpert ja sagte der Revolvermann und später als die Dunkelheit gekommen war und prasselnden Gewitterregen mit sich gebracht hatte während riesige gespenstische Wolkenbänke über den Himmel rasten und Blitze die verwinkelten Gassen der Unterstadt in blaues Feuer hüllten während Pferde mit hängenden Köpfen und triefenden Schweifen an ihren Geländern standen nahm nahm sich nahm sich der Revolvermann eine Frau und schlief mit ihr es war schnell und gut als es vorbei war und sie schweigend nebeneinander lagen fing es mit kurzer rasselnder Heftigkeit an zu hageln unten und weit entfernt spielte jemand Hey Jude als sein könnte selbstverständlich erzählte der Revolvermann das nicht alles dem Jungen aber wahrscheinlich klang das meiste doch an er hatte schon gemerkt dass dies ein außerordentlich empfänglicher Junge war der sich nicht sehr von Kuspert oder gar Jamie unterschied schläfst du fragte der Revolvermann nein hast du verstanden was ich dir erzählt habe verstanden fragte der Junge voll vorsichtig im Abscheu verstanden soll das ein Witz sein nein aber der Revolvermann fühlte sich in die Defensive gedrängt er hatte noch niemals vorher jemandem von diesem Ritual seines Erwachsenwerdens erzählt weil er selbst eine Zweifel hatte der Falke war selbstverständlich eine völlig akzeptable Waffe gewesen aber auch ein Trick und ein Verrat der erste von vielen bereite ich mich darauf vor diesen Jungen dem Mann in Schwarz zu opfern ich habe es verstanden sagte der Junge es war ein Spiel nicht müssen erwachsene Männer immer Spiele spielen muss alles eine Ausrede für eine andere Art Spiel sein werden Männer überhaupt erwachsen oder werden sie nur älter du du weißt nicht alles sagte der Revolvermann und versuchte seinen wachsenden Zorn im Zaum zu halten nein aber ich weiß was ich für dich bin und das wäre fragte der Revolvermann gepresst ein Pokerchip der Revolvermann verspürte den Drang einen Stein aufzuheben und dem Jungen den Schädel einzuschlagen doch er erhielt seine Zunge im Zaum geh schlafen sagte er Jungen brauchen ihren Schlaf und in Gedanken hörte er Mortens Echo geh und bediene dich deiner Hand er saß steif in der Dunkelheit und war starr vor Entsetzen und fürchtete sich zum ersten Mal in seinem Leben ausgerechnet vor der Abscheu vor sich selbst die ihn erwarten mochte während der nächsten Wachperiode führten die Schienen sie näher an den unterirdischen Fluss heran und sie trafen auf die langsamen Mutanten Jake sah den ersten und schrie laut auf der Kopf des Revolvermannes den er stark gerade ausgehalten hatte während er die Dresine antrieb schnellte nach rechts unter ihnen leuchtete ein Stück entfernt ein fahler irrlichtender Schimmer der kreisförmig war und leicht pulsierte er nahm zum ersten Mal einen Geruch war einen schwachen unangenehmen und feuchten Geruch das Grün war ein Gesicht und insektenhafte Facettenaugen die sie ausdruckslos ansahen der Revolvermann verspürte ein atavistisches Krippeln in den Eingeweiden und Geschlechtsorganen er beschleunigte den Rhythmus von Armen und Griff der Dresine etwas das leuchtende Gesicht blieb zurück was war das fragte der Junge erschrocken was die Worte blieben ihm im Hals stecken als sie zu einer Gruppe von drei leicht leuchtenden Gestalten kamen die zwischen den Schienen und dem unsichtbaren Fluss standen und sie reglos beobachteten und an ihnen vorbeifuhren das sind langsame Mutanten sagte der Revolvermann ich glaube nicht dass sie uns ärger machen werden sie haben wahrscheinlich ebenso große Angst vor uns wie wir vor eine der Gestalten löste sich von den anderen und schlurfte auf sie zu sie leuchtete und veränderte sich das Gesicht war das eines ausgehungerten Idioten der zierliche nackte Körper war in eine wulstige Masse tentakelähnlicher Gliedmaßen mit Saugnäpfen verwandelt worden der Junge schrie erneut und klammerte sich wie ein ängstlicher Hund am Bein des Revolvermann fest ein Tentakel schlängelte sich über die flache Plattform der Dresine er roch nach Nässe und Dunkelheit und dem Fremden der Revolvermann ließ den Griff los und zog er schoss dem ausgehungerten Idiotengesicht eine Kugel durch den Kopf es kippte weg das schwache Sumpfbrand leuchten erlosch wie ein verfinsterter Mond das Mündungsfeuer hatte sich ihren dunklen Netzhauten grell aufgeprägt und verblasste nur widerwillig der Geruch von verbranntem Schießpulver war an diesem unterirdischen Ort heiß und streng und fremd es wurden noch andere sichtbar viel mehr keiner eilte ihnen mit übertriebener Hass entgegen aber sie näherten sich den Schienen eine böse Gruppe schaulustiger du wirst für mich drücken müssen sagte der Revolver Mann schaffst du das ja dann mach dich bereit der Junge stand dicht neben ihm und balancierte seinen Körper aus seine Augen nahmen die langsamen Mutant nur am Vorbeifahren auf sie verharrten nicht auf ihnen und sahen nicht mehr als sie sehen mussten der Junge baute einen psychischen Schild des Entsetzens vor sich auf als wäre sein Ace irgendwie durch seine Poren hinaus gedrungen um einen telepathischen Schirm zu bilden der Revolver Mann drückte konstant beschleunigte die Dresine aber nicht er wusste dass die langsamen Mutanten ihr Entsetzen riechen konnten aber er bezweifelte das Entsetzen ihnen genügen wurde schließlich waren er und der Junge Geschöpfe des Lichts und unversehrt wie sehr sie uns hassen müssen dachte er und fragte sich ob sie den Mannen schwarz ebenso sehr gehasst hatten er glaubte es nicht oder vielleicht war er unerkannt unter ihnen und durch ihre erbarmenswerte Stammes gesellschaft gegangen nur der Schatten eines dunklen Flügels der Junge gab nach einem Halt zu suchen der Revolvermann ließ den Griff los und zog wieder mit derselben schläfrigen beiläufigen Bewegung er schoss den führenden Mutanten in den Kopf der Mutant gab einen seufzenden schluchzenden laut von sich und fing an zu grinsen seine Hände waren schlaff und fischähnlich tot die Finger klebten aneinander wie die Finger eines alten Handschuhs der schon lange in trocknendem Schlamm versunken war eine dieser Leichenhände ertastete den Fuß des Jungen und fing an zu ziehen der Junge kreischte laut im Schoß des Garnichts der Revolvermann schoss den Mutanten in die Brust er fing durch das Grinsen an zu sabbern Jake verschwand an der Seite der Revolvermann ergriff einen seiner Arme und wäre beinahe selbst aus dem Gleichgewicht gerissen worden ein stummes Tauziehen um Jakes zuckenden sich windenden Körper sie zerrten an ihm wie an einem Dreieckslenker die Dresine wurde langsamer die anderen kamen näher die lahmen die hinkenden die blinden vielleicht suchten sie nur nach einem Jesus Christus der sie heilte der sie wie Lazarus aus der Dunkelheit empor holte dies ist das Ende des Jungen dachte der Revolvermann kalt und teilnahmslos dies ist das Ende das ihm vorher bestimmt war lass los und drücke oder halt ihn fest und stirb das Ende des Jungen er zog heftig am Arm des Jungen und schoss dem Mutanten in den Bauch einen erstarrten Augenblick lang wurde sein Griff noch fester und Jake glitt wieder über den Rand dann lösten sich die toten Schlammhände und der langsame Mutant fiel hinter der langsamer werdenden Dresine zwischen die Schienen grenzte aber immer noch ich dachte du würdest mich zurücklassen schlurzte der Junge ich dachte ich dachte halt dich an meinem Gürtel fest sagte der Revolvermann halt dich so fest du kannst eine Hand schob sich unter seinen Gürtel und verhakte sich dort der Junge atmete mit gewaltigen konvulsivischen und stummen Zügen der Revolvermann werteweise doch Gesichtern die die schwache Phosphoreszenz erzeugten die den unheimlichen Tiefseefischen eigen ist die unter einem unglaublichen schwarzen Druck leben Gesichter deren sinnenlose Rundungen weder Zorn noch Hass ausdrückten sondern lediglich etwas das wie ein halbbewusstes idiotisches Bedauern wirkte es werden weniger sagte der Revolvermann die angespannten Muskeln seines Unterleibs und seiner Geschlechtsorgane entspannten sich um den leisesten Hauch sie die langsamen Mutanten hatten Steine auf den Schienen aufgeschichtet der Weg war versperrt es war eine hastige armselig ausgeführte Arbeit möglicherweise lediglich die Arbeit einer Minute aber sie wurden aufgehalten und jemand würde hinuntersteigen und den Weg freiräumen müssen der Junge stöhnte und drängte sich bibbernd dichter an den Revolvermann der Revolvermann ließ den Griff los und die Dresine fuhr lautlos Die langsamen Mutanten kamen wieder näher sie bewegten sich beiläufig beinahe so als wären sie traumverloren in der Dunkelheit vorbeigekommen und hätten jemanden gefunden den sie nach dem Weg fragen konnten eine öffentliche Versammlung von verdammten unter dem urzeitlichen Felsengebirge werden sie uns erwischen fragte der Junge ruhig nein seinen Augenblick still er betrachtete die Steine die Mutanten waren natürlich schwach herbeizuschleppen um ihnen den Weg zu versperren nur kleine Steine gerade ausreichend sie aufzuhalten sodass jemand absteigen und sie wegräumen musste steig ab sagte der Revolvermann du musst sie entfernen ich gebe die Deckung nein flüsterte der junge Peter ich kann dir keine Pistole geben und ich kann nicht die Steine wegräumen und gleichzeitig schießen du musst absteigen Jake verdrehte grässlich die Augen einen wie von Sinnen Steine nach rechts und links zu werfen ohne sich umzusehen der Revolvermann zog und wartete zwei von ihnen die mehr schlurften als gingen griffen mit Armen wie Teig nach dem Jungen die Pistolen führten ihre Arbeit aus durchstarrten das dunkel mit weiß roten Lanzen aus Licht die schmerzenden Nadeln in die Augen des Revolvermann drückten der Junge schrie auf warf aber weiter Steine beiseite Hexenfeuer funkelte auf und tanzte jetzt fiel das Sehen schwer und das war das Schlimmste alles war in Schatten versunken einer von ihnen der fast überhaupt nicht leuchtete griff plötzlich mit gummiartigen gespenster Armen nach dem Jungen Augen die das halbe Gesicht des Mutanten ausmachten kullerten feucht Jake schrie erneut und warf sich herum um zu kämpfen der Revolvermann feuerte ohne nachzudenken bevor seine schlechte Fleck Gesicht seine Hände verräterisch zittern lassen konnte die beiden Köpfe waren da Zentimeter auseinander es war der Mutant der zuckend zu Boden sank Jake schleuderte mit heftigen Bewegungen Steine die Mutanten verharrten gerade außerhalb der unsichtbaren Linie des Eindringens schoben sich aber langsam näher mittlerweile waren sie sehr nahe andere hatten sich zu ihnen gesellt und ihre Zahl verstärkt gut sagte und strampelte sich auf die Beine der Revolvermann drückte bereits wieder mit voller Kraft er hatte beide Pistolen ins Halfter gesteckt sie mussten fliehen seltsame Hände klatschten auf die Metallplatte der Oberfläche der Dresine der Junge hielt sich jetzt mit beiden Händen am Gürtel fest und hatte das Gesicht gegen den Rücken des Revolvermann gepresst eine Gruppe von ihnen lief auf die Schienen ihre Gesichter drückten ihre hirnlose gleichgültige Vorfreude aus der Revolvermann war mit Adrenalin vollgepumpt die Dresine flog in der Dunkelheit auf den Schienen dahin sie prallten mit voller Wucht auf die vier oder fünf bemitleidenswerten Gestalten diese flogen wie vom Stamm geschlagene verfaulte Bananen auf die Seite immer weiter und weiter in die stille fliegende Benshee Dunkelheit hinein nach einer Ewigkeit hob der Junge das Gesicht in den Fahrtwind es gehaut ihm doch gleichzeitig musste er es wissen die Schattenbilder des Mündungsfeuers brannten noch auf seiner Netzhaut er sah nichts als die Dunkelheit hörte nichts als das Rauschen des Flusses sie sind fort sagte der Junge plötzlich voller Angst die Schienen würden in der Dunkelheit aufhören und sie selber mit einem vernichtenden Aufprall ihrem tödlichen Ende entgegen von den Schienen springen er war schon Auto gefahren einmal war sein humoloser Vater mit 90 Stunden mal über die Autobahn von New Jersey gerast und war angehalten worden aber so wie hier war er noch niemals gefahren im Wind blind und mit Schrecken die hinter ihnen und vor ihnen lauerten während der Fluss mit Kiecher in der Stimme sprach mit der Stimme des Mannes in Schwarz die Arme des Revolvermannes waren Kolben einer wahnsinnigen menschlichen Maschine sie sind fort sagte der junge schüchtern und der Wind riss ihm die Worte aus dem Mund du kannst jetzt langsam erfahren wir sind ihnen entkommen aber der Revolvermann hörte nicht sie rasten weiter die seltsame Dunkelheit sie brachten drei wachen Schlafperioden ohne weitere Zwischenfälle hinter sich während der vierten Wachperiode nach der Hälfte drei Vierteln sie wussten es nicht nur dass sie noch nicht müde genug waren um anzuhalten ertönte ein scharfes Poltern unter ihnen die Dresine schwankte und ihre Körper folgten sofort der Schwerkraft und neigten sich nach rechts als die Dresine in eine langgezogene Linkskurve bog vor ihnen war Licht ein so schwaches und fremdes leuchten dass es zuerst ein vollkommen neues Element zu sein schien weder Erde Luft Feuer oder Wasser es hatte keine Farbe und konnte lediglich anhand der Tatsache identifiziert werden dass sie ihre Hände und Gesichter wieder mit einer Dimension zurück erlangten die über den Tastsinn hinaus ging ihre Augen waren so licht empfindlich geworden dass sie den Widerschein schon fünf Meilen bevor sie sich ihm näherten wahrnahmen das Ende sagte der junge geprisst das ist das Ende nein der Revolvermann sprach voll seltsamer Gewissheit ist es nicht und das war es auch nicht sie kamen zum Licht aber nicht zum Tageslicht als sie dem Ursprung des Widerscheines näher kamen sahen sie zum ersten Mal dass die Felswand links von ihnen zurück gewichen war und sich andere Schienen zu ihren eigenen gesellt hatten die ein komplexes Spinnennetz bildeten das Licht zerlegte sie in polierte Vektoren auf einigen standen dunkle Güter Waggons Passagierwagen eine Kutsche die auf Schienen umgerüstet worden war sie waren wie Gespenster Schiffe die in einem unterirdischen Sargasso Meer gefangen waren und sie machten den Revolvermann nervös das Licht wurde stärker und tat ihren Augen etwas weh aber es nahm tiefen Emporsteigen vor ihnen befand sich ein riesiger Hangar der allmählich näher kam und sich oben in Finsternis verlor in ihnen waren etwa 24 Eingänge geschnitten die gelbe erleuchtete Quadrate zeigten und deren Größe von der von Puppenhaus Fenstern bis zu einer Höhe von sechs Metern wuchs als sie näher kamen sie fuhren durch eine der mittleren Zufahrten ein über dieser standen eine Reihe von Schriftzügen in verschiedenen Sprachen wie der Revolvermann vermutete er stellte zu seinem Erstaunen fest dass er die letzte davon lesen konnte es war ein uralter Vorläufer der Hochsprache und hieß Gleis 10 zur Oberfläche und in westliche Richtung drinnen war das Licht heller die Schienen überkreuzten einander an mehreren Weichen hier funktionierten noch einige der Verkehrszeichen und leuchteten in ewigem Rot und Grün und Gelb sie Verkehr schwarz geworden waren und schließlich befanden sie sich in einer Art Hauptbahnhof der Revolvermann ließ die Dresine langsam ausrollen und sie sahen sich um wie in der U-Bahn sagte der Junge U-Bahn vergiss es der Junge kletterte heraus und auf den harten Beton sie sahen stumme verlassene Kioske wo einst mal Zeitschriften und Bücher verkauft worden waren ein altes Schuhgeschäft einen Waffenladen der Zeitung zeigte allerdings dass die Läufe mit Blei verstopft worden waren aber er nahm einen Bogen mit den er sich über den Rücken schnallte und einen Köcher voll fast nutzlosen schlecht ausbalancierten Pfeilen ein Geschäft für Damenbekleidung irgendwo wechselte ein Konverter die Luft wie er es seit Jahrtausenden getan hatte aber wahrscheinlich nicht mehr viel länger in der Mitte seines Zyklus konnte man einen Knirschlaut hören der daran erinnerte dass das Papete um mobile selbst unter streng kontrollierten Bedingungen immer noch ein Narrentraum war die Luft hatte einen mechanischen Beigeschmack ihre Schuhe erzeugten leise Echos der Junge rief der Revolvermann drehte sich um und ging zu ihm der Junge stand starr vor dem Bücherkiosk in seinem Inneren lag in der gegenüberliegenden Ecke eine Mumie Die Mumie hatte eine Blauuniform mit Goldlitzen an eine scharfe Uniform wie es aussah Auf dem Schoß der Mumie lag eine perfekt erhaltene Zeitung die zu Staub zerfiel als der Revolvermann versuchte sie zu lesen Das Gesicht der Mumie erinnerte an einen alten runzligen Apfel Der Revolvermann berührte behutsam die Wange Eine winzige Staubwolke stob hoch und sie sahen durch die Wange in den Mund der Mumie ein Goldzahn funkelte Gas murmelte der Revolvermann Früher konnten sie Gas herstellen das das bewirkte Sie haben Kriege damit geführt sagte der junge Düster Ja Sie fanden noch weitere Mumien nicht sehr viele aber ein paar Sie trugen alle blaue gold verzierte Uniformen Der Revolvermann vermutete dass das Gas eingesetzt worden war als sämtliche ankommender und abfahrender Verkehr den Bahnhof verlassen gehabt hatte Vielleicht war der Bahnhof auf unbestimmte Weise das Ziel einer lange vergessenen Armee in einem gleichermaßen vergessenen Krieg gewesen Der Gedanke deprimierte ihn Wir sollten besser weitergehen sagte er und schritt zum Gleis 10 und der Dresine zurück Doch der Junge blieb aufwieglerisch hinter ihm stehen Ich gehe nicht Der Revolvermann drehte sich überrascht um Das Gesicht des Jungen war verzerrt und zitterte Du wirst erst bekommen was du willst wenn ich tot bin Ich möchte mein Schicksal selbst bestimmen Der Revolvermann nickte unverbindlich und empfand Hass auf sich selbst Okay Er drehte sich um ging zu dem Bahnsteig aus Stein und sprang elegant auf die Dresine Du hast eine Abmachung getroffen rief ihm der Junge nach Ich weiß es genau Der Revolvermann antwortete nicht sondern legte behutsam den Bogen vor den Teegriff der aus dem Boden der Dresine herausragte damit nichts passieren konnte Der Junge hatte die Fäuste geballt und das Gesicht schmerzlich verzogen Wie leicht du diesen Jungen täuschst sagte sich der Revolvermann trocken Seine Intuition hat ihn wieder und wieder zu diesem Punkt geführt und du hast ihn wieder und wieder an der Nase herum geführt Schließlich hatte außer dir keine Freunde Der plötzliche einfache Gedanke beinahe eine Vision kam ihm dass er lediglich aufgeben musste dass er umkehren und den Jungen mit sich nehmen und zum Zentrum einer neuen Streit machen konnte Der Turm musste nicht auf diese demütigende nase führende Weise erlangt werden Sollte es geschehen wenn der junge reiche an Jahren war wenn sie beide den Mannen schwarz wie ein billiges aufziehbares Spielzeug beiseite stoßen konnten Sicher dachte er zynisch Sicher Er wusste mit plötzlicher kalte Überzeugung dass es für sie beide den Tod bedeuten würde wenn sie umkehrten den Tod oder noch Schlimmeres Gefangenschaft bei den lebenden Toten hinter ihnen Verfall sämtlicher Sinnes Wahrnehmungen Nur die Pistolen seines Vaters würden wahrscheinlich länger als sie beide leben und den Rosten der Pracht als Totems verehrt werden nicht unähnlich der unvergessenen Benzinpumpe Zeig Mum sagte er falsch zu sich Er packte den Griff und fing an zu drücken Die Dresine entfernte sich vom Bahnsteig Der Junge schrie Warte und lief schräg auf die Stelle zu an der die Dresine in der Dunkelheit verschwinden würde Der Revolvermann verspürte den Impuls zu beschleunigen den Junge wenigstens mit einer Ungewissheit zurückzulassen Stattdessen fing er ihn auf als er sprang Das Herz unter dem dünnen Hemd schlug heftig und aufgeregt während Jake sich an ihn klammerte Es war wie der Schlag eines Hühnerherzens Es war jetzt kurz davor Der Lärm des Flusses war sehr laut geworden und drang mit seinem konstanten Donnern sogar in ihre Träume Aus einer Laune heraus ließ der Revolvermann den Jungen weiter drücken während der Pfeile ins Dunkel schoss an denen er feinen weißen Zwirn befestigt hatte Der Bogen war schrecklich schlecht Er war ausgezeichnet erhalten aber mit schlechtem Zug und eben solcher Zielgenauigkeit und der Revolvermann wusste dass man das so gut wie nicht verbessern konnte Nicht einmal wenn er eine neue Schnur spannte würde das dem müden Holz helfen Die Pfeile flogen nicht weit in das Dunkle hinein doch der letzte den er wieder einzog war nass und glitschig Der Revolvermann zuckte nur die Achseln als der Junge ihn fragte wie weit es war aber bei sich dachte er nicht dass der Pfeil mit diesem Bogen weiter als 100 Meter weit geflogen sein konnte und selbst das nur mit Glück und der Lärm wurde immer noch lauter Während der dritten Wachperiode nach dem Bahnhof fing wieder ein geisterhaftes Leuchten anzuwachsen Sie waren in einem langen Tunnel aus phosphoriszierendem Gestein eingefahren und die feuchten Wände glitzerten und funkelten wie von tausenden winziger explodierender Sterne Sie sahen alles in einer surrealistischen Geisterbahn Weise Das brutale Lärmen des Flusses wurde ihnen durch den umliegenden Fels zugetragen und von diesem natürlichen Verstärker potenziert Doch das Geräusch blieb seltsam konstant auch als sie sich dem Kreuzungspunkt näher der nach Meinung des Revolvermannes vor ihnen liegen musste da die Felswände sich wieder verbreiterten und zurückwichen Der Winkel ihres Anstieges wurde steiler Im neuen Licht verliefen die Schienen schnurstracks geradeaus Dem Revolvermann kamen sie wie die länglichen Luftballons voller Sumpfgas vor die manchmal für billiges Geld beim Jahrmarkt zum Fest des heiligen Josef verkauft wurden Dem Jungen kamen Zwillingshalbinsel endete welche in einen Abgrund der dahinterliegenden Dunkelheit hineinragte der Kluft über dem Fluss Die Schienen führten auf der Stütze eines eonen alten Gerüsts über den unauslotbaren Abgrund hinaus Auf der anderen Seite scheinbar eine unvorstellbare Strecke entfernt befand sich ein winziger heller Stecknadelkopf nicht Phosphoreszenz oder Fluoreszenz sondern das harsche wirkliche Tageslicht Es war so belastet Halt sagte der Junge Halt eine Minute an bitte Der Revolvermann ließ die Dresine ausrollen ohne eine Frage zu stellen Der Lärm des Flusses war ein unablässiges donnerndes Dröhnen das vor ihnen und unter ihnen erklang Plötzlich hasste er den künstlichen Schimmer der Felsen Er spürte zum ersten Mal wie ihn die kalte Hand der Klaustrophobie berührte und der Drang endlich hinaus zu gelangen war stark und beinahe unwiderstehlich Wir werden durchfahren sagte der Junge Möchte er das dass wir mit der Dresine über das fahren und hinunter stürzen Der Revolvermann wusste dass es das nicht war aber er sagte ich weiß nicht was er will Wir sind jetzt sehr nah können wir nicht zu Fuß gehen Sie stiegen aus und näherten sich vorsichtig dem Rand des Abgrunds Der Boden unter ihren Füßen stieg unablässig weiter an bis er plötzlich fast rechtwinklig abfiel und die Schienen allein in die Dunkelheit weiter führten Der Revolvermann ließ sich auf die Knie hernieder und sah nach unten Er konnte sehr undeutlich ein komplexes beinahe unglaubliches Gitter von Stahlträgern und Verstrebungen erkennen das sich zum Dröhnen des Flusses hinab erstreckte und einzig dazu diente den anmutigen Bogen der Schienen Ertragkraft war noch verblieben wenig kaum eine keine Plötzlich sah er das Gesicht der Mumie wieder vor sich und das scheinbar feste Fleisch das bei der bloßen Berührung mit dem Finger mühelos zu Staub verfallen war Wir gehen zu Fuß sagte der Revolvermann Er rechnete fest damit dass der Junge nochmals widersprechen würde Doch er schritt ruhig vor dem Revolvermann auf die Schienen hinaus und überquerte die verschweißten Stahlplatten gelassen und sicheren Fußes Der Revolvermann folgte ihm und war bereit ihn aufzufangen sollte der Junge einen falschen Schritt machen Sie ließen die Drisine hinter sich zurück und schritten unsicher über der Dunkelheit dahin Der Revolvermann spürte die Rinnsale von Schweiß auf der Haut Das Gerüst war verrostet sehr verrostet Es summte im Rhythmus des weit unten gelegenen Flusses unter seinen Füßen und wankte etwas an den unsichtbaren Seilverankerungen Wir sind Artisten dachte er Schau her Mutter Ohne Netz Ich fliege Einmal kniete er sich nieder und untersuchte die Querstreben auf denen sie gingen Sie waren vernarbt und vom Rost zerfressen Den Grund dafür konnte er am Gesicht spüren Frische Luft Der Freund des Verfalls Sie waren jetzt sehr nahe an der Oberfläche Und ein kräftiger Fausthieb brachte das Metall auf übelkeitserregende Weise zum Erzittern Einmal hörte er ein warnendes Ächzen unter seinen Füßen und spürte wie der Stahl sich anschickte nachzugeben aber da war er schon weitergegangen Der Junge war natürlich mehr als 100 Pfund leichter und ziemlich sicher wenn das Vorankommen nicht noch unsicherer wurde Die Dresine verschmolz hinter ihnen mit der allgemeinen Düsternis Der Felspier zu ihrer Linken erstreckte sich etwa 6 Meter Weiter als der rechts aber auch dieser blieb zurück und dann waren sie allein über dem Abgrund Anfangs schien es als würde das winzige Lichtpünktchen auf spöttische Weise konstant bleiben Vielleicht entfernte es sich mit derselben Geschwindigkeit von ihnen wie sie darauf zuschritten Das wäre wahrhaft ein wunderbarer Zauber Aber allmählich merkte der Revolvermann dass es größer und deutlicher wurde Sie waren immer noch darunter aber die Schienen stiegen immer noch an Der Junge stieß einen Überraschungsschrei aus und kippte plötzlich zur Seite wobei seine Arme langsame kreisende Bewegungen bevor er weiterging Fast hätte es mich erwischt sagte er emotionslos Steig darüber hinweg Der Revolvermann gehauchte Die Strebe auf die der Junge getreten war hatte fast völlig nachgegeben und wippte träge nach unten Sie hing in einer rostzerfressenen Schraube wie der Fensterladen eines Spukhauses Aufwärts immer noch aufwärts Es war ein albtraumhafter Spaziergang der viel länger zu dauern schien als er tatsächlich dauerte Die Luft selbst schien dicker und wie gallert Masse zu werden und dem Revolvermann war zumute als würde er mehr schwimmen als gehen Sein Verstand versuchte immer wieder zu der gründlichen verrückten Überlegung zurückzukehren welch schrecklicher Abgrund zwischen den Schienen und dem unterirdischen Fluss klaffte Sein Verstand sah alles wie es sein würde in spektakulären Einzelheiten vor sich Das Kreischen von nachgebendem Metall räterischem rostigem Stahl und dann abwärts Er würde sich immer wieder um sich selbst drehen warme Flüssigkeit zwischen den Beinen spüren mit seiner Blase nachgab den Wind im Gesicht fühlen der sein Haar wie bei einer Comic Version von Angst zu Berge stehen lassen würde der ihm die Lider aufreißen würde und dann das dunkle Wasser das ihm entgegengerast kommen würde schneller sogar schneller als sein eigener Schrei Metall kreischte unter ihm und er Schritt ohne Hast darüber hinweg verlagerte sein Gewicht und dachte nicht an den Sturz wie weit sie gekommen waren und wie viel noch zurückzulegen blieb er dachte nicht daran dass der Junge entbehrlich und der Ausverkauf seiner Ehren unendlich beinahe abgeschlossen war hier fielen drei Streben sagte der Junge gelassen ich werde springen hier hier der Revolvermann sah seine Silhouette einen Augenblick vor dem Tageslicht ein linkischer flügelahmer Adler er landete und die gesamte Konstruktion wankte trunken unter ihnen protestierte Metall und ganz unten fiel etwas hinab zuerst krachend damit dem Geräusch von tiefem Wasser bist du drüben fragte der Revolvermann ja sagte der Junge aus einiger Entfernung aber es ist sehr verrostet ich glaube nicht dass es dein Gewicht tragen wird mich ja aber dich nicht kehr jetzt um und lass mich in Ruhe seine Stimme war hysterisch kalt aber hysterisch der Revolvermann trat über die Lücke ein großer Schritt und er war drüben der Junge schlottete hilflos geh zurück ich will nicht dass du mich umbringst um Himmels willen geh weiter sagte der Revolvermann grob es wird zusammenbrechen der Junge schritt jetzt wie betrunkener hin er hatte die Hände zitternd mit gespreizten Fingern vor sich ausgestreckt sie gingen aufwärts ja hier war es deutlich verfallener ab und zu fielten eine zwei manchmal sogar drei querstreben und der Revolvermann rechnete ständig damit dass sie einmal auf eine Lücke stoßen würden die so lang war dass sie entweder umkehren oder auf den Schienen selbst unsicher über den Abgrund balancieren mussten er hielt den Blick starr auf das Tageslicht gerichtet das Licht hatte einen Farbton angenommen blau und je näher sie ihm kamen desto weicher wurde es und ließ den Glanz des Hosphors verblassen mit dem es sich vermischte fünfzig oder hundert Meter er konnte es nicht sagen sie gingen weiter und jetzt sah er auf seine Füße die von Querstrebe zu Querstrebe schritten als er wieder hinsah war das Licht zu einem Loch geworden und es war kein Licht mehr sondern ein Weg hinaus sie waren fast dort ja dreißig Meter neunzig kurze Schritte es war zu schaffen vielleicht konnten sie den Mannen schwarz überlisten vielleicht verdorrten die bösen Blumen in seinen Gedanken im grellen Sonnenschein und alles würde möglich sein das Sonnenlicht wurde verdeckt er sah verblüfft auf und er blickte eine Silhouette die das Licht ausfüllte es verschlang und lediglich Streifen spöttischen Blaus über den Schultern und die Gabelung zwischen den Beinen hineinscheinen ließ Hallo Jungs Die Stimme des Mannes in Schwarz halte von diesem natürlichen Sprachrohr aus Felsgestein verstärkt zu ihnen und sein Zynismus nahm gewaltige Obertöne an Der Revolvermann tastete blind nach dem Kieferknochen aber der war dahin irgendwo verloren verbraucht er lachte über ihnen und der Laut hallte rings um sie herum und dröhnte wie die Brandung in einer volllaufenden Grotte der Junge schrie auf und ruderte mit den Armen er wurde wieder zur Windmühle seiner Arme sausten durch die dünne Luft unter ihnen riss Metall und kippte die Schienen begannen ein langsames verträumtes schlingern der Junge stürzte doch einer Hand flog wie eine Möwe in der Dunkelheit hoch flog hoch hoch und dann hing er über dem Abgrund dort baumelte er und seine dunklen Augen sahen mit endgültigem blindem verlorenen Wissen zu dem Revolvermann auf hilf mir dröhnend spöttisch komm jetzt Revolvermann oder du wirst mich niemals erwischen alle Chips lagen auf dem Tisch alle Karten aufgedeckt bis auf eine der junge baumelte eine lebende Tarotkarte der gehengte der phönizische Seemann der unschuldig gekentert war und sich in einem stügischen Meer kaum noch über Wasser halten konnte warte doch gehen die stimme so laut es fällt einem schwer zu denken die macht den verstand der menschen zu umnachten don't make it bad take a sad song and make it better hilf mir das gerüst schwankte heftiger kreischte löste sich in einzelteile aufgab dann werde ich dich verlassen nein seine beförderten ihn mit einem einzigen Sprung durch die entropie die ihn gefangen hielt ein schlitternder heftiger Sprung über den baumelnden jungen hinweg zum lockenden licht der turm als schwarzes fresco auf der netzhaut seines geistigen auges eingeätzt plötzliche stille die silhouette verschwunden sogar sein herzschlag setzte aus als sich die brücke weiter neigte ihren letzten langsamen tanz in die tiefe anfing sich los riss seine hand ertastete den felsigen erleuchteten mund der verdammnis und hinter ihm sprach der junge in der grässlichen stille zu weit unter ihm dann geh es gibt andere welten als diese es riss sich von ihm los das ganze gewicht und als er sich zum licht und dem wind und der wirklichkeit seines neuen karmas we all shine on hinauf zog drehte er den Kopf zurück und versuchte in seinem Schmerz einen Augenblick lang Janus zu sein aber da war nichts nur abstürzendes schweigen denn der junge gab keine laut von sich dann war er oben und zog die beine auf den felsen sims der an der abwärts geneigten seite ausblick auf eine gras bewachsene ebene gewährte wo der Mann in schwarz breitbeinig und mit überkreuzten Armen stand der Revolvermann stand trunken und blass wie ein Gespenst da seine Augen waren riesig und schwammen unter der Stirn sein Hemd war vom weißen Staub seines letzten verzweifelten Hochziehens verschmutzt er dachte daran daß er vor Mord stets fliehen würde er dachte daran daß vor ihm weitere Entwürdigungen der Seele liegen mochten gegen die sich diese hier bedeutungslos ausnehmen würde und dennoch würde er fliehen flure entlang und durch Städte von Bett zu Raum zu betreten wo es ihn über eine Kerzenflamme hinweg ansehen würde er war zu dem Jungen geworden der Junge war zu ihm geworden er war ein Wurderlack ein selbst erschaffener Wehrwolf und in seinen tiefsten Träumen würde er zu dem Jungen werden und den seltsamen Zungen sprechen dies ist der Tod ist er es ist er es er schritt langsam und mit trunkenen Schritten den Hang hinab zu der Stelle wo der Mann in Schwarz wartete hier waren die Schienen unter der Sonne der Vernunft verfallen und es war als hätten sie nie existiert der Mann in Schwarz stieß lachend mit beiden Handrücken die Kapuze zurück also rief er kein Ende sondern das Ende des Anfangs was du machst Fortschritte Revolvermann du machst Das Mündungsfeuer ließ die Sonne selbst verblassen und das Donnern der Explosionen halte von den Felsensimsen hinter ihnen wieder aber aber sagte der Mann in Schwarz lachend ach komm schon wir beide zusammen du und ich wir können einen großen Zauber wirken du wirst mich ebenso wenig töten wie du dich selbst töten wirst er zog sich zurück ging rückwärts sah den Revolvermann grinsend an komm 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 der Revolvermann folgte ihm mit seinen durchgelaufenen Stiefeln zum Ort des Gesprächs fünfter Teil der Revolvermann und der Mann in Schwarz der Mann in Schwarz led him to an ancient killing ground to make palaver the gunslinger knew it immediately a Golgotha place of the skull and bleached skull stared blandly up at them cattle, coyotes, deer, rabbits here the alabaster xylophone of a hen pheasant der Mann in Schwarz führte ihn zu einem uralten Schlachtfeld um mit ihm zu reden der Revolvermann erkannte es augenblicklich ein Golgotha eine Stätte der Schädel und gebleichte Totenschädel starrten blicklos zu ihnen empor Vieh, Koyoten, Wild, Kaninchen dort das Alabasterxylophon der Fasanenhenne die beim Fressen gestorben war dort die winzigen zierlichen Knochen eines Maulwurfs der möglicherweise von einem wilden Hund aus Spaß getötet worden war dieses Golgotha war ein in den abschüssigen Berghank eingeprägtes Becken und unten in zugänglicheren Höhen konnte der Revolvermann Joshua Bäume und Krüppelkiefern sehen der Himmel über ihm war von einem zarteren Blau als er es seit zwölf Monaten gesehen hatte und ein undefinierbares Etwas tat kund, dass das Meer in nicht allzu weiter Ferne war ich bin im Westen Kuspert dachte er verwundert und selbstverständlich sah er in jedem Totenschädel in jeder leeren Augenhöhle das Gesicht des Jungen der Mann in Schwarz saß auf einem alten Klotz aus Eisenholz seine Stiefel waren vom weißen Staub und dem unbehaglichen Knochenmehl des Ortes gepudert er hatte die Kapuze wieder hochgezogen aber der Revolvermann konnte deutlich die eckige Form seines Kinds und die Schattierung seines Kiefers erkennen die überschatteten Lippen verzogen sich zu einem Lächeln sammle Holz, Revolvermann diese Seite des Gebirges ist mild aber in dieser Höhe kann einem die Kälte der noch ein Messer in die Eingeweide stoßen und dies ist schließlich ein Ort des Todes nicht? ich werde dich umbringen sagte der Revolvermann nein, das wirst du nicht tun das kannst du nicht aber du kannst Holz sammeln um deines Isaak zu gedenken der Revolvermann verstand die Anspielung nicht er machte sich wortlos auf und sammelte Holz wie ein gewöhnlicher Küchenjunge seine Ausbeute war gering auf dieser Seite gab es kein Teufelsgras und das Eisenholz brannte nicht es war versteinert schließlich kehrte er mit einem großen Arm voll zurück und war von verfallenen Knochen gepudert als wäre er in Mehl gewendet worden die Sonne war hinter den höchsten Joshua-Bäumen untergegangen hatte ein rötliches Leuchten angenommen und sah sie zwischen den schwarzen gepeinigten Ästen hindurch mit unheilvoller Gleichgültigkeit an ausgezeichnet sagte der Mann in schwarz wie außergewöhnlich du bist wie methodisch ich salutiere vor dir er kicherte und der Revolvermann warf ihm krachend das Holz vor die Füße sodass der Knochenstaub aufwirbelte der Mann in schwarz zuckte nicht zusammen oder sprang zurück er fing lediglich an die Feuerstelle aufzuschichten der Revolvermann sah fasziniert zu wie das Ideograph dieses Mal frisch Gestalt annahm als es vorbei war erinnerte es an einen etwa 60 cm hohen komplexen doppelten Schornstein der Mann in schwarz hob eine Hand zum Himmel empor schüttelte den weiten Ärmel von einer spitz zulaufenden hübschen Hand zurück und stieß rasch mit ihr herab wobei er den Zeigefinger und kleinen Finger zum traditionellen Zeichen des bösen Blicks gegabelt hatte eine blaue Flamme blitzte auf und das Feuer brannte ich habe Streichhölzer sagte der Mann in schwarz jovial aber ich dachte mir der Zauber könnte dir gefallen ganz umsonst Revolvermann und jetzt mach uns ein Essen die Falten seines Gewandes zitterten und der gehäutete und ausgeweiderte Kadaver eines fetten Kaninchens fiel in den Schmutz der Revolvermann spießte das Kaninchen wortlos auf und briet es ein verlockender Geruch stieg auf während die Sonne unterging purpurne Schatten fielen gierig über das Becken das der Mann in schwarz für ihre endgültige Konfrontation ausgesucht hatte der Revolvermann spürte den Hunger endlos in seinem Bauchknurren während das Kaninchen braun wurde aber als das Fleisch gar und saftig war reichte er dem Mann in schwarz wortlos den ganzen Spieß kramte in seinem eigenen beinahe flachen Rucksack und holte den letzten Rest Dörrfleisch heraus es war salzig und tat seinem Mund weh und es schmeckte wie Tränen eine wertlose Geste sagte der Mann in schwarz dem es gelang wütend und belustigt zugleich zu klingen dennoch sagte der Revolvermann er hatte kleine wunde Stellen im Mund die eine Folge von Vitaminmangel waren und der Salzgeschmack ließ ihn bitter grinsen hast du Angst vor verzaubertem Fleisch ja der Mann in schwarz warf die Kapuze zurück der Revolvermann sah ihn schweigend an in gewisser Weise war das Gesicht des Mannes in schwarz eine unbehagliche Enttäuschung es war hübsch und ebenmäßig ohne die Spuren und Entstellungen von jemandem der schlimme Zeiten durchgemacht hat und der in große unbekannte Geheimnisse eingeweiht wurde sein Haar war schwarz und von verfilzter stumpfer Länge seine Stirn war hoch die Augen dunkel und strahlend die Nase war unauffällig die Lippen waren voll und sinnlich seine Gesichtsfarbe war bleich wie die des Revolvermannes er sagte schließlich ich hatte einen älteren Mann erwartet nicht unbedingt ich bin fast unsterblich natürlich hätte ich ein Gesicht wählen können das deinen Erwartungen besser entsprochen hätte aber ich habe mich entschieden dir das zu zeigen mit dem ich ähm geboren worden bin Schau Revolvermann der Sonnenuntergang die Sonne war bereits untergegangen der Himmel im Westen war vom düsteren Glühen eines Hochofens erfüllt du wirst eine Zeit die dir sehr lange erscheinen wird keinen Sonnenaufgang mehr sehen sagte der Mann in schwarz leise der Revolvermann erinnerte sich an die Stollen unter dem Gebirge und sah dann zum Himmel wo die Sternbilder sich in funkelter Vielzahl erstreckten es macht nichts sagte er mit sanfter Stimme jetzt nicht mehr der Mann in schwarz mischte Karten mit fliegender verwirrender Hast das Spiel war groß das Muster auf den Kartenrückseiten überquellend das sind Terrorkarten sagte der Mann in schwarz eine Mischung aus dem üblichen Blatt und meinen eigenen Verbesserungen sieh genau her Revolvermann warum ich werde dir die Zukunft weiss sagen Roland sieben Karten müssen nacheinander umgedreht und in Konjunktion mit den anderen gelegt werden ich habe das seit mehr als 300 Jahren nicht mehr gemacht und ich vermute ich habe überhaupt noch nie eine wie deine vorhergesagt der spöttische Ton stahl sich wieder in seine Stimme gleich einem kovianischen Nachtsoldaten der ein todbringendes Messer in einer Hand hält du bist der letzte Abenteurer der Welt der letzte Kreuzretter wie muss dich das doch freuen Roland und doch hast du keine Ahnung wie nahe du dem Turm jetzt bist wie nahe in der Zeit über deinem Kopf kreisen Welten dann lies meine Zukunft sagte er schoff die erste Karte wurde umgedreht der Gehengte sagte der Mann in Schwarz die Dunkelheit hat ihm seine Kapuze zurückgegeben doch hier ohne Konjunktion mit etwas anderem versinnbildlicht er Kraft nicht den Tod du Revolvermann bist der Gehengte du schreitest über alle Gruben des Hades hinweg unverdrossen deinem Ziel entgegen einen Mitreisenden hast du bereits in diese Gruben gestoßen nicht er drehte die zweite Karte um der Seefahrer achte auf die klare Stirn die haarlosen Wangen die verletzten Augen er ertrinkt Revolvermann und niemand wirft ihm ein Seil zu der junge Jake der Revolvermann zuckte zusammen sagte aber nichts die dritte Karte wurde umgedreht ein Pavian stand grinsend und breitbeinig auf der Schulter eines jungen Mannes das Gesicht des jungen Mannes war nach oben gerichtet seine Züge waren eine stilisierte Maske von Grauen und Entsetzen als er genauer hinsah stellte der Revolvermann fest dass der Pavian eine Peitsche hielt der Gefangene sagte der Mann in schwarz das Feuer warf unruhige flackernde Schatten über das Gesicht des gepeinigten Mannes so dass es sich in stummem Entsetzen zu verzerren und zu winden schien der Revolvermann wandte den Blick ab etwas beunruhigend nicht sagte der Mann in schwarz und schien ein Kichern zu unterdrücken er drehte die vierte Karte herum eine Frau mit einem Schal auf dem Kopf saß spinnend an einem Spinnrad in den benommenen Augen des Revolvermannes schien sie gleichzeitig verschmitzt zu lachen und zu weinen die Herren der Schatten bemerkte der Mann in schwarz macht sie auf dich den Eindruck als hätte sie zwei Gesichter hat sie ein wahrhaftiger Janus weshalb zeigst du mir das frag nicht sagte der Mann in schwarz aufbrausend doch er lächelte sieh einfach nur her betrachte dies lediglich als sinnloses Ritual wenn es dich erleichtert und dich beruhigt wie die Kirche er kicherte und drehte die fünfte Karte um ein grinsender Sensenmann hielt mit Knochenfingern eine Sense fest der Tod sagte der Mann in schwarz schlicht aber nicht für dich die sechste Karte der Revolvermann sah sie an und verspürte eine seltsam kribbelnde Vorahnung in den Eingeweiden Freude und Grauen mischten sich in dieses Gefühl die Gesamtheit seiner Empfindungen hatte keine Namen ihm war zumute als müsste er tanzen und sich gleichzeitig übergeben der Turm sagte der Mann in schwarz leise die Karte des Revolvermannes nahm die Mitte des Musters ein die vier Nachfolgenden lagen je in einer Ecke gleich Satelliten die einen Stern umkreisten wohin gehört diese fragte der Revolvermann der Mann in schwarz legte den Turm auf den Gehängten und verdeckte ihn völlig was bedeutet das fragte der Revolvermann der Mann in schwarz antwortete nicht was bedeutet das fragte er keuchend der Mann in schwarz antwortete nicht Gott verdammt keine Antwort und was ist die siebte Karte der Mann in schwarz drehte die siebte Karte um die Sonne stand an einem leuchtend blauen Himmel Amor und Elfen schwirrten um sie herum die siebte ist das Leben sagte der Mann in schwarz leise aber nicht für dich wie passt sie in das Muster das geht dich nichts an sagte der Mann in schwarz und mich auch nicht er schnippte die Karte achtlos ins erlöschende Feuer sie verkohlte, bog sich und loderte in Flammen auf der Revolvermann spürte wie sein Herz verzagte und in seiner Brust zu Eis wurde schlaf jetzt sagte der Mann in schwarz gleichgültig möglicherweise um zu träumen und das alles ich werde dich erwürgen sagte der Revolvermann seine Beine stießen sich mit wilder beeindruckender Schnelligkeit ab und er schnellte über das Feuer hinweg auf den anderen zu der lächelnde Mann in schwarz schwoll vor seinen Augen an und wich dann in einen langen hallenden von Obsidiansäulen gesäumten Flur zurück der Klang von sardonischem Gelächter erfüllte die Welt und er stürzte starb schlief er träumte das Universum war leer nichts regte sich nichts war der Revolvermann schwebte verwirrt es werde Licht sagte die Stimme des Mannes in schwarzer Haben und es ward Licht der Revolvermann dachte auf distanzierte Weise dass das Licht gut war und nun Dunkelheit voll Sternen oben und Wasser unten so geschah es er schwebte über endlosen Wassern über ihm funkelten endlos die Sterne Land forderte der Mann in schwarz es geschah es erhob sich in endlosen galvanischen Zuckungen aus dem Wasser es war rot kahl rissig und unfruchtbar Vulkane die hässlichen Riesenpickeln auf dem Baseballkopf eines heranwachsenden glichen stießen endlose Magmaströme aus gut sagte der Mann in schwarz kein schlechter Anfang und nun seinen Pflanzen Bäume Gras und Wiesen so geschah es hier und dort stapften Dinosaurier knurrten und fauchten und fraßen sich gegenseitig und blieben in blubbernden übel riechenden Tiergruben stecken überall erstreckten sich endlose tropische Regenwälder Riesenfarne winkten mit zerratierten Blättern dem Himmel zu auf einigen krabbelten Käfer mit zwei Köpfen der Revolvermann sah das alles und er fühlte sich immer noch groß jetzt der Mensch sagte der Mann in schwarz leise aber der Revolvermann fiel fiel aufwärts der Horizont dieser unermesslichen und fruchtbaren Erde begann sich zu runden ja alle seine Lehrer hatten gesagt dass sie rund war sie behaupteten das wäre lange bevor die Welt sich weiter gedreht hatte bewiesen worden aber dies immer weiter und weiter vor seinen erstaunten Augen nahmen Kontinente Gestalt an und wurden von Wolkenbergen verdeckt die Atmosphäre der Welt hüllte sie mit ihrer Plazente ein und die Sonne die jenseits des gekrümmten Weltrandes aufging er schrie auf und schlug einen Arm vor's Gesicht es werde Licht die Stimme die rief war nicht mehr die des Mannes in schwarz sie war gigantisch und hallend sie durchdrang den Raum und die Räume zwischen den Räumen Licht er fiel fiel die Sonne schrumpfte ein von Kanälen durchzogener roter Planet den zwei Monde hektisch umkreisten wirbelte an ihm vorbei ein Gürtel wirbelnder Felsbrocken ein gigantischer Planet auf dem Gase brodelten der zu groß war sich selbst zu stützen und als Folge dessen an den Polen abgeflacht war eine Welt mit Ringen deren Gürtel aus Eispartikel glitzerten Licht es werde andere Welten eine, zwei, drei weit jenseits der letzten kreist ein einsamer Ball aus Eis und Fels in toter Dunkelheit um eine Sonne die nicht heller als ein matter Pfennig war Dunkelheit nein sagte der Revolvermann und seine Worte klangen tonlos und ohne Echo in der Dunkelheit es war dunkler als dunkel damit verglichen war die schwärzeste Nacht in der Seele eines Mannes heller Nachmittag die Dunkelheit unter dem Gebirge war lediglich ein Klecks auf dem Antlitz des Lichts nichts mehr bitte jetzt nichts mehr nichts mehr Licht nichts mehr nichts mehr bitte die Sterne die Sterne selbst fingen an zu schrumpfen ganze Spiralnebel zogen sich zusammen und wurden zu geistlosen Schlieren das ganze Weltall schien sich um ihn herum zusammenzuziehen Jesus nichts mehr nichts mehr nichts mehr die Stimme des Mannes in Schwarz flüsterte im Seidenweich ins Ohr dann entsage lass alle Gedanken an den Turm sein geh deines Weges Revolvermann und rette deine Seele er nahm sich zusammen er war erschüttert und allein von der Dunkelheit umhüllt fürchtete sich vor der Ultimatenbedeutung die auf ihn zugerast kam doch er nahm sich zusammen und stieß einen letzten donnernden Befehler vor nein niemals dann werde es Licht und es ward Licht das wie ein Hammer auf ihn herniederschlug ein gewaltiges vorzeitliches Licht das Bewusstsein schwand unter ihm doch zuvor sah der Revolvermann etwas von kosmischer Bedeutung er klammerte sich mit qualvoller Anstrengung daran und suchte sich selbst er floh vor dem Wahnsinn den das Wissen in sich barg und fand so wieder zu sich selbst es war immer noch Nacht aber er wusste nicht ob es dieselbe oder eine andere war er richtete sich an der Stelle auf zu der sein dämonischer Sprung auf den Mann in Schwarz ihn getragen hatte und sah auf den Klotz aus Eisenholz auf dem der Mann in Schwarz gesessen hatte er war fort ein Gefühl großer Verzweiflung strömte in ihn ein Gott alles würde wieder von vorn anfangen und dann sagte der Mann in Schwarz hinter ihm hier drüben Revolvermann ich mag es nicht wenn du mir zu nahe kommst du sprichst im Schlaf er kicherte der Revolvermann richtete sich benommen auf die Knie und drehte sich um das Feuer war zu roter Glut und graue Asche niedergebrannt und hatte das vertraute verfallene Muster verbrauchten Brennmaterials hinterlassen der Mann in Schwarz saß daneben und schnalzte über den fettigen Resten des Kaninchens mit der Zunge du hast dich gut gehalten sagte der Mann in Schwarz diese Vision hätte ich Morten niemals schicken können er wäre als sabbernder Idiot zurückgekehrt was war das fragte der Revolvermann seine Worte waren undeutlich und erschüttert er spürte dass seine Beine nachgeben würden wenn er versuchen sollte sich zu erheben das Universum sagte der Mann in Schwarz nebenbei er rübste und warf die Knochen ins Feuer wo sie in einem ungesunden Weiß schillerten der Wind über der Senke dieses Golgatha heulte voll schrillem Unglück Universum sagte der Revolvermann verständnislos du möchtest den Turm sagte der Mann in Schwarz es schien eine Frage zu sein ja aber du wirst ihn nicht bekommen sagte der Mann in Schwarz und lächelte voll strahlender Grausamkeit ich habe eine Vorstellung davon wie nahe an den Rand dich das Letzte brachte der Turm wird dich eine halbe Welt entfernt umbringen du weißt nichts von mir sagte der Revolvermann leise und das Lächeln auf den Lippen des Anderen verschwand ich habe ich habe deinen Vater gemacht und ich habe ihn vernichtet sagte der Mann in Schwarzgrimmig ich kam durch Morden zu deiner Mutter und habe sie genommen so stand es geschrieben und so geschah es ich bin der fernste Günstling des dunklen Turms die Erde wurde in meine Hände gegeben was habe ich gesehen fragte der Revolvermann das Letzte was war es was schien es zu sein der Revolvermann schwieg nachdenklich er tastete nach seinem Tabak aber er hatte keinen mehr der Mann in Schwarz bot ihm nicht an seinen Beutel entweder durch schwarze oder durch weiße Magie wieder nachzufüllen da war Licht sagte der Revolvermann schließlich gewaltiges weißes Licht und dann er verstummte und sah den Mann in Schwarz an dieser beugte sich nach vorne und ein unbekanntes Gefühl war seinem Gesicht aufgeprägt das zu deutlich war als dass man es hätte leugnen können erstaunen du weißt es nicht sagte er und fing an zu lachen oh großer Zauberer der die Toten zum Leben erwecken kann du weißt es nicht ich weiß es sagte der Mann in Schwarz aber ich weiß nicht was weißes Licht wiederholte der Revolvermann und dann einen Grashalm einen einzigen Grashalm der alles ausfüllte und ich war winzig unvorstellbar winzig Gras der Mann in Schwarz machte die Augen zu sein Gesicht sah hager und ausgezehrt aus ein Grashalm bist du sicher? ja der Revolvermann runzelte die Stirn aber er war purpurn und nun fing der Mann in Schwarz an zu sprechen das Universum sagte er enthält ein Paradoxon das so groß ist dass der endliche Verstand es nicht begreifen kann so wie das lebende Gehirn sich kein nicht lebendes Gehirn vorstellen kann auch wenn es denken mag es könnte es so kann der endliche Verstand nicht das unendliche begreifen die prosaische Tatsache der Existenz des Universums allein besiegt den Pragmatiker und den Zyniker gleichermaßen es gab eine Zeit hundert Generationen bevor die Welt sich weiter drehte als die Menschheit genügend technische und wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt hatte dass sie ein paar Splitter von der großen Steinsäule der Wirklichkeit abklopfen konnte selbst damals schien das trügerische Licht der Wissenschaft das Wissen wenn du so willst nur in einigen hochentwickelten Ländern doch trotz der unglaublichen Zunahme von Fakten Wissen gab es bemerkenswert wenig Einsicht Revolvermann unsere Vorfahren bezwangen die Krankheit des Verfaulens die wir Krebs nennen sie bezwangen fast das Altern sie flogen zum Mond das glaube ich nicht sagte der Revolvermann unverblühend worauf der Mann schwarz nur lächelte und antwortete das musst du auch nicht und entdeckten oder erfanden hundert andere wunderbare Errungenschaften doch dieser Reichtum an Informationen erzeugte wenig oder gar keine Einsicht keine großen Oden wurden über die Wunder der künstlichen Befruchtung geschrieben worüber? Babys mit tiefgefrorenem Männerspermazeugen Bockmist ganz wie du meinst doch nicht einmal unsere Vorfahren konnten aus dieser Substanz Kinder zeugen oder über die Kutsche die von selbst fährt wenige wenn überhaupt jemand schienen das Prinzip der Wirklichkeit verstanden zu haben neues Wissen führt stets zu noch ehrfurcht gebietenderen Geheimnissen größeres physiologisches Wissen über das Gehirn verringert die Möglichkeit dass die Seele existiert doch die Natur der Suche macht sie dagegen wahrscheinlicher verstehst du? aber natürlich nicht du bist von deiner eigenen romantischen Aura umgeben du liegst jeden Tag Wange an Wange mit dem Gewöhnlichen doch jetzt näherst du dich den Grenzen nicht des Glaubens sondern des Verstehens du stehst der umgekehrten Entropie der Seele gegenüber doch zum prosaischeren das größte Geheimnis welches das Universum bereithält ist nicht das Leben sondern Größe Größe umfasst das Leben und der Turm umfasst die Größe das Kind für das Wunder nichts Ungewöhnliches sind sagt Vater was ist über dem Himmel und der Vater sagt das schwarze Weltall das Kind und über dem Weltall der Vater die Milchstraße das Kind über der Milchstraße der Vater eine andere Galaxis das Kind über den anderen Galaxien der Vater das weiß niemand siehst du die Größe besiegt uns für den Fisch für den Fisch ist der See in dem er lebt sein Universum was denkt der Fisch wenn er am Maul durch die silberne Grenze der Existenz gerissen und in ein neues Universum befördert wird in dem die Luft ihn ertränkt und das Licht blauer Wahnsinn ist wo große Zweibeiner ohne Kiemen ihn in eine stickige Kiste stecken ihn mit feuchtem Trang bedecken und sterben lassen oder man könnte die Spitze eines Bleistifts nehmen und sie vergrößern dabei kommt man an den Punkt wenn einem eine erstaunliche Erkenntnis aufgeht die Bleistiftspitze ist nicht fest sie besteht aus Atomen die wirbeln und kreisen wie eine Million dämonischer Planeten was uns fest erscheint ist in Wahrheit nur ein loses Netz das von der Schwerkraft zusammengehalten wird schrumpft man auf die richtige Größe dann werden die Entfernungen zwischen diesen Atomen zu Meilen Abgründen Äonen die Atome selbst bestehen aus Atomkernen und kreisenden Protonen und Elektronen man könnte noch weiter hinabgehen zu den subatomaren Teilchen und wozu dann? Tachionen? nichts selbstverständlich nicht alles im Universum leugnet das Nichts es ist unmöglich an ein Ende der Dinge zu denken wenn du bis zur Grenze des Universums fallen würdest würdest du ein Schild mit der Aufschrift Sackgasse finden? nein du könntest etwas Hartes und Rundes finden wie ein Küken das Ei von innen sehen mag und wenn du durch diese Hülle hindurchpicken würdest welches gewaltige und reißende Licht würdest du erblicken das durch dein Loch am Ende des Raumes hereinscheidend? könntest du hindurchsehen und feststellen dass unser gesamtes Universum nichts weiter ist als ein Atom in einem Grashalm? könntest du zu dem Gedanken gezwungen werden dass du eine Unendlichkeit von Unendlichkeiten vernichtest wenn du einen Halm verbrennst? dass die Existenz nicht zu einer Unendlichkeit reicht sondern zu einer unendlichen Vielzahl von Unendlichkeiten? vielleicht hast du gesehen welchen Stellenwert unser Universum im Plan der Schöpfung einnimmt als Atom in einem Grashalm könnte es sein dass alles was wir wahrnehmen können vom infinitesimalen Virus bis hin zum fernen Pferdkopfnebel sich in einem einzigen Grashalm befindet einem Halm der in einem fremden Zeitstrom erst einen oder zwei Tage existiert haben mag was wäre wenn dieser Halm von einer Sense gemäht werden würde wenn er verdorrte würde die Fäulnis dann in unser eigenes Universum und unser eigenes Leben einsickern und alles gelb und braun und ausgetrocknet machen? vielleicht ist es ja schon geschehen wir sagen dass die Welt sich weitergedreht hat vielleicht wollen wir wirklich damit sagen dass sie angefangen hat auszutrocknen bedenke wie winzig uns diese Vorstellung macht Revolvermann wenn ein Gott über das alles wacht ermisst er dann tatsächlich Gerechtigkeit für eine Rasse von Insekten in einer Unendlichkeit von Insektenrassen? sieht er den Sperling stürzen wo das Sperling doch weniger ist als ein Wasserstoffatom das allein in den Tiefen des Alls schwebt? und wenn er ihn sieht wie muss dann die Natur eines solchen Gottes sein? wo wohnt er? wie ist es möglich jenseits der Unendlichkeit zu leben? denke an den Sand der Mohäenwüste die du durchquert hast um mich zu finden und stelle dir eine Billion Universen vor nicht Welten sondern Universen die sich in jedem einzelnen Sandkorn dieser Wüste befinden und in jedem Universum eine Unendlichkeit anderer Universen wir ragen mit unserem erbarmenswerten Grashalm Vorteil über diesen Universen auf und du könntest mit einem einzigen Stiefeltritt eine Milliarde Milliarden Welten in die Dunkelheit treten eine Kette die niemals vervollständigt wird Größe Revolvermann Größe doch denke noch weiter stell dir vor dass sich alle Welten alle Universen in einem einzigen Brennpunkt vereinigen einer einzigen Säule einem Turm möglicherweise einer Treppe zur Gottheit selbst würdest du es wagen Revolvermann könnte es sein dass irgendwo über der endlosen Wirklichkeit ein Zimmer existiert du würdest es nicht wagen du würdest es nicht wagen jemand hat es gewagt sagte der Revolvermann und wer soll das sein Gott sagte der Revolvermann leise seine Augen glänzten Gott hat es gewagt oder ist das Zimmer leer sehr ich weiß es nicht Angst huschte so sanft und dunkel wie der Flügel eines Bussards über das einschmeichelnde Gesicht des Mannes in Schwarz und offen gesagt ich frage auch nicht es könnte unklug sein hast du Angst du könntest von einem Blitzer schlagen werden fragte der Revolvermann Sardonisch vielleicht Angst vor der Rechenschaft antwortete der Mann in Schwarz worauf eine Zeitlang Schweigen herrschte die Nacht war sehr lang die Milchstraße erstreckte sich in großer Pracht über ihnen aber ihre Leere war grauenerregend der Revolvermann überlegte was er empfinden würde sollte sich dieser schwarze Himmel auftun und eine Sturzflut aus Licht sich herein ergießen würde das Feuer sagte er mir ist kalt der Revolvermann nickte ein wachte auf und stellte fest dass der Mann in Schwarz ihn gierig und ungesund betrachtete was gaffst du denn an dich natürlich dann hör auf er stocherte im Feuer und vernichtete die Präzision des Ideographs ich mag es nicht er sah nach Osten ob es bereits heller wurde doch die Nacht dauerte immer noch an du suchst das Licht sobald schon ich wurde für das Licht geschaffen ha wurdest du das wie unhöflich von mir diese Tatsache zu vergessen doch wir müssen uns noch über vieles unterhalten du und ich denn so wurde es mir von meinem Herrn aufgetragen wem der Mann in Schwarz lächelte sollen wir die Wahrheit sagen du und ich keine Lügen mehr kein Flimmer Flimmer was bedeutet das doch der Mann in Schwarz beharrte soll Wahrheit zwischen uns sein als zwei Männer nicht als Freunde sondern als Feinde und Ebenbürtige es ist ein Angebot das du selten erhalten wirst Roland nur Feinde sagen die Wahrheit Freunde und Liebende lügen ohne Unterlass weil sie im Netz von Pflichten gefangen sind dann sagen wir die Wahrheit er hat in dieser Nacht nichts anderes gesagt fang damit an dass du mir sagst was Flimmer ist Flimmer ist Zauberei Revolvermann der Zauber meines Herrn hat diese Nacht verlängert und wird sie weiter verlängern bis unsere Sache erledigt ist wie lange wird das dauern lange besser kann ich es dir nicht sagen ich weiß es selbst nicht der Mann in Schwarz stand über dem Feuer und die glühenden Kohlen erzeugten ein Muster auf seinem Gesicht Frage ich werde dir sagen was ich weiß du hast mich erwischt es ist nur recht und billig ich hätte es nicht für möglich gehalten doch deine Suche hat erst angefangen Frage das wird uns schon früh genug zum Geschäft bringen wer ist dein Herr ich habe ihn nie zu Gesicht bekommen aber du musst ihn sehen bevor du den Turm erreichst musst du ihm erst begegnen den zeitlosen Fremden der Mann in Schwarz lächelte ohne Boshaftigkeit du musst ihn umbringen Revolvermann doch ich glaube das hättest du nicht fragen wollen woher kennst du ihn wenn du ihn nie gesehen hast er erschien mir einmal im Traum er kam zu mir als ich ein Frischling war und in einem fernen Land lebte vor tausend Jahren oder vor fünf oder zehn er kam in den Tagen zu mir als die Alten das Meer noch nicht überquert hatten in einem Land namens England vor Jahrhunderten teilte er mir meine Pflicht mit ob schon es zwischen meiner Jugend und meiner Apotheose kleinere Aufträge gab du bist es Revolvermann er kicherte du siehst es hat dich jemand ernst genommen hat dieser Fremde keinen Namen oh er hat einen Namen und wie lautet dieser Name Merlin sagte der Mann in Schwarzleise und irgendwo in der östlichen Dunkelheit wo die Berge lagen bekräftigte ein Steinschlag seine Worte und ein Puma schrie wie eine Frau der Revolvermann erschauerte und der Mann in Schwarz zuckte zusammen doch ich glaube auch das wolltest du nicht fragen es liegt nicht in deiner Natur so weit vorauszudenken der Revolvermann kannte die Frage sie nagte schon die ganze Nacht in ihm und schon Jahre vorher dachte er sie lag ihm auf der Zunge aber er sprach sie nicht aus noch nicht dieser Fremde dieser Merlin ist er ein Günstling des Turms so wie du er ist viel größer als ich ihm wurde die Gabe verliehen rückwärts in der Zeit zu leben er dunkelt er ist zintilliert er lebt in alten Zeiten und doch gibt es jemanden der größer ist als er wen das Tier flüsterte der Mann in Schwarz ängstlich der Hüter des Turms der Erzeuger allen Flimmers was ist es was macht dieses Tier frag nicht mehr rief der Mann in Schwarz seine Stimme bemühte sich um Festigkeit und verfielen flehen ich weiß es nicht ich will es auch nicht wissen vom Tier zu sprechen bedeutet vom Untergang der eigenen Seele zu sprechen vor ihm ist Merlin so wie ich vor ihm bin und jenseits des Tieres ist der Turm und alles was sich in dem Turm befindet ja flüsterte der Mann in Schwarz aber das alles ist nicht das was du fragen willst das stimmt nun gut sagte der Revolvermann und dann stellte er die älteste Frage der Welt kenne ich dich habe ich dich schon einmal gesehen ja wo der Revolvermann beugte sich eifrig nach vorne dies war seine Schicksalsfrage der Mann in Schwarz schlug die Hände vor den Mund und kicherte wie ein kleines Kind zwischen ihnen hervor ich glaube das weißt du wo er sprang auf die Beine seine Hände senkten sich auf die abgenutzten Griffe der Pistolen nicht damit Revolvermann sie öffnen keine Türen sie schließen sie nur für immer wo wiederholte der Revolvermann muss ich ihm einen Hinweis geben fragte der Mann in Schwarz die Dunkelheit ich glaube ich muss er sah den Revolvermann mit brennenden Augen an da war ein Mann der dir einen Rat gegeben hat sagte er dein Lehrmeister ja Kort unterbrach ihn der Revolvermann ungeduldig der Rat war zu warten das war ein schlechter Rat denn schon damals hatte Mortens Plan gegen deinen Vater angefangen und als dein Vater zurückkehrte wurde er getötet sagte der Revolvermann tonlos und als du angefangen hast zu suchen war Morten nicht mehr da er war nach Westen gegangen doch in Mortens Gesellschaft befand sich ein Mann ein Mann der die Kutte eines Mönchs und den rasierten Schädel eines Büßers hatte Walter flüsterte der Revolvermann du du bist überhaupt nicht Morten du bist Walter der Mann in schwarz kicherte zu deinen Diensten jetzt sollte ich dich umbringen das wäre nicht gerecht schließlich war ich es der dir Morten drei Jahre später in die Hände lieferte als dann hast du mich manipuliert in gewisser Weise ja doch genug jetzt Revolvermann die Zeit des Teilens ist gekommen und am Morgen werde ich das Horoskop erstellen du wirst Träume haben und dann muss deine wahre Suche beginnen Walter wiederholte der Revolvermann fassungslos setz dich forderte der Mann in schwarz ihn auf ich werde dir meine Geschichte erzählen ich glaube deine wird viel länger sein ich spreche nicht von mir selbst murmelte der Revolvermann aber heute Nacht musst du es tun damit wir verstehen was verstehen mein Ziel das kennst du mein Ziel ist es den Turm zu finden das habe ich geschworen nicht dein Ziel Revolvermann deinen Verstand deinen langsamen regsamen hartnäckigen Verstand in der ganzen Weltgeschichte hat es seinesgleichen noch nicht gegeben vielleicht in der ganzen Schöpfungsgeschichte dies ist die Zeit des Redens dies ist die Zeit von Geschichten dann sprich der Mann in schwarz schüttelte den weiten Ärmel seines Gewandes einen folie eingewickeltes Päckchen fiel heraus und reflektierte die erlöschende Glut in vielen spiegelnden Falten Tabak Revolvermann möchtest du rauchen dem Kaninchen hatte er widerstehen können aber dem Tabak konnte er nicht widerstehen er wickelte die Folie mit gierigen Fingern auf in ihrem Inneren befand sich feinkrümeliger Tabak und erstaunlich feuchte grüne Blätter in die man ihn einwickeln konnte einen solchen Tabak hatte er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen er drehte zwei Zigaretten und biss beiden die Enden ab damit sich das Aroma entfalten konnte eine bot er dem Mannen schwarz an der sie nahm beide holten einen brennenden Zweig aus dem Feuer der Revolvermann zündete die Zigarette an und sog den aromatischen Rauch tief in die Lungen wobei er die Augen schloss um seine Sinne zu schärfen er blies den Rauch mit langsamer langer Zufriedenheit aus gut wollte der Mannen schwarz wissen ja sehr gut genieße es es könnte für lange lange Zeit deine letzte Zigarette sein das nahm das nahm der Revolvermann gleichgültig hin nun gut sagte der Mannen schwarz fangen wir an du musst wissen dass der Turm schon immer existiert und es hat immer Jungen gegeben die von ihm wussten und sich danach sehnten mehr als nach Macht oder Reichtum oder Frauen und dann redeten sie sie redeten eine ganze Nacht und Gott weiß wie viel länger aber später erinnerte sich der Revolvermann an wenig und seinem seltsamen praktischen Verstand schien auch sehr wenig wichtig zu sein der Mannen schwarz sagte ihm dass er zum Meer gehen müsste das nicht viel weiter als 20 mühelose Meilen im Westen lag und dort würde er die Gabe des Auserwählens erlangen doch auch das ist nicht vollkommen richtig sagte der Mannen schwarz und schnippte seine Zigarette in die Reste des Lagerfeuers niemand wird dir irgendeine Gabe verleihen Revolvermann sie ist einfach in dir und zwar teilweise wie ich dir sagen muss durch das Opfer des Jungen und teilweise weil es die Ordnung ist die natürliche Ordnung der Dinge das Wasser fließt bergab und ich muss es dir sagen soweit ich weiß wirst du drei auserwählen aber eigentlich ist mir das egal und ich will es auch nicht wissen die drei murmelte der Revolvermann und dachte an das Orakel und dann fängt der Spaß erst richtig an aber dann werde ich längst fort sein leb wohl Revolvermann meine Aufgabe ist erfüllt du hast die Kette immer noch in der Hand gib acht dass sie sich nicht um deinen Hals schlingt Roland wurde von etwas außerhalb von ihm getrieben als er sagte du hast noch etwas zu sagen nicht ja sagte der Mann in schwarz und lächelte den Revolvermann mit seinen unergründlichen Augen an und streckte ihm eine Hand entgegen es werde Licht und es ward Licht Roland erwachte neben den Überresten eines Lagerfeuers und stellte fest dass er zehn Jahre älter war sein Haar war an den Schläfen Schütter geworden und hatte das Grau angenommen das Spinnweben haben wenn der Herbst vorbei ist die Linien seines Gesichts waren tiefer seine Haut rauer die Reste des Holzes das er hergetragen hatte waren zu Eisenholz geworden und der Mann in schwarz war ein grinsendes Skelett in einem schwarzen Gewand weitere Knochen an diesem Ort der Knochen ein Totenschädelmeer in Golgatha der Revolvermann stand auf und sah sich um er sah das Licht und sah dass das Licht gut war er griff mit einer raschen Handbewegung nach seinem Gefährten der Nacht zuvor einer Nacht die irgendwie zehn Jahre gedauert hatte er brach Walters Kieferknochen ab und steckte ihn achtlos in die linke Hüfttasche seiner Jeans ein hinreichend guter Ersatz für den den er jenseits der Berge verloren hatte der Turm er wartete irgendwo voraus auf ihn Brennpunkt der Zeit Brennpunkt der Größe er ging weiter nach Westen kehrte dem Sonnenaufgang den Rücken zu und wurde sich darüber klar dass ein wichtiger Abschnitt seines Lebens gekommen und vorüber gegangen war ich habe geliebt er träumte er träumte seinen Traum und sah zu wie die Sterne aufgingen seine Entschlossenheit ließ nicht nach noch verzagte sein Herz das Haar das jetzt dünner und grau war wehte ihm um den Kopf und die mit Sandelholz eingelegten Pistolen seines Vaters lagen glatt und tödlich an seinen Hüften er war einsam doch erhielt Einsamkeit keineswegs für eine schlechte oder unwürdige Sache Dunkelheit senkte sich über die Welt und die Welt drehte sich weiter der Revolvermann wartete auf den Zeitpunkt des Auserwählens und träumte seine langen Träume vom dunklen Turm den er eines Tages finden und dem er sich nähern würde um in sein Horn zu stoßen und zu einer unvorstellbaren letzten Schlacht anzutreten Nachwort Die vorhergehende Geschichte die fast aber nicht ganz in sich abgeschlossen ist ist der erste Teil eines viel längeren Werks mit dem Titel The Dark Tower Ein Teil des Werks über diesen ersten Band hinaus ist fertiggestellt aber es bleibt noch viel mehr zu tun Meine kurze Synopse der noch folgenden Abenteuer deutet auf eine Gesamtlänge von annähernd 3000 Seiten hin möglicherweise mehr Das hört sich wahrscheinlich so an als wären meine Pläne für die Geschichte über bloße Ambitionen hinaus ins Land des Irrsinns gewachsen Aber bitten Sie Ihren Lieblingsenglischlehrer einmal Ihnen von den Plänen zu erzählen die Schosser mit den Canterbury Tales hatte Nun Schosser könnte irrsinnig gewesen sein Bei der Geschwindigkeit ein Buch im Verstand Das Riespapier das ich erbte war hellgrün fast so dick wie Pappkarton und von außerordentlich exzentrischem Format etwa 18 cm breit und 25 cm lang soweit ich mich erinnere Damals arbeitete ich in der Bibliothek der Universität von Maine und eines Tages und eines Tages tauchten dort mehrere Ries dieses Papiers in verschiedenen Farbtönen und auf vollkommen unerklärliche und ungeklärte Weise auf Meine zukünftige Frau die damalige Tapitha Spruce nahm ein Ries dieses Papiers Rotkäthchen Eierblau mit nach Hause Der Bursche mit dem sie damals ging nahm auch eines Erdkuckucks gelb Ich bekam das Grüne Wie sich herausstellte sind wir alle drei Schriftsteller geworden Ein Zufall den man in einer Gesellschaft in der buchstäblich Zehntausende möglicherweise Hunderttausende College Studenten sich an der Schriftstellerei versuchen und lediglich einige wenige Hundert tatsächlich den Durchbruch schaffen kaum noch nur als Zufall bezeichnen kann Ich habe etwa ein halbes Dutzend Romane veröffentlicht Meine Frau einen Small World und arbeitet hart an einem noch besseren und der Bursche mit dem sie damals ging David Lyons ist ein großartiger Dichter und Inhaber von Lunds Press in Massachusetts geworden Vielleicht lag es an dem Papier Leute Vielleicht war es verzaubertes Papier Sie wissen schon wie in einem Roman von Stephen King Wie dem auch sei Sie da draußen die Sie das lesen werden Sie vielleicht gar nicht verstehen wie vollgeladen mit Möglichkeiten diese 500 Blatt Papier zu sein schienen Doch ich vermute dass manche von Ihnen jetzt auch vollkommen verständnisvoll nicken werden Schriftsteller die veröffentlicht werden können sich natürlich so viel Papier kaufen wie sie nur wollen Es ist ihr Handwerkszeug Man kann es sogar von der Steuer absetzen Sie können sich sogar so viel kaufen dass die ganzen leeren Blätter tatsächlich anfangen können einen bösen Zauber zu wirken Bessere Schriftsteller als ich einer bin haben schon vor der stummen Herausforderung des vielen weißen Platzes geschrieben und Gott weiß Viele hat es so eingeschüchtert dass sie verstummt sind Die Kehrseite der Medaille ist besonders für einen jungen Schriftsteller eine beinahe unheilige Verzückung die so viel leeres Papier herbeiführen kann Man fühlt sich wie ein Alkoholiker der eine ungeöffnete Flasche Whisky vor sich sieht Damals wohnte ich in einer schäbigen Absteige nicht weit von der Universität entfernt und ich lebte ganz allein Das erste Drittel der vorhergehenden Geschichte wurde in einer grässlichen ununterbrochenen Stille geschrieben die ich mir heute mit einem Haus voll lärmender Kinder zwei Sekretärinnen und einer Haushälterin die mir immer sagt dass ich krank aussehe kaum noch vorstellen kann Die drei Zimmergenossen mit denen ich das Schuljahr begonnen hatte waren alle abgehauen Als im März das Eis auf dem Fluss taute kam ich mir vor wie das letzte der zehn kleinen Nägerlein von Agatha Christie Diese beiden Faktoren die Herausforderung des unbeschriebenen grünen Papiers und die völlige Stille abgesehen vom Tröpfeln des schmelzenden Schnees der in den Dachkanal floss waren mehr als alles andere für den Auftakt von The Dark Tower verantwortlich Es gab noch einen dritten Faktor aber ich glaube ohne die beiden ersten wäre die ganze Geschichte niemals geschrieben worden Dieser dritte Faktor war ein Gedicht das ich zwei Jahre vorher während eines Anfängerkurses über die frühen romantischen Dichter gelesen hatte und gibt es eine bessere Zeit romantische Dichtung zu studieren als das Anfängerjahr? Im dazwischenliegenden Zeitraum waren mir die meisten anderen Gedichte wieder entfallen aber dieses eine großartige schöne und unerklärliche blieb und es ist bis heute geblieben Das Gedicht war Childe Roland von Robert Browning Ich hatte mit dem Gedanken gespielt mich an einem langen romantischen Roman zu versuchen der die Stimmung wenn nicht den exakten Sinn des Gedichtes ausdrücken sollte Mehr als gespielt hatte ich freilich noch nicht denn ich musste zu viel andere Sachen schreiben eigene Gedichte Kurzgeschichten Zeitungskolumnen weiß Gott was alles Doch während des Frühjahrsemesters fiel Schweigen über mein bisheriges kreatives Leben kein schriftstellerisches Versagen sondern ein Gefühl dass es Zeit wurde aufzuhören mit Pickel und Schaufel herumzuspielen und mich stattdessen ans Steuer eines gewaltigen und allmächtigen Dampfbaggers zu setzen ein Gefühl dass es an der Zeit war etwas wirklich Großes aus dem Sand zu baggern auch wenn sich das Ergebnis als klägliches Versagen erweisen sollte Und so saß ich eines Abends im März 1970 an meiner alten Büroschreibmaschine von Underwood mit dem abgebrochenen M und dem hüpfenden großen O und schrieb die Worte mit denen diese Geschichte anfängt Der Mann in Schwarz flor durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm In den Jahren seit ich diesen Satz geschrieben habe während Johnny Winter über die Stereoanlage lief und nicht ganz das Geräusch von schmelzendem Schnee übertönen konnte der draußen tröpfelte bin ich ansatzweise grau geworden habe Kinder gezeugt habe am Grab meiner Mutter gestanden habe Drogen genommen und es wieder sein gelassen und habe ein paar Dinge über mich selbst gelernt Manche davon waren reuevoll manche unangenehm die meisten jedoch nur komisch Wie der Revolvermann selbst wahrscheinlich sagen würde die Welt hat sich weiter gedreht Aber ich habe in der ganzen Zeit die Welt des Revolvermanns nie ganz verlassen Das dicke grüne Papier ging irgendwo unterwegs verloren aber ich habe immer noch die etwa 40 Seiten des ursprünglichen Manuskripts die die Kapitel der Revolvermann und das Rasthaus bilden Sie wurden durch angemessene aussehendes Papier ersetzt aber an diese komischen grünen Blätter erinnere ich mich mit mehr Versonnenheit als ich jemals mit Worten ausdrücken könnte Ich kehrte Ich kehrte in die Welt des Revolvermanns zurück als ich mit Salem's Lot das Orakel und die Berge nicht vorwärts kam und ich schilderte das traurige Ende des jungen Jake nicht lange nachdem ich einen anderen kleinen Jungen Danny Torrance in The Shining von einem anderen Ort des Bösen entkommen ließ Tatsächlich kehrten meine Gedanken nur dann nicht gelegentlich in die trockene aber irgendwie prachtvolle jedenfalls war sie mir immer prachtvoller schienen Welt des Revolvermanns zurück als ich eine andere bewohnte die mir ebenso wirklich vorkam die nachapokalyptische Welt von The Stand Das letzte hier enthaltene Kapitel Der Revolvermann und der Mann in Schwarz wurde vor weniger als 18 Monaten im westlichen Maine geschrieben Ich bin der Meinung dass ich den Lesern die mir bis hierher gefolgt sind eine Art Synopse einen Entwurf wie die großen alten romantischen Dichter es genannt hätten dessen schuldig bin was weiter geschehen soll da ich wahrscheinlich sterbe bevor ich den gesamten Roman vollendet habe oder das Epos oder wie immer sie es nennen wollen Die traurige Tatsache ist jedoch dass ich das ganz einfach nicht kann Die Leute die mich kennen werden wissen dass ich kein intellektueller Hitzeblitz bin und die Leute die meine Werke mit einer gewissen kritischen Billigung gelesen haben es gibt ein paar die bezahle ich werden wahrscheinlich mit mir einer Meinung sein dass meine besten Arbeiten mehr aus dem Herzen als aus dem Verstand kommen oder aus den Eingeweiden denn dort hat das beste emotionale Schreiben seinen Ursprung ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen dass ich selbst nie ganz sicher bin wie sich etwas entwickeln wird und auf diese Geschichte trifft das noch viel mehr zu als auf andere aus Rollands Vision am Ende weiß ich dass sich seine Welt tatsächlich weiter dreht denn Rollands Universum existiert innerhalb eines einzigen Moleküls eines Grashalms der auf einem kosmischen Brachland verdorrt ich glaube diesen Einfall habe ich aus Clifford die Simax Ring Around the Sun bitte verklag mich nicht Cliff und ich weiß dass es zum Auswählen gehört drei Menschen aus unserer Welt zu holen so wie Jake vom Mann in Schwarz selbst geholt wurde die Orland bei seiner Suche nach dem dunklen Turm begleiten ich weiß das weil Teile des zweiten Zyklus von Geschichten die den Titel The Drawing of the Three tragen bereits geschrieben sind aber was ist mit der nebulösen Vergangenheit des Revolvermanns mein Gott ich weiß so wenig die Revolution die der Welt des Lichts des Revolvermanns das Ende bringt ich weiß es nicht Rollands endgültige Konfrontation mit Morten der seine Mutter verführte und seinen Vater ermordete weiß nicht der Tod von Rollands Gefährten Cuthbert und Jamie oder seine Abenteuer in den Jahren zwischen seinem Erwachsenenwerden und seinem ersten Auftauchen in der Wüste auch das weiß ich nicht und dann ist da noch das Mädchen Susan wer ist sie weiß nicht aber irgendwo tief drinnen weiß ich es doch ich weiß alles und es besteht keine Veranlassung für eine Synopse oder eine Zusammenfassung Zusammenfassungen sind die letzten Bastionen schlechter Schriftsteller die zu Gott wünschen sie würden Doktorarbeiten schreiben wenn die Zeit gekommen ist dann werden sich diese Geschehnisse und ihre Relevanz für die Suche des Revolvermannes so natürlich ergeben wie Tränen oder Gelächter und wenn sie sich eben niemals ergeben nun denn wie Konfuzius einmal gesagt hat das interessiert 500 Millionen Rotchinesen einen Scheißdreck ich weiß nur eines irgendwann einmal zu einem magischen Zeitpunkt wird es einen purpurroten Abend geben einen Abend der für Romantik wie geschaffen ist an dem Roland zu seinem dunklen Turm kommen ins Horn stoßen und sich ihm nähern wird und wenn ich jemals dort ankomme sind sie die ersten die es erfahren Stephen King Bangor, Maine mit einem Aber mit einem Vielen Dank.